Häh! 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 What's up? Häh! Häh! Waa? 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 Der hat mich erschossen, obwohl der an der Tür hing, man! Seine Waffe war eingeklappt, war sie aber gar nicht! So ne Scheiße, Digga! Ja! Häh! 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 Danke schön! Du musst zum Generator Eher nicht Hallo da! Bleh! Äh, ja auch nö. Vor allem nö drauf. FBI, open up! Hat er die Tür grad wieder zugetreten? Oh! Oha! Ach so! Soll einfach nicht sein. Was?! Ach der! Wieso war der nicht drauf? War jemand, den ich nicht treffen durfte. Ich verstehe aber nicht warum. War ich da schon tot? War das D-Sync? Ich verstehe nicht. Für mich habe ich drauf geaimt, geklickt, dann bin ich gestorben. Die fragen sich, ob die Geschichte wahr ist. Ich muss sie enttäuschen. Sie liegen daneben. Sie ist frei erfunden. Was? Eine Mal-Function, in einer Pumpgun, Digger! Was will das Spiel mir sagen? Warum hasst es mich so sehr? Ich hör ihn. Ich bin viel zu nah dran. Ich hatte kein Magazin drin. Ich liebe das an dir. Lieber einfach... ...hoppelkotzte zwei Haut von Zapps raus. Aber der ist nicht in der Tiefgarage. Aber der ist nicht in der Tiefgarage. Wir werden es gleich wissen. Ich habe eine Mail-Funktion bekommen, ohne zu schieben. Er hat nicht auf mich reagiert. Das ist hier komplett dunkel. Ich weiß schon, warum ich das nicht spiele. Ihr solltet hier was sehen. Ich bin total angestrengt jetzt schon wieder. Steps irgendwo rechts. No, no, no. Schnauze. Wem hast du es gegeben, ey? Es traut sich nicht noch mal. Links und rechts und drüber. Dann ins Gesicht. Hallo da. Ich dachte, wenn... Ich dachte, wenn hier einer drin ist, dann mache ich den krass. Habe ihn. Was, was, was? Das wurden Spieler, Digger. Ich habe ihn noch nicht mal gesehen gehabt, dass du ihn getötet. Ja, geht mir auch so. Wenn die Beschreibung da nicht verständlich ist, dann heißt das ja, dass gewisse Grundbegriffe fehlen. Oh, du sitzt einfach genau vor mir. Oh, du sitzt einfach genau vor mir. What? Oh Gott. Der Daumen hat gerade für ein 12 Monat. Nee, aber nicht. Hallo halt beisammen. Der Daumen ist erschossen. Oder will er, dass ich 125 Meter weit weggehe? Irgendwas stimmte da mit dem Sound nicht. Es hat irgendwie geklickt. Er ist gestorben. Der Sound kam, oder? Da läuft noch ein Skiff hin, ich lasse ihn mal ein Leben. Ich habe ne Idee. Ja. Ja. Hast du... Ja. Ja. Nicht, dass ich damit getroffen hätte, aber ich fand es ganz lustig. 2 Stunden später. Hab ich ihn genaded? No way. Oha! Nein, hast du nicht gemacht. Kontaktgranate von außen rein. Okay. Das war mein erster Nade-Kliff. Kann das meine rausflitten, bitte? Ja, wie man ihn einfach nicht gehört hat, bis ich ihn gesehen habe. Wie will er denn in diesen Raum reingekommen sein von dem Rauch aus? Er hat sich teleportiert durch die Wand hier, oder? Der ist einmal so... Und dann war er da, oder was? Was? Und dann kriegst du auf 200 Meter? Ich war wohl nicht drauf, ne? Oh, da rennt was. Ah, hallo? Hallo? Ich habe den am Anfang übrigens bekommen. Ich habe meine Quest fertig. Wie random, Alter. Hallo? Oh, wie random, Alter. Oh, fuck. Ach, da da! Ja, ist echt so. Ha, ha, ha! Dumm greißt du wieder, Digga. Ja, bin doch da. Hallo? Tschüss. Achso, das ist hier runtergedreht, ich habe mich gerade gefragt, warum so leise. Na Leute, ja, EFT kann ich jetzt wohl gerade nicht spielen, ha? Ist heute Wipe, oder? Ah, ich habe einen Ryzen 580, 490, ich musste den PC mal neu aufsetzen und nun bekommen Apps zum Vorschein. Die meinen Rechner mir nicht zu wollen mit AMD Software Adrenaline Edition. Das ist die Software für Leute mit AMD Graker. Software Adrenaline Edition. Ja, Adrenaline ist für die Grafikkarte. Ist das live? Ne, das ist nicht live. Das Update. Was hältst du von den Patch Notes? Nun. Ich habe sie noch nicht gelesen. Deswegen sind wir ja hier. Was machen wir jetzt zusammen? 1410 auf 1405? Verstehe nicht. Da haben wir jetzt einfach Zeit, ja. Echt so. So, was? Start at the first iteration of the season system. What? The season change implies a change of the visual part of location. Aha. A weather effects. Okay. Digga, ich war schon bei... Ich war nicht bei Wetter. Ich war schon bei... Was? Es gibt jetzt Season Chars? Early Spring will be available. This Update. Early Spring. Wo ist denn der Unterschied zum normalen Tag auf und Early Spring? Dass alles anfängt zu blühen? Dass alles ganz bunt ist, oder? Wie bauen die Early Spring ein, Alter? Ist im Wald dann gar nicht... Ja, habe ich verstanden, Digga und... Ja. Corresponding calendar season will be added in the future updates. Also sie bauen noch Herbst ein. Also Sommer haben wir ja, ne? Herbst ist einfach immer nur Regen. Winter ist da. Jetzt bauen sie Early... Ja, geil. Fertig. Im Frühling regnet es vermutlich. Ja, das ist doch schon Herbst. Seedaum. Das ist doch schon... Boah, ich schnupfen. Niesende PMCs. Camper, die jetzt niesen müssen. Ach so. Ja. Muss so sein. Was für ein BTR? Was ist ein BTR 82A denn jetzt schon wieder, Leute? Ah, das ist das Ding von Streets. Würde ich sagen. Geil. Ich habe schon drauf gewartet. Das ist eine gute Änderung. Da habe ich Bock drauf. Ich weiß auch nicht. Ich finde den BTR lustig. Weil er Leute zum Bewegen zwingt, aber an mal, wenn man den gelöst hat. Irgendwie finde ich die Idee, mit dem BTR auch Loot nach Hause zu bringen, geil. Ich benutze es auf Streets ständig. Ich habe gar nicht. Ich habe gar nicht Hallo gesagt. Ich habe jetzt keine Lust mehr durchzuscrollen. Ich fühle euch gegrüßt. Hallo. Heute mal ganz ohne Namen vorlesen. Das fällt mir jetzt erst auf. Weil ich so aufgeregt bin. Neuer Patch in Tarkov. Hedegard 1337-Hard mit Heim abonniert. Ich habe mit dir wieder neulich Deutsch gesprochen zu mir. Aha. Kannst du mich bitte grüßen? Hallo, Seedom. Updated the Matching System for Ground Zero. The system, I don't know, 20er. And experience level 21 above matching. Groove so separate. Aha. Also ist das jetzt... For these groups will be separate. Okay, also jeder kann spielen. Okay, verstehe ich, verstehe ich. For experienced rares, there will be a modified version of Ground Zero. Increased difficulty of Scavs. Die haben mich so schon gewontabt. Chance to find rare loot. Ja, das war bei Ground Zero wirklich sehr eingeschränkt. Also muss man ja mal dazu sagen. Das war sehr... Ähm... Airdrop plane appearing. Ach, das ging auch vorher nicht. Das wusste ich nicht. Scav-Boss-Colonte? Ah, das ist lustig. Ich mag Ground Zero irgendwie. Vor allem auch, weil's alles so nah beieinander ist. Und wenn's jetzt noch rare loot da gibt... Also ich werd ein bisschen auf Ground Zero abhängen. Sobald ich nicht mehr Level 15 bin, mein ich. Weil ich komm ja jetzt noch auf die Karte, wo das alles nicht ist. Bis ich dann wieder Level 20 bin. Ja, ja, gut. Aber ja. Cool. If there is at least one player in the group with a higher level than 20, all players will receive warning for experienced players. Ah, ich könnt mir also wen suchen. Gut, alle die ich kennen, haben auch gewiped. Äh. When playing as a scav, the matching is independent of the player's level. Äh, in co-op practi... Bla 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 bla. Für co-op, wen interessiert's? Added Ground Zero objectives, a shooter bond and have... Gut, dass ich das alles nochmal machen muss. Weil ich resetet hab. Mh. Ja, okay, Digga. Kein Problem für mich. Hm. Adjusted to sound system. Kein Bock mehr. Digga, immer wenn die das anfassen, ist es nur beschissener als vorher. Digga, ich seh das und hab Frust. Jetzt ohne Scheiß. Die letzten 20 Anpassungen an dem Piss-Soundsystem waren immer nur Kacke. Mh. Diesmal, dankeschön, Mann. Der Sambrill ist doch vorbei. Mh. Hey, der AMD 7800 X3D sollte reichen, wenn du mehr Geld für Überrasse rein da. Leute, was? Wenn du zocken willst, nur den... Ja? So, wer hat denn gefragt? Ich seh die Frage nicht, tue mir leid. Ähm, also, der 7800 X3D und der 7950 X3D sind in Games vermutlich genau gleich schnell, weil dieselben acht Kerne zum Tragen kommen. Wenn du aber selber mehr machst, als nur Computerspiele spielen, dann kann es halt geil sein, 16 Kerne dabei zu haben. Und vor allem kann es auch geil sein, wenn du streamst oder was weiß ich. Das Ding ist aber. Der 7800 X3D macht immer alles richtig. Von sich aus. Das heißt, du brauchst keine Software, du musst nichts einstellen, du musst nichts tun. Du installierst Windows, dein Spiel läuft auf den richtigen Kern. Jetzt kommt die Krux an der Geschichte. Der 7950 X3D hat acht Kerne, genau wie der 7800 X3D. Und dann hat er noch acht andere. Und die sind schneller. Jetzt kommt der Windows-Scheduler und sagt, hey, da ist ein Game, das skaliert mit Gigahertz. Das ist aber falsch. Das müsste andersrum sein. Und da musst du dich drum kümmern. Und das funktioniert bei neuen Titeln nicht. Das funktioniert hier nicht. Das funktioniert da nicht. Das musst du von Hand am besten tun, um da sicher zu sein. Bei Tarkov zum Beispiel ist die Leistung fast ein Drittel obendrauf, wenn du zwischen den CCDs hin und her swappst. Das ist so ein bisschen das Ding. Aber, ob du das brauchst oder nicht, sei mal dahingestellt. Wenn du es nicht weißt, dann reichen dir vermutlich acht Kerne, also der 7800 X3D. Mit dem ist man sehr gut aufgestellt. Das ist meiner Meinung nach die potenteste Gaming-CPU auf dem Markt. Und falls ihr mir gefallen tun wollt, ausrufe Zeichen AMD und klick mal den Link an. So. Ah, adjusted the sound system, Alter. Updated ambient sound to match the current season in the game. Wind volume now depends on the strength in the raid. Updated the indoor raid ambient. Rain ambient. Digga, endlich hat diese Viel-Wind-Geschichte auch eine Auswirkung. Seit Jahren wird dir gesagt, in diesem Raid viel Wind, nein wenig, nein gar kein Wind. Jetzt sollen wir das hören. Added smoother transitions between day and night ambient. Boah, egal. Improved the audibility through doors and window openings. Oh, ich hab so Angst. Ernsthaft. Das ist jetzt hier alles kaputt so, aber. Added the external sound suppression while inside the BTR. Also, das Wind-Ding ist bestimmt ganz lustig. Dass der Sound sich ändert, je nach Season, ja macht vielleicht Sinn. So eine Transition von A nach B ist immer scheißegal. Das hier könnte geil sein, wenn es funktioniert. Weil bisher ist ja so, wenn du in eine Halle reinsteppst, dann ist laut. Äh, also bis dahin ist laut zu ambient und dann gehst du rein und es ist leise. Mit einem einzigen Schritt und dann kannst du das so wechseln. Das wäre schon ganz geil, wenn das so ein Übergang ist. Aber, ja, okay. Ja, ich lass, wir lassen uns mal überraschen. Also das Größte, was wir bisher haben, ist die Ground Zero Anpassung. Der BTR auf Wutz. Und das Season-Ding, ja. Ja, also Ground Zero ist offen für alle. Ich muss die ganzen Scheiß-Quiz auf noch einem Dings mehr. Und dann haben sie angefasst den Sound, ja. Da bin ich ein bisschen, da bin ich sehr skeptisch. Bei den anderen Sachen würde ich sagen, cool. Ich mag den BTR, auf Wutz finde ich den auch geil. Ground Zero finde ich lustig, dass man es jetzt auch spielen kann. Ich meine, es ist die neueste Karte im Spiel und wir durften sie nicht spielen. Über Level 20, jetzt können wir. Also außer als Gav und so. Aber, ja, okay. So, UI-Improvements. Wen interessiert das? Edited Damage and Penetration Stats to the Ammo Inspection. Hat einer EFT-Ammo.com schon geschrieben, dass sie jetzt pleite sind, oder? Ja, da habe ich nicht mit gerechnet, naja. Keine Ahnung. Kann ich die jetzt auch vergleichen? Gibt es auch einen Vergleichsscreen? Eine und noch eine Muni? Ja. Das ist geil. Also ganz im Ernst, das ist halt geil. Sie haben sich endlich überlegt, wir haben 88 Sorten Munition im Spiel. Lass dem User auch mal anzeigen, was die kann. Alter, das ist gut. Vor allem auch der hintere Teil. You can see the penetration chance against a certain ammo, äh, armor classes. Das heißt, du kannst direkt sehen, ob die Munition und bis wohin und wie. Jetzt die Frage, ob sie das prozentual angeben. Also wie sie die penetration chance angeben, aber, also eine Chance wäre ja wahrscheinlich ein Prozentwert, aber da müsste ich Tony nochmal anrufen. Bin ich nicht sicher. Dann müssen wir Tony nochmal fragen, wie man das macht. Skill menu in the way. Added description to the skill leveling methods. Oh. Okay, ich bin gespannt bei vielen Skills. Ich hab da paar Fragen. Numerical values of bonuses are now displayed in 10. Okay. Added a green skill progress bar, displaying how many skill points you have gained during the raid. Okay. Warum sehe ich jetzt schon viele YouTube-Videos, wie man jetzt Skills schießt, weil man endlich sieht, was was bringt? Äh. Äh. Windows regelt das mit den Intel-Kernen besser, das ist richtig. Windows entscheidet einfach nur, welcher Kern mehr Gigahertz hat und scheduled da die große Last drauf. Der rafft nicht, dass die unterschiedlich sind. Ist ja auch das erste Mal so. Also es gibt keine Eigenschaft, die Windows sagen würde, dass ein X3D-Kern mehr Cache hat und somit vielleicht besser geeignet ist für die Anwendung. Sondern bisher war immer, aha, viel Last, rauf auf den schnellen Kern. Das war immer so. Das ändert sich jetzt erst. Huzzer Changes. Optimize Algorithm. Cover for AI. Cool. Ich mag das, dass die hinter Dinge gehen und auch so Side-Peaken und so. Das macht das Game gegen Scavs irgendwie geil. Das mochte ich schon, als das überhaupt reinkam. Change Lighting Insight. Wen interessiert das? Added a Sound-Signal, bevor BTR departs from its Stop-Point. Hup der einmal, oder? Improved the Hit-Registration, when the player tilts in quick succession. Tilts. Das geht doch gar nicht mehr. Ich dachte, man kann nicht mehr schnell tilten. Also viele Spieler tilten schnell in dem Spiel, aber ihr wisst schon. Anders. List of Fixes. Äh, irgendwas mit Vaulting. Äh, okay. Irgendwas mit Vaulting ist gefixt. Fix the L when using stationary. Aha, wenn man mit einem Stand-MG-Ball rumballert, dann war die vorher kaputt, oder? Calculation Algorithm for Limp Penetration. Das ist gut. Ich hoffe, dass Arme jetzt nicht mehr so viel tanken. Das war nämlich schwierig jetzt zuletzt. Eventuell sind damit Arme gemeint. Was hatten wir letztes Mal? Mit guter Munition, irgendwie 14 Hits in die Arme, bis du tot warst. 15? Das war echt doof. Fix the single FPS drop offline. Offline Rates, wen interessiert es? Fix the lack of damage registration of a ricochet in certain cases. Cases. After. Ricochet. Ja, das wäre jetzt geil, wenn sie einem sagen würden, was das bedeutet. Also, wenn deine Kugel abgeprallt ist von einem U-Lach, hast du keinen Schaden mehr durch den U-Lach gemacht und er war unsterblich, oder? Ja, damage registration ist schon so in der Richtung, oder? Oder für die Kugel. Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Fix the visual effect of painkillers when using NVGs. Okay. Ich weiß nicht, wie es war. Ich habe so wenig NVG gespielt. Fix the inability to view a player's profile when using the flea market. Inability. Aha, also jetzt kann man es. Fix the incorrect damage to the player when walking into a non-moving BTR. Was war daran incorrect? Naja. Return the display of ricochet shines. Info for helmets. Jetzt wo es gefixed ist, zeigen Sie es wieder an, oder? Fix the incorrect camera tilt if the player was leaning. While aimed shooting. Was? Verstehe nicht. Was war da falsch? Ab Praller, der dich danach berührt vielleicht. Na, ich habe eben überlegt, ob wir davon reden, es ist ja auch möglich, dass eine Kugel in dir fragmentiert. Aber ich glaube, das hieß dann immer Fragmentation Chance und nicht Ricochet. Also faktisch prallt die an deinem Knochen ab und fragmentiert. Die Frage ist, ob diese Fragmentation Chance überhaupt noch da ist. Also ob die Kugel noch wandert. Keine Ahnung, das war ja so. Aber ich weiß gar nicht, ob es die Mechanik noch gibt. Weil die hatte auch eine Million Probleme. Ich habe das Soundsystem angefasst. Oh no. Ja genau, das war auch mein Gedanke. Ich finde Helmen mit E ziemlich süß, Seedom. Der Mann, der drei E im Namen hat, hatte keins mehr über für den Helm. Also, passiert, ne? Okay. Ja, Fluchti, wenn du nicht weißt, ob du mehr als acht Kerne brauchst, dann ist die Antwort ganz stumpf und einfach nein. Okay? Hm. Was sagt ihr denn zum Sound, Leute? Ne, was sagt ihr zum Patch? Sagen wir mal so. Machen wir nämlich nicht nur Sound, sondern was sagt ihr denn zum Patch? Ich finde es schade, also ich bin ganz ehrlich, ich finde es schade, dass die nächste Major Version immer noch nicht das Unity Update beinhält. Das finde ich, das finde ich absolut beschissen. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätten die alles weglassen können. Alles, was hier steht. Jede einzelne Zeile, die hier steht, bis auf die Ammo-Stats in-game vielleicht. Und hätten ihr scheiß Unity Update hochziehen sollen. Es kommt halt so, wie so vieles drauf an, äh, nicht drauf wartet, ne? Wo man nicht drauf wartet, ne? Ja, ja, genau, das meine ich. Mir sind die Content-Anpassungen relativ egal. Der BTR-Wutz, ich finde den nicht schlecht. Ich finde die BTR-Mechanik ziemlich lustig. Ich finde den Sound aktuell beschissen. Ich ahne aber, umso mehr sie reinbringen, desto weiter entfernen wir uns von dem Unity Update, weil sie anscheinend keinen Fokus drauf legen. Wir haben es jetzt schon ein halbes Jahr nicht geschafft. Und bringen neuen Content, statt den Scheiß fertig zu machen. Das finde ich kacke. Was würde das Unity Update denn an Vorteil bringen? Ne neue Unity. Die potenziell zum Beispiel besser skaliert mit größerem Cache. Und, und, und. Alles. Ja, weißt du, so als technikverliebter Typ, äh, mach ich mir halt Sorgen, wenn jemand ein Engine Update ankündigt und es dann wieder abkündigt. Weil das bedeutet, dass sie das nicht hinbekommen. Und das bedeutet... Und es war schon mal so, dass es in zwei, drei Wochen kommen sollte. Also mussten sie ja nah dran gewesen sein. Also entweder, sie haben gar keinen Fokus mehr drauf oder sie haben irgendwo aufgegeben und weiß ich nicht, was mir besser gefällt. Ich weiß auch nicht so genau. Potenziell sind so Soundgeschichten halt in der Engine besser. Potenziell ist Netcode immer in der Engine besser. Und klar musst du deine Codebase da immer hoch hieven und das ist nicht einfach. Aber umso weiter du parallel entwickelst neben deinem Engine Update, umso weiter entfernst du dich potenziell und arbeitest nicht wieder drauf hin. Jetzt mal so rein abschätzungsmäßig. Weil es gibt ja einen Grund, warum ein Unity Update ein Problem ist. Und das ist dieser. Dass deine Codebase sehr weit weggewandert ist und du dich vom Standard entfernt hast. Und umso näher du an den Standard rankommst, umso besser lässt sich dein Code auch in Zukunft pflegen. Denn eigentlich sind die Schritte in so einer Engine auch nicht so riesig. Und immer wenn dann jemand sagt, er hat Probleme das dahin zu bekommen, bedeutet es, er kümmert sich auch nicht darum, wieder an den Standard ranzukommen. Also haben wir auch potenziell in der Zukunft Probleme. Das heißt, wenn das jetzige Unity Update ein Jahr dauert, dann hat man die Hoffnung, dass das nächste recht schnell geht. Aber wenn du es nie fertig kriegst und die Arbeit da nicht reinsteckst, ja. So, ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll, aber das ist so mein, der Gedanke dazu, warum mich das stört. Und ich bin nicht in deren Codebase und ich bin auch kein Unity Dev und ich bin schon gar kein Game Dev. Aber so ist das eigentlich in allen anderen Bereichen der IT, würde ich behaupten. Und das bedeutet, Tarkov wird alt, älter, am ältesten. Skaliert nicht mit neuer Hardware. Skaliert aber auch nicht mit neuen Features, die die Engine bringen könnte. Das heißt, wenn morgen jemand beigeht und eine supergeile Physikanpassung für Unity rausbringt, die die Performance von Physikberechnung in der Unity grundlegend überarbeitet und die Performance davon besser wird, wird Tarkov da nicht profitieren können. Das wäre der Umkehrschluss. Unity ist die Engine, also das Grundgerüst des Games, was eigentlich alles bereitstellt. Die Anbindung, also eine Engine kümmert sich darum, dass du als Programmierer anfängst und sagst, spiele einen Sound ab. Die Engine kümmert sich dann darum und sagt, ah, ich habe Windows, da sind Wiedergabegeräte, du kannst die auswählen und, äh, dann sag mir mal noch, welche Lautstärke und dann sag mir mal noch, äh, Stereo oder sowas wie, äh, äh, 5.1, also hier Surround und das ist alles von einer Engine gemacht. Und du sagst einfach nur, spiele einen Sound ab. Also, dass die Grundfunktionen bereitstellen, das ist eine Engine. Und wie umfangreich oder wie wenig umfangreich das ist, es kommt immer auf die Engine drauf an. Aber deswegen sind ja die ganzen Unreal 5 Games heute so der Asset Flip. Warum die Games so kritisiert werden, weil du hast so ein geiles Studio, dass du rein mit Rumgeklicke holst dir eine Map aus dem Store, holst dir einen Charakter aus dem Store, kaufst dir einen Charakter-Movement, sagst dem noch, der soll da patrouillieren, dann sollen die, also verstehst du, du hast so sehr viele Sachen, die du einfach mit Klick und hier und Klick und da und hier und noch was und hier, das soll einen Ton machen und hier ist ein Auto und da kommt dann hier was und dann, wenn du da längst gehst, gibt's so Action-Trigger und dann passiert was und dann bist du schon so weit, dass heute halt immer dieser Exit-Scam eine Rolle spielt. Wo wir ja gerade bei Project Lead so ein bisschen wieder einen abdrehen oder The Day Before. Und das zeigt ja, so eine Engine ist schon auch, aber auch irgendwo wichtig und nimmt dir viel Arbeit ab. Somit potenziell am Ende des Tages für dein Spiel auch immer interessant. Ne? Ich weiß nicht, aber ja, ne, greifbarer Krieg ist gerade nicht, aber das ist so das. Ja, ja, genau, Martin from Austria, ne, bei neuen Geschichten ist das so. Und wenn Tarkov sich um was genug gekümmert hat, dann sind das eigene Sounds und eigene Assets. Jetzt wäre es geil, wenn es nur noch ein Flip wäre und es gut funktionieren würde. Auf welcher Unity-Engine läuft Tarkov-Stand jetzt noch? Ich erinnere mich nicht. Wir haben davon gesprochen, dass wir Unity 21 kriegen wollen, ne? Also sind wir noch auf 20 oder sind wir noch auf 19? Ja, ne? 19, ne? Ich meine, das ist fünf Jahre alt, ne? Wäre schon mal langsam wieder gut, das hinzubekommen. Aber ja, ich weiß auch nicht. Ja, aber nochmal von der Kritik weg. Ich hatte eben schon gefragt und habe die Antworten aber nur so halb gelesen, weil ich so ein bisschen in meinen AMD und Unity Talk abgetaucht bin. Was sagt ihr denn zu den Änderungen im Allgemeinen? Wie ist eure Auffassung dazu? Ja, Taurus, das ist so, ne? Also, und das mit den fünf Jahren ist ein bisschen dahergezogen. Also so eine Engine kommt auch mal ein Stück später raus und du kannst auch nicht immer up-to-date sein. Aber es soll einfach nur zeigen, wir haben schon eine gewisse Distanz zurückgelegt, ne? Ich dachte, kommt mehr, to be honest. Okay. BTR brauchst du jetzt nicht auf Woods. Das mit dem GZ finde ich ganz okay. Ground Zero finde ich ganz okay. Rest lese ich noch. Na, okay. Ich habe Angst wegen der Engine. Hä, ja, Angst. Das muss man jetzt auch nicht haben, aber... Ground Zero wird bestimmt wieder gut. BTR useless. Ich finde es auch gut, dass Ground... Also, wenn ich jetzt darüber nachdenke, finde ich zwei Sachen sehr, sehr, sehr gut. Und zwar ist das einmal... Das ist die Damage Penetration Stats. Finde ich mega stark, dass das jetzt im Game kommt. Die Frage ist, wie es genau aussieht. Und parallel dazu finde ich es wirklich gut, dass du nochmal Ground Zero spielen kannst. Kommt Unity jetzt? Ne. Ja, Kai, genau. Also, ich finde den BTR auf Woods auch sehr angebracht. Gerade wenn du am anderen Ende bist. Und bietet halt nochmal so eine Exit-Option. Ist potenziell ein Punkt für mehr PvP, weil Woods sehr weitläufig ist. Und vielleicht mal am BTR sich treffen, weil beide da hinwollen und zum anderen Ende der Map wollen oder sowas. Ihren Kram nach Hause fahren, finde ich auch immer sehr nice. Doch, ich finde den BTR schon ganz lustig. Aber cooler finde ich, dass Ground Zero jetzt für alle spielbar ist. Ich glaube, das PvP auf Ground Zero kann ganz geil werden. Freue ich mich richtig drauf. Ja, weiß ja nicht, Joe ist, aber immerhin. Shimbler Zero? Fandste? Also, ich stelle mir das so vor. Man spielt Duos, der eine snipet oben vom Berg und der andere löst die ganze Zeit den BTR und fährt mit dem Ballern durch die Gegend. Und immer wenn der was schießt, dann kann der vom Berg oben reagieren und die finden, die vom BTR beschossen werden. X, S, C, A, R, F, A, C, X, 86 hat gerade für 50 Monate er abonniert. Moin. So stelle ich mir das Ganze vor. Hat sich an Shooterboarden was geändert? Ja, du musst das jetzt auch auf Ground Zero machen, wenn du noch nicht fertig bist. Schön, dass man seinen Account gerade zurückgesetzt hat und... Naja. Musst nur gut Geld mitnehmen, ja gut, aber... Okay, Pinky, was geht? Schön, dass ihr da seid, Leute. Ja, okay. Aber viel mehr gibt es, glaube ich, nicht zu besprechen, ne? Ist der Patch jetzt fertig? Ich guck mal eben. Kann ich jetzt spielen, oder? Sind die ein bisschen schneller fertig? Game is unavailable. Ich versuch mal. Hm, Game cannot be started. Please try again later. Wann ist later? Wann soll der Patch fertig sein? Ja, das ist ne gute Frage. Hat's um 9 gestartet, oder um 8? Ich war nicht da, ich hab's nicht verfolgt. Das heißt, ihr habt gerade mit Prime abonniert. Netzer Mio, Dankeschön, Mann. 13 Uhr oder 14 Uhr? Wann ist der geplante Ende? Der ge... Wann ist denn geplanten Ende? Nein, 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 nein. 9 bis 14 Uhr. Ich glaube auch, dass das die deutsche Zeit ist, oder? 8 bis 13? Ne, 9 bis 14, ne? Traurig. Obwohl Tag auf Down ist, findet man in Arena keine Games. Oh, echt? 9 gestartet, plus 5 sind 14 Uhr. Das hast du sehr schön vorgerechnet. Möchtest du an die Tafel kommen zu Phantom 2 und uns das allen zeigen, oder? Können wir tun? Nee, der ist nur für Prozentrechnung da. Ja, Rechenweg, bitte. So geht's ja nicht. Hätte der smoother Transition between Day and Night Ambient, bitte, ja. Das war auch schon gestern geil, es war Mond, hell und zack. Licht aus, mittendrin, einfach so. Nee, Dark Souls, aber das steht bei Sound. Das Licht ist immer noch so. Das ist nur nicht mehr so... Nur der Soundunterschied, die Lautstärke war doch so unterschiedlich. Da haben sie so einen Fader draufgelegt. Also vorher war es so und jetzt ist... Aber grafisch? Genau da habe ich direkt dran gedacht. Deswegen habe ich es gar nicht... Ich habe es gar nicht thematisiert. Ich wende, die Nacht ist immer noch genauso rein optisch, sodass alles hell, alles hell, dunkel. Aber wenigstens erschreckst du dich nicht mehr, weil... Also, ich... Aber ich lasse mich auch eines Positiven überraschen, aber nee, glaube... Nee. Nee, nee. Das wirkt eher wie so... Na, was können wir noch machen? Ja, komm, machen wir... Ja, okay. Okay, Leute, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Was tun wir jetzt? Clip schauen? Ich glaube, ich mache jetzt eine halbe Stunde Shakes and Fidget irgendwie. Dann habe ich ein Placement-Teil mehr, weil ich habe ja nichts zu tun. Und dann wechseln wir irgendwie nochmal... Oder spiele ich eine Runde Arena? Ja. Ja, nö, ich glaube, ich mache eben einmal Shakes and Fidget. Leute, ich habe gerade als Shakes and Fidget als Partner und wir haben letztes Mal angefangen und ich habe minimal weitergemacht, aber weit bin ich immer noch nicht. Vielleicht könnt ihr mir ein bisschen was erklären. Das mache ich jetzt eben. Habe ich irgendwie Bock drauf. Backpack Battles? Ja, vielleicht danach. Aber ich mache erst mal das hier. Ja, Leute, falls ihr nicht wisst, was Shakes and Fidget... Shakes and Fidget ist, das hier. Ein Spiel, das habe ich schon mal vor, ich glaube, 17 Jahren oder so gespielt. Wir hatten das letzte Mal schon ausgerechnet. 2009 kam das raus. Und die haben mich angefragt und ich habe gesagt, ey, ja, das kennst du, das hast du schon mal gespielt, lass machen. Und ja, wir sind auf EU10 aktuell. Jetzt habe ich denn meinen Account mitgeteilt und habe unfassbar viele Dinge bekommen. Aber das wollte ich doch gar nicht. Ja. Also gestern hatte ich das noch nicht. Da hatte ich 18 Pilze oder so. Ja, okay. Ich bin jetzt reich. Das wollte ich aber gar nicht. Oh, darf ich das einfach... Ich zeige Marvorks Nachricht lieber nicht on-stream. Wer weiß, was der mir wieder für Bilder geschickt hat. Ähm, so. Was ist in der... Was ist hier los, Alter? Was ist das für eine Ansicht? Das habe ich alles noch gar nicht gesehen. Gaukler-Goblin? Was ist das? Legendary-Dunt? Erst mal in der Taverne. Abholen. Das habe ich gespielt. Kannst du das wieder ausmachen? Das ist echt so ein bisschen doof. Hast du einen Affli-Link? Ausrufezeichen Shakes. Hörnseh-Dum. Dann kommt der. Ähm. Ja, nee. Hm. Das wird jetzt wahrscheinlich schwierig, denen zu sagen, dass ich das nicht haben will. Entfreundlich, ne? Die hatten mich gefragt, wie mein Account und so ist. Aber die hatten mir nicht gesagt, dass ich unfassbar viel Zeug dafür bekomme. Ich hätte jetzt lieber den Free-Account ein bisschen gelevelt. Aber jetzt nochmal von vorne, weil ich habe ja auch die geilste Gilde der Welt gegründet. Wieso ist denn das Logo wieder weg? Ich habe doch... Ich hatte das doch angepasst. Ich habe mir ganz viel Mühe gegeben, hier ein hübsches Logo zu bauen. Muss ich da irgendwie Speichern drücken? Oh, ich habe Übernehmen nicht gedrückt. Okay. Aber das kriege ich jetzt... Das kriege ich jetzt ja relativ schnell wieder hin. Scheiße. Ich hatte da was Schönes zusammengestellt, Leute. Kleinen Moment. Ich dachte ja, cool. Und dann habe ich wahrscheinlich irgendwo anders hingeklickt. Ja, 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 ja. Wartet. Ja, wartet, wartet. Das haben wir gleich. Das müssen wahre Pizza rauben werden, hier. Was hatte ich hier? Daran erinnere ich mich nicht mehr. Ich glaube einfach relativ schlicht so oder so. Figur. Ja, wartet, 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 wartet. Warte. Ah, ja. Ja, ich bin nicht ganz dran, aber... Ja, so. So hatte ich... So hatte ich das gebaut. Falls ihr mitmachen wollt, rein in die Pizza rauben. Ritter 0? Achso. Ja, ich habe auch 0. Okay. 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 Was, äh, Fluchti, was, Stuhl? Wo bekomme ich so einen Stuhl mit einem eigenen Namen oder Logo bestellt? Ja, bei Game Changer. Das machen mehr Hersteller, aber das hier ist ein Game Changer? Ja. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm Ähm Hä? Wie kann ich die Treibsanduhren verwenden? Benutzen. Sehr gut. Damit kann man immer Abenteuer überspringen. Jetzt habe ich wieder 99. Ne, habe ich noch gar nicht viel gemacht. Okay. Das hier hält noch, das hält noch. Die Frage ist, kauft man überhaupt Zeug? Also es sieht halt schon so aus, als wenn ich ab und zu mal so ein Zeug kaufen könnte. Gerade wenn das jetzt, ja gut, drei Pilze hätte ich vorher wahrscheinlich aber auch gemacht bei dem Unterschied. Ne? Sind ja nur 160 Rüstung mehr. Krank des ewigen Lebens? Laufzeit? Ja, benutzt den doch mal. Hält ja sieben Tage. Lebensenergie 25. Sehr gut. Nein, du findest bessere. Ah, okay. Das ist eine gute Info. Weil den Rest habe ich auch. Ich habe hier gestern 1, 2, 3 coole Sachen schon bekommen. Aber manche Sachen sind halt auch echt noch so Anfängerzeug. Aber ich meine, ich level halt hoch, ne? Gut, ich benutze mal hier meine Ich benutze mal eben hier meine meine komischen Uhren, wenn ich die noch habe. Nur Sammelalbum wäre gut. Was ist ein Sammelalbum? Poliakator. Ja, ich entscheide mich immer für XP. Geld habe ich ja jetzt genug. Findest du einen Zauberladen? Und also wofür ist das? Hast du eigentlich schon Skills gelevelt? Ja. Jetzt habe ich ja unfucking... Wobei, Geld ist gar nicht so viel, oder? Ich glaube, ich hatte schon mal 180, 200 Gold irgendwie gesammelt und habe dann erst angefangen hier zu investieren. Pilze ist halt krass viel, was sie da jetzt rausgehauen haben, ne? So ein Quatsch. Schnüffe? Manchmal? Ja, ne, das Geld habe ich bekommen. Ich habe denen mein Account mitgeteilt, weil ich wusste nicht, ob sie Aktivität tracken wollen oder warum genau ich mein Account mitgegeben habe. Und jetzt haben sie mir hier halt mal so ein... Verstehst du? Haben sie mir so ein kleines Starterpaket gegeben. Ich kann dir nicht mal sagen, wie viel genau. Aber die Pilze waren auf jeden Fall vorher 18 oder 19. Ja, so. Komm, wir machen das mit Überspringen hier. Sollte ich vielleicht insgesamt tun. Dass wir auf jeden Fall mal durchziehen hier. Ich mache mal maximales an XP hier. 110 Euro Pilze. Ja. Die wollen halt auch ihren Pilzshop bewerben, ne? Sag ich mal. Ja, Eisen, der lässt sich wohl so nicht ändern, aber ich kriege vielleicht noch einen. Das haben sie geantwortet. Mehr weiß ich aber noch nicht. Könntest du nochmal Einladungen stellen, damit man in der Gilde joinen kann? Ja, sehr gerne. Sind Pilze jetzt auch legal ab dem 1. April? Ich denke schon. Was? Ja, ja, ich mache hier nochmal welche. Wie war das eins? Und dann kann ich hier dreimal klicken. Also wenn ihr mitmachen wollt, kommt einfach rein in die Pizza robben. Ach ja, nee, das ist der Rang. Jetzt wollte ich den schon wieder vorlesen. Wir sind schlechter geworden. Ah. Nimmst mal den Pilzshop, wie viel die wert sind. Ah. Jo. Okay. Konfrey, moin. Na? Alles frisch bei dir? Ja. Ich überlege, irgendwas wollte ich aber noch tun. Genau. Wir können gleich mal in den Dungeon gucken. Aber das geht auch nicht, während ich Dings bin, ne? Ich bin mal ganz, ganz kurz AFK, Leute. Kleinen Moment. Ich habe mir mal eben was zu trinken. Una momenta pauvre, vore, ja? Ich bin mal ganz, ganz kurz drauf. 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 Vielen Dank. 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 Ja, da kriegst du ein Schnauze. Du kriegst du ein Schnauze rein jetzt. Na, guck mal. Off. Hier haben wir nochmal so ein Berserker-Ding hier. Mach ihn fertig. Easy, Alter. Kann ich den nächsten auch gleich machen? Ach so, da muss ich jetzt 10 Minuten warten, ne? Ach so, da muss ich jetzt 10 Minuten warten, ne? An die Stunde? Hä? War das letzte Mal noch 10 Minuten und jetzt ist das eine Stunde? Ändert sich das irgendwie? Ich erinnere mich, ich erinnere mich, ich erinnere mich, ich erinnere mich, es gab so Leute, die haben auch, konnte man das Spiel auch komplett ohne grafisches UI spielen und Teil automatisieren irgendwie? Ich erinnere mich irgendwie an so ein, das sah aus wie so ein Datenbank-Client, so eine Desktop-Anwendung, die man, ich weiß nicht, wie gesagt, ich hab's irgendwann mal gespielt, da gab's doch so ganz wilde Sachen, oder nicht? Äh, und ich wusste nicht, ob das hier meine Abenteuerlust reduziert. Na, let's go. Und dann kann ich einmal überspringen, solange ich die Uhren noch hab, hier, komm. Zieh mal durch, bisschen leveln hier. Nougat in Town, moin. Ne, das ist vermutlich ein Bot, der ist dann wieder nicht erlaubt. Ah, ne, ne, ich bin mir sehr sicher, dass das sogar erlaubt war irgendwie. Vielleicht haben sie da mal die Regeln geändert später, ja, weil sie das nicht wollten oder so, aber ja, keine Ahnung. Aber ich erinnere mich irgendwie an so einen Quatsch, ja, der das alles mögliche ausgelesen hat und so, ne? Und Jickle ist jetzt auch hier, oder was? Ah, ich muss jetzt mal die Aktivität prüfen hier. Kann ich auch sortieren nach der Aktivität? Ich muss ja die ganzen Karteileichen hier mal rausschmeißen. Mitchell, was ist da los? Einen Tag, achso, genauer geht's nicht, oder was? Okay. Ich glaub, ein Tag ist halt das Maximum, weil wir erst einen Tag und einen Keks hier die Gilde haben. Also, falls ihr Bock habt, kommt gerne dazu. Macht gerne mit. Wir sind auf EU10 und wir sind die Pizza rauben, ja. Und noch haben wir sechs Plätze. Und wer jetzt zuerst kommt, ja, und dann tauschen wir halt durch die Leute, die gar nicht spielen und sowas, ne? Warum ist Eason eigentlich schon Level 17 und ich bin erst Level 15? Ah, der hat von heute schon fertig wahrscheinlich, ne? Okay. Ja, genau. Außer wenn du deinen Checks, dann kommt der... Jo, yes. Let's go. Wir können einfach auf Maximum XP. Level 22, let's go. Hast du dann reingepayt, oder warum bist du so krass? Willst du mal einen Raid starten? Ich weiß nicht, was ein Raid ist. Können wir zusammen einen Raid machen? Ich würd gern Level 25 sein, dass ich hier so eine Festung bauen kann. Aber das scheint heute wohl nichts zu werden. Ja, ich glaube, es ist nicht so das Stream-Game insgesamt Ziegenbock. Also das kann man halt auch cool am Handy nebenbei so machen, ne? So hab ich's jetzt gestern gemacht. Aber ich wollte heute Morgen extra nicht am Trauern noch mal reingucken können. So war mein... Gedanke. Ja, Gilden Raid... Gilden Raid geht, glaube ich, erst, wenn der Gildenmeister Level 50 ist. Digga, wie soll ich Level 50 werden? Das dauert ja Wochen. Müssen aber alle mitmachen. Alle, die live sind, oder? Ja, komm, ich klicke trotzdem noch über den Springen. Du kannst der Gilde nicht joinen? Ja, weil kein Platz mehr ist. Jetzt kannst du. Ja. Das ist halt ausgegraut. Nope. Also irgendwie anders hat's aber geschafft jetzt eben. Versuch mal noch mal. Irgendwie will ich fährst du da so'n Scheiß. Action is still mine. Jetzt gib doch mal ein geiles Item. Ich brauch neue Items. Ich würd's... Also geh ich immer auf XP, aber weil keine Items da sind, ne? Ja. Muss Quests annehmen. Wo mach ich das? Ja. 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 Also ich kenn mich echt nicht mehr aus. Ich hab keine Ahnung. Ich hab's nicht gesehen. Am Anfang war da irgendwas, ne? Aber ich war... Weiß nicht. Linker Typ in Rot. Der da? Ist doch noch Abend, Feuer. Ja. Wie kann man denn Leute einladen? Hast du jetzt die Möglichkeit, Quests anzunehmen? Guten Tag, Herrn Bucky. Moin. Ja, ich... Ihr müsst... Ihr müsst... Also ihr... Also ihr... Also... Das hab ich verstanden, Shogo-Eyes. Aber was für Quests? Meinst du damit die Abenteuer, oder was? Das mach ich doch die ganze Zeit. Aber es sind halt keine Items da. Normalerweise wäre hier noch das Item. Und das ist doch das, was ich sage. Ich hab heute noch kein Item gesehen. So wie du jetzt auch siehst, oder? Aber das meinst du mit Quests, oder was? Musst weitermachen. Ich seh schon. Unser Gespräch ist auf jeden Fall auf einem hohen Niveau angekommen. Sind die Server down? Ja. EFT ist gerade down. Da wird gerade gepatcht. Ich dachte, es gibt jetzt noch was on top, weil ich so und so ein Level hier hab. Wo man noch übergreifend sowas wie Weekly, Dailies... Hier, mach dreimal... Mach siebenmal... Mach... Weißt du? So ein Ding. Sollen wir mal ein bisschen über Stats reden, Leute? Also, ich geh momentan eigentlich mainly auf Stärke und Ausdauer. Sollte man noch irgendwas anderes und ein bisschen Glück, damit man ein bisschen Crit hat? Ich dachte so, hey, 10% Crit klingt geil. Aber ich weiß nicht, ob ich hier irgendwas anderes auch noch mitnehmen sollte beim lieben Berserger. Diese Raserei-Geschichte gefällt mir ja nicht ganz gut, aber... Nur Stärke und Ausdauer, okay. Glück auch einfach weglassen, du meinst, man krittet eh nicht, oder was? Ich geh mal in den Zauberstamm und guck, ob du das Album da kaufen kannst. Also, ich seh kein Album. Du meinst hier bei den Items? Hier ist nur noch so ne Kette da. Glück kommt später alleine. So, da warte ich mal auf später, ne? Aber ich seh das auch richtig, dass man hier mal richtig schön... Mal richtig schön einen raushaut, ja? Also, alles an Kohle hier rein investiert und den... Also, so, hier so. Mach ich das so richtig? Mach ich das so gut? Ist das so richtig? So? Macht man das so? Ist das 6C40? Ja, kein Problem, ne? Für mich. Dann müssen wir eben hier ganz kurz das Capture für TikTok lösen, sonst sind wir wieder offline. Wieso hab ich's gesehen, Alter? Jetzt hab ich eine stunde Zeit. Geil. Äh, so, ja, hier nochmal ein bisschen hier. Vielleicht so, so. Einfach mal alles reinknastern, da. Ja, okay. Kann es sein, dass ich der Gilde nicht joinen kann, weil ich zu hoch im Level bin? Ja, jetzt sind die Slots wieder... Jetzt sind wir 50. Ich weiß jetzt nicht, ob... Das ist halt das Problem. Ich weiß jetzt nicht, ob alle aus dem Stream sind. Weil die Übersicht... Naja, ich weiß jetzt auch nicht, wie ich's sagen soll. Jetzt sind wir 50. Müssen wir jetzt eine Zweitgilde gründen? PizzaRobben 2? Oder können wir irgendwie vergrößern? Kann man die Gilde größer machen? Oder muss man dann mit mehreren wieder arbeiten? Das find ich immer ein bisschen schade, weil wenn ich mit 100 Leuten spielen will, dann bin ich mit 100 Leuten spielen. Und wenn ich mit 200 spielen will, dann bin ich mit 200 spielen. Dann bin ich mit 50. Also 50 ist Maximum. Insgesamt immer Overall. Weil sonst hätte ich die Pilze jetzt gerne genommen, um das zu tun. Du kannst niemals die Kapazität vergrößern. Dann hab ich Idee. Dann hab ich Idee. Wir machen gleich einen zweiten Char. Und wie nennen wir den? Virus Schnitzlav. Und Virus Schnitzlav baut... Hm. Wie nennen wir die zweite Gilde? Gaba-Pilze. Kannst du in deinem Level auch schon Expeditionen statt Abenteuer machen? Was ist eine Expedition? Oh warte, dann ist heute hoffentlich der Schnee in EFT weg. Ich denke nicht. Ich denke, das Event wird zu Ende laufen. Aber dann werden wir nicht auf das normale Wetter-Setting setzen, sondern auf den neu hinzugefügten Frühling. Dann schauen wir mal. Schauen wir mal im Zahnrad links unten. Was soll ich hier gucken? Man kann einfach keine Gilden-Einladung machen? Achso, ah, dass man keine erhält. Schlimmerkiste aus. Achso, aha, hier hab ich also keine. Was ist hier eigentlich, Alter? Was will er? Deine Aufgaben. Es gibt doch Quests. Was muss ich machen? Egliche Belohnung. Oder ist das einfach nur, wenn ich mich einlogge? Ich verstehe noch nicht, was ist meine Aufgabe? Drei Mal Kämpfe gegen Klasse Klieger in der Ehrenhalle gewinnen. Ah, dreimal Bier in der Taverne trinken. Ja, wir haben es auch leisten können. Ja, ich versuche das alles noch zu verstehen, Leute. Langsam, langsam. Ich lese noch. Helden in der Arena besiegen. Alles klar, wir müssen in der Arena. Ich habe verstanden. Aber in der Arena. Let's go see. Hier, komm, überspringen. So, jetzt soll ich hier in der Arena hier wen besiegen. So, wer ist hier? Wer von euch ist der Schlappschwanz hier? Du. Komm. Dich mach ich fertig, Junge. Pass auf. Digga, du haust ganz schön raus, ne? Fuck me, Alter. Aber jetzt kommt mein Dreierangriff. Nee. Einfach aus so unseren Shakes. Okay, wie soll ich abschätzen können, ob ich gewinne? Der Penner hat mich fertig gemacht. Krieger besiegen. Ja, ich sehe aber keinen Krieger. Siehst du einen Krieger? Ich meine, würde ich ja machen. Aber das hier ist irgendwie ein Jäger. Das ist ein Magier und das ist ein Jäger. Also, wie soll ich? Also, verstehst du? Ja, komm, ich mach ich aber jetzt fertig dafür. Wieso mach ich meinen Berserker-Angriff denn nicht? Ja, drüber hauern, ob die Werte grün sind. Das könnte helfen. Wo sind die tausend Gold hin? In meinen Stats. Dich mach ich aber fertig. Dich mach ich jetzt aber fertig. Pass auf, Macker. Schön, dass du viel Leben gepumpt hast, aber ich mach dich. Dich mach ich fertig, Alter. Mateo! So, ist das ein Krieger? Ne, ist auch wieder kein Krieger. Ich meine, wenn kein Krieger da ist, ne? Wie soll ich den besiegen? Aber ich mach mich trotzdem fertig. Such dir die Gegner in der Ehrenhalle. Die sind schlechter. Okay. Einfach wie ein EFT, Digga. Einfach wie ein EFT, Mann. Okay. Okay. Äh. GG. Ein Item würde ich nehmen. Oh. Oh. Ja. Oh. So, und in der Ehrenhalle kann ich jetzt Leute auf meinem Niveau so... Morpheus Lee, Alter. Dich mach ich fertig. Und wie soll ich jetzt hier, wie seh ich hier die Stats so? Wenn ich jetzt Gussmann nenne. Also. Und dem kann ich jetzt auch, kann ich jetzt hier sagen, diesen Spieler angreifen. Ah, Expedition. Ja, okay. Hör auf, Schleim. Hör auf, Schleimi. Geil. Weil jetzt hab ich hier in meinem Waffenladen neue Handschuhe, ne? Geil, Mann. Jetzt bin ich krasser Marfucker. Jetzt kann ich das hier verkaufen. Ja. Oder macht man damit was anderes. Ne, aber jetzt geh ich in die Ehrenhalle. Such mir irgendwie so einen Magger aus. Und sag hier, komm. Komm. Ja, komm. Ach ne, Krieger soll ich ja. Aber ja, oh, das läuft besser. Ja. Okay. Ähm. Krieger. Wie war das Kriegersymbol? Mouse-Over funktioniert nicht. Welches war denn das Kriegersymbol? Niemand ist Krieger auf meinem Level, oder was? Ja, scheiße. Das hier ist doch das... Assassinen, oder so. Und das ist mein Berserker. Das ist der Jäger. Schwertschild. Schild. Ja, und wo ist das Schwertschild? Das hier ist der Barde. Ist hier kein einziger, oder was? Auf meinem Niveau spielt keiner Krieger, oder? Ach hier. Das hier, oder? Ich mach dich fertig, Junge. Ja, mach. Hey, Tobina. Krieger. Können wir das jetzt bitte nicht so enden lassen wie eben? Krieger. Du mach aber auch Komm Mach Mach was cooles Backflip oder so M80 hat schon Mittelfinger Auf Mutter gehen Okay Da stand aber Arena lol Meinst du das zählt jetzt nicht? Wie komme ich denn zu dieser Hauptansicht zurück? Wie verlasse ich denn den Also wie Wo ist denn diese Stadthalle oder Übersicht oder Ich raff es nicht Ach einfach hier oben aufs X vermutlich Kämpfe ohne Epics oder Legendaries in der Ehrenhalle gewinnen Zehnmal Bier trinken Kämpfe mit bloßen Händen in der Ehrenhalle gewinnen Aber hier steht Arena ne Ich hab halt einen Menüpunkt für das hier gesucht Aber das ist das Hauptmenü irgendwie Ja Einmal gegen den Hütchenspieler gewinnen Auch so ein geiles Ding Was ist denn der Hütchenspieler Der war hier in der Ecke ne Dann kann ich doch mit ganz wenig Ich will weniger einsetzen Okay Leute ihr passt mit auf Leute ihr passt mit auf Ihr passt mit auf Seid ihr bereit? Was ist das? We go Du Penner! Du Penner! Yeah! So. Richtige einarmiger Bandit-Vibes hier, Alter. Jetzt auch endlich mal Gambling. Zum Glück nur Ingame-Währung. Okay, Leute. Abstimmung. Links, Mitte, rechts. Wir machen einfach so. Neue Abstimmung. Eine Minute. Wo ist die Kugel? Fragezeichen. Links, Mitte, rechts. Los geht's. Ihr habt eine Minute. Dann klicke ich. Abstimmung. Jetzt. Dann seid ihr schuld. Ich habe nämlich keine Ahnung. Los, abstimmen. 30 Sekunden noch. Mist. Ich habe nicht aufgepasst. Safe, rechts. Ich stimme, ich habe überhaupt nicht mal zugeschaut. Ja, das ist wie Schwarmwissen. Was meinst du, Sneeter? Tarkov ist schon wieder spielbar. Aha. Tarkov geht bei einigen wieder. Ja, oder sie trollen dich und spielen ihr eigenes VUD ab. Weil noch ist das nicht wieder... ...da. Also ich kann auch mein VUD von gestern abspielen und sagen, dass es wieder live ist. Jetzt auch nicht das erste Mal. Aber... Achso, was haben wir denn? Links. Okay, Leute. Passt auf. Passt auf. Aufpassen. Aufpassen. Da, rechts ist sie jetzt. Aufpassen. Okay, ich habe eine eigene Meinung. Neue Abstimmung. Kann ich das nicht wiederholen vom letzten Mal? Ah, okay. L. M. R. Wo ist es? Ich habe ein bisschen abgekürzt. Ich wusste nicht, wie man wieder... Ich hatte keine Lust zu tippen. L. M. R. Links, Mitte, rechts. Aufpassen. Hundertprozent links, weil vorhin war es nicht. Ah. Du meinst, du guckst ihm in die Augen und kannst... Ich weiß, ich habe so viele Pilze, weil ich denen gesagt habe, welchen Account ich spiele. Und die wollen, dass ich da rein shoppe. Ich weiß aber auch nicht, ob ich das doll mache. Ich meine, das Gold habe ich kurz mal eben in Stats gesteckt. Das war auch nicht so viel, aber das mit den Pilzen, weil sie in der Mitte... Shit, beim zweiten Versuch, Alter! Ja, okay, machen wir nochmal. Noch einmal. Kann ich das wiederholen einfach hier auch? Ähm, Leute, aufpassen. Erst müsst ihr aufpassen. Ihr passt auf. Passt auf jetzt. Ja, rechts ist er. Du Digga. Ah, ich würde... Ah, ja. Ich sage es aber nicht. Ich will euch nicht primen. Ich sage euch jetzt... Wie kann ich das denn wiederholen, Alter? Kann ich die nicht einfach nochmal machen? Wieso kann ich denn die Abstimmung nicht nochmal machen? Das geht nur mit Vorhersagen. Aber Vorhersagen sind ja Quatsch. Mann. Na gut. Ich mache wieder links, wieder rechts. Ich mache nochmal eine Abstimmung, weil ihr habt ja recht. Vorhersagen wäre auch ganz witzig. Die Leute ihre Punkte mal rausbuttern, oder? Hm. Also ich sage auch... Rechts. Diese Gambling-Stream-Seele verkauft. Ja, schlimm. Aber es fühlt sich halt wirklich komplett random an, oder? Ich glaube, man kann nicht... Es ist einfach random, oder? Zum Glück geht es nur um In-Game-Gold, was ich durch meine Aufgaben bekomme. Aber da stand ich, muss dreimal gewinnen. Das mache ich jetzt auch. Aha, links. Chat hat einfach immer recht. So viel zu random, Alter. Ich frage aber jetzt Chat immer. Easy. Danke. Hat geklappt. Geil. Was ist denn das Glücksrad, Digga? Ist das auch so eine Paid-Option, oder? Was ist das Glücksrad, Leute? Sind das diese Punkte, die man für Werbung schauen bekommt? Ist das... Ist das... Ist das hier das... Sind diese Lucky-Coins das, was ich bekomme, wenn ich Werbung gucke? Okay. Ja, dann... Freidrehen! Das habe ich noch nicht mal gesehen. Ach, hier unten ist das Glücksrad. Ich habe Holz gewonnen! Benutzt man die Punkte dafür, oder kann man die noch für was anderes verwenden, was sinnvoller ist? Also, das sind diese Werbepunkte. Man kann sich Werbung angucken, und dann kriegt man da ein paar von. Kann man... Also... Benutzt man die Punkte dafür, oder für was anderes? Hier, Mac Schnitzel, du kennst dich aus, hast du gesagt. Saran. Dafür, oder? Dafür, oder Schwarzmarkt? Was ist denn jetzt wieder Schwarzmarkt? Schwarzmarkt. Habe ich nicht entdeckt. Kommt Schwarzmarkt erst später, oder? Ich sehe den Schwarzmarkt noch nicht. Das Plus oben? Ah! Hier kann man auch... Nö. Aber hier kann man noch nichts für... Ach doch, hier! Ach, man kann die Punkte umwandeln in die... Ich möchte nicht warten Punkte. Ich hatte diesen Namen. Ich habe vergessen, wie die heißen, aber ein Mouse-Over wird mir jetzt helfen. Dann könnte ich es euch sagen. Also hier die... Irgendwas Gläser, Zeit, Spar... Zeit, Spar, Gläser, Gläser, Spar... Zeit, Spar, ja? Okay. Ja. Den verstehe ich. Aha. Sanduhren. So, ja. Sanduhren. Hätte man darauf kommen können, gebe ich zu. Okay, ich drehe doch mal am Rad. Das klingt doch ein bisschen nach mir. Am Rad drehen, der Geist. Hä. Oha! Oha! Was kostet mich ein Bier? Komm, wir machen das eben noch einmal. Oh! Ausdauerglück? Ne, das ist nicht geiler. Schade. Aber ist auch das, was die meiste XP bringt. Ja, dann los. Überspringen wir doch mal. Bier, Bier, Hop, Hop, rein in den Kopf. Bier, Bier, Hop, Hop, rein in den Kopf. Ja, wir können jetzt auch wieder aufhören. Das war jetzt unsere Session. Wir machen schon viel zu lange. Mein Placement war doch nur für 30 Minuten. Warum mache ich denn so lange? Naja, naja, gut, ein bisschen können wir noch. So, jetzt würde ich gerne noch einmal gucken. Oh, ich habe eine Uhr gewonnen. Das ist geil. Ist das eigentlich random, dass man noch zu was... Also, hier werden ja Sachen angezeigt, aber manchmal bekommt man ja noch was on top. Ist das irgendwie random oder kann man das irgendwie ablesen oder sowas? Weil jetzt habe ich immer einfach so eine Uhr hier noch on top bekommen. Und das war ja vorher nicht angezeigt. Random. Achso, also einfach kriegst du mal was on top. So, immer nur Uhren oder auch was anderes? Okay. Auf welchem Server seid ihr? EU10. Momentan ist die Gilde allerdings voll. Wir müssen mal gucken, ob auch alle spielen. Das wird sich in ein, zwei Tagen wahrscheinlich aussortieren. Gehe ich mal stark von außen, sowas die letzten Male immer. Finde ich ein bisschen schade, dass man nur 50 Leute reinpacken kann. Hier muss man irgendwas gucken. Und ich dussel, habe ja mein Getränk da hinten stehen lassen. Ich glaube, wir müssen das mal eben... Dann geht gleich los. Klar, ich hole mir... Ah, hier, hier. Ah, ah, ja. Ja, ja. Ja, warte mal. Hier so. Mhm, 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 mhm. Mhm, 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 mhm. Ich hab noch einen Char auf Welt 11. Ist das dann ein alter Server, oder? Also, ehemaliges Server, die hieß mal anders, ne? Ich hol mir mal eben mein Getränk, Leute. Außer, was da ein Song ist, ist TH. Ich hol mal eben meine Flasche, Mom. Vielen Dank. Ich hab nur eben meine Flasche geholt. Da bin ich wieder. Hallo? Ich hab meine Flasche geholt, aber den Faden verloren. Was wollte ich denn jetzt machen? Was war denn jetzt dran? Warte. Quests anschauen, ob ich noch irgendwas easy erreichen kann? Bier saufen. Oh, das ist... Dadurch, dass ich... Ja, komm hier. Warum ist eigentlich das... Also, ich hab jetzt eine ernst gemeine Frage. Warum ist das... Also, warum kann ich Maximum 10 Bier trinken? Wie soll ich das finden? Das entscheide immer noch ich. Ja, das ist so frech. Ja. Und das... Also, das find ich nicht so gut. Das ist immer noch meine Entscheidung, ja? Und vielleicht lass ich mir auch den ganzen Tag Zeit. Morgens schon mal zwei. Damit du danach wenigstens noch nach Hause fahren kannst. Hm. Hm. Vergesst nicht, die Belohnung auch einzusammeln von den täglichen... Ja und wie? Achso! Digga, okay. Aha! Ja, hätte ich nicht gemacht. Ah, das ist alles nur täglich. Und was ist Event? Das kann ich auch schon einsammeln. Boah, ich hab mal keine Splitter und Metall bekommen, Digga! Hui! 30 Kämpfe in der Ehrenhalle gewinnen. An einem Tag? Ah ne, noch ein Tag und elf Stunden. Aha! Fünf Kämpfe hintereinander in der Ehrenhalle gewinnen. Dann such ich mir jetzt noch ein richtiges Opfer, Digga. Hm. Da konnte ich auch beliebig runterscrollen, oder? So einen richtigen... Ja, so einen... Du! Du siehst aus, als wenn ich dich besiegen kann. Ich hab jetzt gelernt, dass auf TikTok das mit dem nach dem Spielfragen immer nur ein Scherz ist und man darauf nicht antwortet. vorher war ein bisschen länger, aber... Ich hab das nicht beantworten. Sonst werd ich ausgelacht, Marc. War knapp. Ja, echt so. Gib ihm. Los mal, fertig jetzt. Los! Oh! Ah, schaden gleich. Schade. Ne, meins ist besser. Oh. Hier hat mich noch gefreut über ein neues Item. Na toll. Okay, vielleicht kann ich's indirekt zeigen. Warte. Warte. Ich darf das ja nicht sagen, aber warte, ich... Ich, äh, ich, ich zeig's vielleicht einmal. Warte. So, jetzt zeig ich hier einen Browser. Jetzt kannst du es hier oben ablesen, ne? Ja. Weiß jemand, wann EFT wieder läuft? Geplanterweise 14 Uhr. Ich check eben nochmal, ob das im Hintergrund schon wieder geht. Den, 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 den. Es checkt noch. Ne. Ne. Was ist hier denn am Blinken, Digga? Ab Stufe 50 möglich. Ja, du hör auf zu blinken. I mean. Sollen das? Kannst ja auch einfach nicht blinken, wenn's nicht geht. Okay, aber mal, aber nochmal so. Also, also, was machen Raids jetzt genau? Das ist dann sowas ähnliches wie die Dungeon-Nummer, nur mit der, mit den, Entschuldigung, mit den, äh, mit den Gilden-Mitgliedern zusammen? Oder? Also, warum macht, macht man Raids quasi? Also, oder irgendwie kann man dann auch gegen, also, gegen andere Gilden kämpfen, oder was? Oder wie? Das ist die Motorkontrolle, die, die, die ich dir rechtet auch, wenn's, was nicht geht. Ja, aber... Aber... Auf keinen Fall Holzmehl. Chewbacca, das fliegt dir durch die Gegend, wenn es windig ist. Und dann klebt es am Fleisch. Holzmehl ist eher so für diese Schnecken, die du stopfst. Okay, das klingt falsch, Digga. Ja, also ich meine jetzt nichts Perverses, nichts Sexuelles jetzt beim Schneckenstopfen. Ich meine jetzt eher... Es gibt diese Räucherschnecken, wo du Mehl reindrückst, wo du das langsam vorwärts kriegst, wo es auf die Kontaktfläche drauf ankommt. Dafür ist dieses Mehl da. Und zum reinen Smoken nimmst du immer so diese Chunks, also diese größeren, oder einfach diese Späne, wie du sie eben hattest. Weil die fliegt dann nicht, oder weniger durch die Gegend, falls es immer ein bisschen windig ist. Sonst hast du halt immer das Problem. Und ja, Feuerquelle, dann Chunks oder Holz und dann Wasser. Umso mehr du geredet hast, umso schlimmer wurdest. Warum? Welcher Teil, genau? Dass auch die Kontaktfläche drauf ankommt? Nun. Ich meine, es ist, wie es ist. Ja, aber hat einer irgendwie eine Antwort zu dem Raid? Hat einer irgendwie was geschrieben? Raids erhöhen für alle Gildenmitglieder die XP und Gold von Quests. Aber das kann ich halt erst machen, wenn ich Level 50 bin, ja? Wie lange ist so erfahrungsgemäß, bis man Level 50 ist? So. Oh. Ja, Kevinio, ich hab mir nochmal überlegt. Oh, ja. Amdi. Leute, wenn ihr mir gefallen tun wollt, jetzt mal alle diesen Uplift-Link da mal eben anklicken. Dankeschön. Vielen ihm Dank, weil das wäre hervorragend. Da würdet ihr mich direkt mit unterstützen, wenn wir ein paar Klicks sammeln könnten. Das wäre toll. Dankeschön. Ganz toll wäre das. Dankeschön. Wenn ihr jeden Tag Bier sauft, geht's schneller. Ja, okay. Ja, ja. Das ist bei mir auch in echten... Im echten Leben ist das auch so. Wenn ich immer Bier sauf, dann geht alles schneller. Schlaf schneller ein. Ja. Ich bin schneller als Spacken geoutet. Sieben Tage mit Pilzen sollte drin sein, okay. Okay. Schneller der Lappen weg. Mit der Frau schneller fertig. Nö, da kommt's gar nicht erst zu. Das Stopfen auch? Ja. Hab in der FB-Gruppe das Gegenteil gelesen. In welcher FB-Gruppe? Achso. Waren da Kommentare dran? Ich lese die immer nicht. Die sind immer so toxic. Wurde ich da beleidigt? Das wäre mir nichts Neues. Irgendwie hat das den Status, dass ich da die Kommentare selten lese. Irgendwann sechs Monate später mal. Ja, aber... Habe ich wieder alles nicht mitbekommen. Manchmal gucke ich da rein, aber oft auch nicht. Bin ich ganz ehrlich. Ihr könnt die XP und Gold auch ohne Raids pushen. Einfach bei Gilde die Ausbauten bauen. Das macht jeder dann, ne? Ja, dann gehe ich da mal rein jetzt hier. Die Ausbauten, ja? Ausbauen. Oh, mehr Geld habe ich nicht. Ich habe gestern schon ein bisschen investiert, ja. Ja. Ach, Kevin, ja, du. Reden lassen. Weißt du, das ist das Einzige, was du mit schlechten Kommentaren im Internet machst. Einfach nicht lesen. Also im Ernst. Ich lese die Kommentare in der Gruppe aus dem Grund nicht. Die Gruppe ist sehr... Ja, die sind schon ziemlich toxic. Vor allem die Kommentarsektionen. Das, was da ausgetauscht wird, an Themen geht, finde ich. Aber das, was an Kommentaren kommt, ist oft... Ja, wenn ich durch Zufall was lese, was sinnvoll ist, dann mache ich das aber. Overall. Overall sollte man das wahrscheinlich nicht, äh... Sich zu Gemüte führen. Schneller Lappen weg, fand ich ganz gut. Ähm, ne, aber die Questgeschichte... Event habe ich noch zwei Tage für. 30 Kämpfe in der Ehrenhalle gewinnen und fünf am Stück. Ja, okay. Das habe ich ja leider verkackt. Ja, hier ist die Frage. Nö, da macht man immer bis 10 und 13 ist dann immer teuer, ne? Das ist dann immer richtig paid, ne? Drei Mal in das Gebiet, dann sollen wir als Expedition in der Taverne reisen, ja. Kämpfe mit bloßen Händen in der Ehrenhalle und gewinne. Zehn Mal Bier in der Taverne trinken. Ja, vielleicht meint er es nachher noch, aber das muss ich jetzt auf jeden Fall nicht. Ja, wobei ich genau bei Facebook eigentlich erwartet hätte, dass es nicht so ist, weil bei Facebook ist der Altersschnitt ja ein Stück höher. ähm, weiß ich auch immer nicht. Das, äh... Da hätte, also ne, da erwarte ich einfach ein bisschen was anderes, aber... Gerade deswegen ist es so toxic? Nee. Ja, genau. Also das, ähm... Ja, wobei Geld ausgeben relativ ist. Pilze, ich hatte gestern wieder auf 18 Pilze hochgefarmt. Ich wollte das nämlich eigentlich rausfinden, wie das mit dem Stall so ist. Da braucht man 25 und ich hatte wieder 18 Pilze. Von den Startpilzen natürlich mit drin, weil ich wissen wollte, ob man es schaffen kann in sieben Wochen, äh, in sieben Tagen, so lange hält mein Greif, ja? Äh, wieder... Die Mitte bis 13.05. War der für einen Monat? Oder haben die mir auch ein Greifen für sehr lange gegeben? Das wollte ich nämlich rausfinden. Ob man genug Pilze durch Quests reinfarmen und durch Zufall, äh, um dann den Greifen zu verlängern. Will der nicht 14 Tage? 14 Tage. Ja, Eason, aber ne, ich glaube, das ist, das ist machbar, oder? Ich meine, bevor ich jetzt das hier bekommen hab, hatte ich 18 oder 19 da stehen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und wenn man die dann dafür aufspart, dann kann man zumindest den Greifen immer refinanzieren, ne? Aber ich glaube, mein Greif wurde auch verlängert jetzt, ja? Wenn du nicht groß Pilze für anderen Kram ausgibst, geht das, ja? Und ich denke, das ist dann das Ding, ne? Ja, aber ist das, ist das so der Allgemeineindruck, Creature? Oder meinst du, es sind Toxic-Leute dazwischen, weil, also ich sag mal so, ne, du hast immer irgendwo einen Kasper dazwischen hängen, aber die Frage ist natürlich, gegen, also wie viel Gegenwehr kommt da so und was passiert da so, dass die ganze Zeit, ne? Also ich sag mal so, auf Twitter wird mehr geflamed als auf meinem Discord. Gut, ich würde ja auf meinem Discord ja Leute auch einfach rausbannen, ne, aber Der ist so eine Uber-Eule, oder, ne? Man kann als Free-to-Play-Player den Greifen oben halten, würde ich sagen, und dann kaum Pilze ausgeben. Das wird, ich glaube, das geht auf. Ohne es jetzt gemacht zu haben, aber ich würde sagen, das kommt hin. Ne? 25 Pilze in 7 Tagen ist so gut, wie die drin sind, aber es sind ja auch 14 Tage, oder? Okay, Uber-Eule. Ja, das ist, äh, für den Eindruck hätte ich das gerne gemacht, ne? Ich finde immer, ich finde es jetzt auch nicht schlimm, dass ich ein paar Sachen zeige, die gepaid sind, weil das ist ja auch nur ein Sponsoring von Shakes & Fidget und ich finde es ja auch irgendwie ganz lustig, weil ich das vor x Jahren schon mal gespielt habe und ich finde es auch immer ganz geil, was mit der Community zusammen machen zu können. Finde ich sehr schade, dass man nur 50 Leute in eine Gilde packen kann. Weil ich hatte die 50 jetzt ziemlich schnell voll, jetzt müssen wir ein bisschen durchsortieren, das ist auch alles wie immer, aber, also ich hätte lieber 100 Leute genommen, so. Äh, aber ich hätte gerne den Eindruck gehabt, wie das Free-to-Play so läuft, aber gut, dass Uber-Eule da ist und das sagen kann, ne? Ähm, 9 Uhr haben die angefangen, Raphaelu, und das heißt wahrscheinlich gegen 14 Uhr. Mein Kommentar war da oben. Ähm, zieh die Waffe raus und guck, ob er dann auch nötige Charme verkloppt, zack, die 5x Quest durch. Warum muss ich dafür die Waffe ausziehen? Weil das auch ne Quest war, meinst du? Oder? Aber das war nicht hier, das war hier. Oder? Also ich lege jetzt nicht Wert darauf, hier die 13 zu erreichen, ehrlicherweise. Ähm, also man sieht den Inhalt sogar vorher, das finde ich allerdings ganz cool. Ähm, also man sieht den Inhalt sogar vorher, das finde ich allerdings ganz cool. Na gut, in der Ehrenhalle kann ich jetzt, wie kann ich denn Rang, kann ich jetzt einfach 70.000 suchen? Den kann ich doch jetzt weghauen hier, oder was? Also das Ziel ist das, oder was? Jetzt einfach hier einen nach dem anderen. Ja komm, ich baller da mal eben Pilze durch, um meine 5 Siege zu machen, oder was? Das ist ne tolle Quest, das ist fast wie bei BSG. Hehehehe. Oh. Ah, und das ist auch jetzt. Ui. Was ich zu den Patchnodes sage? Ja, ich finde das alles ganz cool. Ich hätte mir allerdings Unity gewünscht, habe ich für ihn zusammenfassend gesagt. Ich meine, was ich wirklich cool finde, ist, dass die Ammo-Stats jetzt drin sind. Den BTA auf Woods finde ich ganz nice, aber richtig stark finde ich, dass man Ground Zero spielen kann. Und beim Sound bin ich sehr skeptisch, ob der wirklich verbessert wurde, ehrlicherweise. Da bekomme ich ein Bier. Aha, ich kann ein weiteres Bier trinken. Ja, okay, das mache ich dann. Ich habe ja noch morgen Zeit. Und nachher. Ich meine, ich spiele heute Abend eh nochmal. Da werde ich wahrscheinlich meine 10 Bier und meine Taverne hier leer machen. Ich finde es am Handy irgendwie ganz lustig, das Ding zu spielen hier. Mache ich jetzt gerade. Habe ich mir jetzt heute Morgen verkniffen. Damit wir das heute hier onstream machen können. Weil ich dachte, ja, es ist blöd, wenn dann alles schon gemacht ist, ne? Aber Level 10 im Zauberland. Das Album meinst du, ne? Kann ich jetzt nochmal in der Gilde hier nochmal so eine Stufe kaufen? Ja. Gruppenskill mal 0,2. Ja, okay. Leute, und was ist ein Ritter? Also was sagt Ritter aus? Kann mir das noch einer erklären? Das wären alles schöne Prozent fürs Sammelalbum. Ja, aber wenn ich keins bekomme? In der Festung kann man eine Ritterhalle bauen. Ja, aber erst mit Level 25, oder? Ne Kaserne, ja. Festung Stufe 4 erforderlich. Also das dauert noch, oder was? Versuch mal aufs Zauberland Recherche. Also einen Pilz rein. Achievement freigeschaltet. Greifend Drachen. Und wo ist das Album jetzt? Unten. Ah, hier. Ah, und jetzt die Erfahrung, also und das zählt, Worte sind nicht so, also das zählt dann jetzt erst, weil ich das jetzt erst in der Tasche habe. Also alles, was ich heute geschafft hätte, hätte man aufschreiben können. Aber kann ich nicht, weil... Ja? Also das ist jetzt, ab jetzt greifend, oder? Ja. Mystery Mania, ich sag mal so, ich hab das mal über ein Jahr einfach immer Free-to-Play gespielt. Ich hab noch nie Geld in solche Spiele hier reingesteckt. Und Uber Eule sagt ja auch, dass man das kann. Und dass man jetzt hier ein paar Pilze bekommt, weil man das bewirbt und so. Hätte ich das gewusst, hätte ich denen noch gesagt, mach mal nicht, ich möchte gerne Free-to-Play zeigen. Das ist jetzt ein bisschen zu spät für, blöd, blöd. Aber gut. Insgesamt finde ich es ganz lustig. Schauen wir mal, wie es so wird. Ich bin mal gespannt auf diese ganze Gildennummer. Also wir werden auf jeden Fall bis Level 50 spielen, weil das will ich wissen. Und dann schauen wir einfach, wie lange das Spaß macht. Aber bis hierhin... Ich find gerade den Anfang bei sowas halt auch immer spannender, weil man mehr machen kann. Weil das wird ja immer... Ne, das wird ja immer langwieriger. Irgendwann ist hier wahrscheinlich... Ich klicke einmal und der halbe Tag ist um, oder sowas. Aber... Ja. Ich hab auch sowas wie O-Game sehr lange gespielt und ich find sowas eigentlich immer ganz cool. So overall. Aber ja. Schauen wir einfach mal. Ah, verstehe, Buffter. Also jetzt immer, wenn ich in der Ehrenhalle jetzt mir hier so einen Typen suche und ich sag hier dem hier, ne? Dem Doglover, Alter. Ne, das ist ein... Der hat Gilder. Gargamel, ne? Den... Ohoho. Wenn ich dem jetzt in die Schnauze haue, dann krieg ich was für mein Album, ja? In die Schnauze hauen, hab ich gesagt. Also, wenn ich hier diesen Phyrell, ne? Der guckt ja den... Also, wenn ich dem jetzt in die Schnauze haue, hier, dann... Betonauto hat gerade mit Prime abonniert. In die Schnauze hauen, hat er gesagt. Also, wenn ich hier diesen... Äh, diesen Moe... Moe... Wenn ich dem jetzt hier in die Schnauze haue... Okay. Äh, wenn ich, äh... Wenn ich diesen Case... Wenn ich dem hier in die Schnauze haue... Hier, wenn ich jetzt diesen... Techeron... Techeron... Ja! Bäm! Äh, dann, ähm... Dann habe ich jetzt hier... Ja, immer noch zwei von 104. Ah, jetzt nicht verstanden. Ah, hier se... Aha! Also, einfach... Einfach immer beim Fighten bekomme ich hier... Insgesamt mehr XP-Bonus und so. Und das andere sind Achievements. Was ist hier noch... Was ist hier noch... Legendary, Alter? Herr der Dinge. Ich seh schon. Ich verstehe schon. Ich verstehe. Ja, lustig. Äh, ja. Okay, aber ich glaube, wir haben so ziemlich den Zenit erreicht... Von dem, was wir mal eben aktiv tun können für heute. Also, ich könnte jetzt natürlich noch Pilze rausballern, noch und nöcher. Aber das möchte ich vielleicht noch her für... Also... Ne, ihr versteht. Ihr versteht. Äh, ich bin noch mal ganz kurz AFK. Leute. Kleinen Moment. Und dann... Ja, ich glaube, wir sind noch ein bisschen früh für den Patch. Aber... Was machen wir dann noch ein Stündchen? Könnt ihr gerne mal Vorschläge in den Chat schreiben. Äh, ich bin gleich wieder da. Kleinen Moment. Einiges. Nein. Ja. Ich glaube, wir sind alle. Da sind gleich wieder an. Ja. Okay, wir haben noch ein bisschen anders. Ich glaube, wir sind das Tibbe Satin, Antes hence 비� Abbr freight auf kann. was schon nur ganz nerveospreys. Die da ist immer noch zehn Minuten Sweet. Ich weiß nur, wir sind wirklich fast die Beamten. Ich habe interveniert. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, da bin ich wieder. Aaaaaahhhhhh... Wollen wir mal was nachgucken, Leute. Klar, Moment. Aber was tun wir denn jetzt? Was wäre ab Level 10? Puffte? What do you mean? What do you mean? So? So. 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 Ach, war nur wegen dem Sammelalbum, ja. Okay. Habe ich das denn richtig verstanden, dass man immer nur drei Tränke aktiv haben kann? Die Frage ist, genau, das wollte ich auch noch fragen. Welche Tränke nimmt man denn da? Ich habe jetzt hier stärker Ausdauer, weil das sind ja meine Mainstats. Ne? Und jetzt hatte ich ja heute dann diesen hier bekommen und den genommen. Aber was nimmt man denn? Was ist denn bevorzugt hier? Dark Souls, ich habe da gar nichts eingestellt, ehrlicherweise. Großer Live-Trank und dein Main-Attribut. Also Stärke in dem Fall, ja. In deinem Fall Stärke und Ausdauern. Als drittes? Ist die Reihenfolge relevant? Wie rum mir die Tränke trinkt? Also, oder ist das egal? Ne, ist egal. Ne, ist egal. Okay, cool. Okay, ja, das wollte ich nur, das ist mir gestern Abend so durch den Kopf gegangen, was man da wohl nimmt, weil das mit den Tränken habe ich erst gestern entdeckt. Hier wahrscheinlich alle viel früher, weil alle hatten hier Tränke und ich konnte mir das nicht herleiten. Ja, gut, aber. Wie sehe ich eigentlich, was die Leute so spielen? Kann ich in der Gilde sehen, wer was ist? Ne, ne? Sehe ich irgendwie, also, ich kann nicht alle anklicken, dann sehe ich es, ne? Nur dann, ja? Also muss ich durchklicken. Ich hätte gerne so eine Übersicht, so, wer was am meisten spielt und so, wisst ihr? Eason einfach stärker als ich, Alter. Eason lässt richtig raushängen. Und nach mir angefangen und mich schon überholt, ne? Ja, toll. Toller Freund, Eason. Lässt mich immer schlecht dastehen. Hätt's ja ruhig mal Level 16 sein können jetzt. Aber jetzt sind wir nicht auseinander, mein Freund. Ist mein Dungeon schon resettet? Ne. Oder? Ist das Stündchen um? Oh ja, dann. Geil. Na, schaffe ich das? Sieht gut aus. Bevor ich ausmache, kann ich das ja eben noch machen. Hm. Da bin ich unentschlossen, ob ich das anziehen möchte. Wahrscheinlich nicht, ne? Ausdauer ist geiler als Glück, oder? Ja. Ah! Auch Level 17! Ha! Eason, ha! Hast gesehen, Eason, ne? Ja. Ah, den schaffe ich bestimmt wieder nicht, ne? Ja. Einfach besser. Ne, einfach gleich gut. Wenigstens gleich gut. Versteht ihr? Ja, okay. Aber hier ist jetzt gerade aktiv nichts mehr zu tun, was ich mal eben mache. Und jetzt ist die Frage, was mache ich jetzt? Ich hatte ein bisschen darauf gegambelt, dass Tarkov ein bisschen früher fertig ist. Und wir jetzt dann Tarkov spielen können, aber... Das sieht noch ganz schlecht aus, eigentlich. Bier trinken und weitermachen. Ja, könnte ich natürlich immer. Stell dir vor, das Update geht noch länger als bis 14 Uhr. Könnte sein, ne? Ach, Stadtwache machen, bis ich wieder reingucke. Das ist ein sehr guter Call. Ostkolle. Das vergesse ich immer. Wo waren das nochmal? Das habe ich gestern erst entdeckt. Stadtwache hier, ne? Dann mache ich mal... Habe ich einen Vorteil, potenziert das? Oder ist es immer das gleiche? 10 Stunden, 41, eine... Ne, ist immer das gleiche. Also kann ich jetzt ruhig nur mal 4 Stunden machen. Ähm, dann weiß ich... Nachher gucke ich nochmal rein. Ich finde es gut, dass er auch die Realität widerspiegelt. Es gibt eine Demo zu Road to Vostok. Ich weiß nicht, was Road to Vostok ist. Die Gefühl, die jetzt Zero Sievert hat mir eigentlich relativ viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich meine, könnten wir reinschauen. Das Game ist unavailable in Family View. Ja, dann... Mach doch ohne. Vostok-Demo sieht gar nicht mal ganz so gut aus. Okay, spannend. Oh, klasse. Gut, dass es geupdatet wurde. Wie konnte ich nochmal meine Quests sehen hier? Wer hat denn meine Tasche vollgelassen? Oh! Also erstmal hier... Refill, Hunger and Thirst. Elvig-Quests. Nee, nicht... Nee, das ist zu teuer. Aber hier, heil mich. Heil mich! So, hier, ähm... Egal, ich hab einfach dieselben Probleme in jedem Scheiß-Spiel, ne? Das gibt's einfach nicht. Hey, Lex, was geht? Hä? Was war das? Das ist ein bisschen wenig Stash. Ja, wie kann ich... Ich muss irgendwie meinen Stash upgraden, Leute. Wir müssen es irgendwie hinbekommen hier. Modules Tier 1. Building Kit Stordak. Ja, mach. Craft. Not enough inventory spec. Habe ich das jetzt gebaut und kann damit nichts anfangen, weil ich Level 2 hätte bauen müssen? Okay. Okay. Das ist echt mein Leben, Decker. Muratitu62 hat gerade mit Prime abonniert. Servus. Comebackfire. Ja, mein großes Comeback ist heute, das stimmt. Dann kann ich ja heute eigentlich mal baiten, ne? Endlich wieder Platz zum Vollmüllen, Leute. Endlich wieder Platz zum Vollmüllen. Klasse. Wupp. Rein damit. Sieht aus wie ein EFT-Stash. Aber L wie Quests funktioniert nicht, Leute. Wunschhoffnung. Ja, du wolltest mich aber loswerden. Habe ja heute auch gehört, dass manch einer in der Facebook-Gruppe negativ reagiert hat und meint, ja, zum Glück gehst du endlich, du Spasti. Das finde ich eigentlich ziemlich ulkig. Drück M. Ich dachte, ich soll L drücken. Gibt es eine Facebook-Gruppe, ja. Ich will, dass du verlassen kannst. Da kann ich, kann ich das schon hin? Not yet unlocked, okay. Facebook ist doch sowas von 2000. Gut, aber... Reichweite stinkt nie. Tuff, tuff, die Eisenbahn. Wer will mit Acid fahren? Oh, im Hintergrund geht irgendwie jetzt immer Shakes and Fidget an. Ich schieße mal den Browser eben, Mom. Wie ist das komisch. Naja, so. Also der Browser, quasi meine Media-Keys sind wieder nicht mehr deaktiviert und da reagiert mein Firefox drauf. Oh, keine Ahnung. Wieso... Wieso habe ich denn keinen Sound? Wieso ist denn der Sound aus? Hört ihr was? Hm, so. Bzzzt. Ah, jetzt. Ja. Ja, jetzt werde ich auch. Wieso war der aus? Ah, egal. Nun haben wir es ja. Jetzt. Jetzt. Ja, aber was ist meine Aufgabe, Leute? L ist Lampe anscheinend. Wie finde ich Quests? Wie finde ich meine Quests? Pasks. Oh, wo ist mein... Ist das Multiplayer? Nein, das ist Singleplayer. Aber es ist jetzt auch Hardcore. Also wenn du stirbst, verlierst du dein Zeug. Valuable Item. Collect one. Poilet paper. Aha. Ich erinnere mich. Ich muss ein Toilettenpapier. Toilettenpapier. J für Journal. Aha. Oh, da passiert was. Toilettenpapier. Ich hatte schon mal ein Toilettenpapier, aber es habe ich verkauft, glaube ich. Ne, ist aber Singleplayer, aber Hardcore jetzt mit lau... Ah! Da hab ich nur einen Kommentar zu. Da hab ich nur einen Kommentar. Abgehen. Ne, ich kaufe mir einfach wieder die Subsonic. Egal aber was die ausgehalten haben, die Schweine, ne? Diese dummen Schweine, du. So. Boah, ich sonst noch was? Was zum Heilen? Ja, wäre ganz gut. Viel stuff. Was war das hier nochmal? Wound plus 15. Das habe ich noch nicht verstanden. Ich hatte letztes Mal Bandages und diese hier. Sowas und... Wo habe ich denn? Habe ich noch Bandages? Oder muss ich mir welche kaufen? Das ist echt so sortiert wie in EFT, Alter. Ich finde mich echt gut zurecht. Hier, Bandages. Ja, klasse. Und wieder los. Ach so, Munition. Vielleicht noch mitnehmen. Great. Munition was? Munition? Ja, geht mal. Ich kaufe jetzt hier, ich kaufe hier gute PS. Deal. 150 Schuss. Und ich habe sogar eine Lampe jetzt. Nochmal versuchen. Jetzt finden wir aber ein Toilettenpapier, Leute. Kann es sein, dass ich keinen Rucksack angezogen habe und jetzt wenig Platz habe? Oder brauchte man keinen Rucksack? Hm. Ich finde es schade, dass heute Lead nicht mehr da ist. Heute hätte ich gerne nochmal Project Lead gespielt. Aber das ist gestern Abend offline gegangen. Kommt jetzt Mitte April wieder. Und die Frage ist halt wirklich, ob das ein Scam ist oder ob es nicht ist. Ich bin nicht so ganz überzeugt, dass es ein Scam ist. Ich bin aber auch nicht davon überzeugt, dass es keiner ist. Also ich bin irgendwie beides und nichts. Man braucht einen Rucksack. Okay. Dann muss ich einen finden. Kitusel. Hui. Den hätte ich gerne. Leute, ganz kurz auf. Meine Frau ist nach Hause gekommen. Kleinen Moment. Das war so. Untertitelung des ZDF, 2020 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 스�, 2020 Geeky, moin. Geeky, moin, die gehört da rein. 7, 6, 2 mal 25. Geeky, moin. 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 EPSH. Kann ich irgendwo meine Waffe reparieren? Und wenn ja, wo? Ich überlege gerade. Oder an meiner Werkbank? Kann ich das selber machen? Du hast keine Rohrmaterialien, okay. Habe ich so eine gelbe Tube vielleicht irgendwo? Ne. Na gut. Dann gehen wir einfach so wieder in Raid. Achso, wie spät ist es denn? Ich will nicht wieder in der Nacht sein. Das hat mich genervt. Ich gehe pennen, bis morgens ist. Hallo, entschuldigen Sie. Darf ich mich in Ihr Bett legen? Okay. Ja. Aber nur Armor, ne? Gießen. Gießen. Wieso muss ich nochmal nachladen? Das hatte ich eben getan. 100 pro. Was? Gessen. 3-9-4-3-4-4-5-5-4-6-5-6-6-7-6-6-6-6-7-6-6-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-6-6-7-6-6-6-7-6-7-6-6-6-7-6-7-7-6-7-7-7-7-6-7-7-8-7-7-6-7. Hast du nicht Angst, allein am Wald nur geht eigentlich? Geh, 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 Geh Geh, Einfach schon wieder ne gem, ne? Okay. Amma, wir haben gemme. Amma, wir haben gemme. Amma, wir haben gemme. Amma, wir haben gemme. Ich hoff. Ihr miesen kleine Exit-Camper, ich hab schon wieder einen Gem. Ja, das mit dem Waffen-Gem ist unangenehm. Easy, bin wieder da, hab's überlebt, hab Kuhlfleisch, aber sonst nichts, weil da waren so Typen und naja, ich hatte keine Munition mehr. Okay, man braucht ganz schön Munition mit der PPS-Hammer. Aber, also das mit dem Gem ist doll. Das ist ein bisschen sehr doll. Ist ja, also ne, natürlich wollen die irgendwie zum Ausdruck bringen, dass man echt nur Crap gesagt, also ne, also ich verstehe. Aber irgendwie, irgendwie, also, ja, das ist auch nicht wie ich's sagen soll, aber das, also, ja, weiß ich jetzt nicht. Fühlt sich jetzt eher scheiße an, Overall. Bis hierhin hab ich sehr viel Runden verloren, weil ich... Ne? Vielleicht doch mal die Waffe überlegen. Ja, aber geht ja irgendwie nicht, kann ich ja nicht, hab ich ja nichts für, also... Ja, wahrscheinlich wäre das der richtige Schritt am Ende des Tages. Nehm ich dir zu? Trotzdem Plus gemacht mit der Runde, immerhin was. Und jetzt setze ich auch viel... Ich mache mir jetzt weiter. Ich hoffe, mich so hart zu backseaten oder ich time-oute dich einfach mal. Ich meine, du wirst doch merken, dass ich deine ganzen Nachrichten unkommentiert lasse. Irgendwann muss es doch mal Klick sagen, Seladix. Irgendwann ist es doch auch mal gut. Es ist ja bis zu einem gewissen Grad auch okay, aber der... Mach doch mal das, mach doch mal das, mach doch mal das. Jetzt geh doch mal links, oben, oben, links, 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 links. Lass das. Oder ich lass das für dich. War das deutlich genug? Falls nicht, sag Bescheid. Ist nicht lustig. Das ist das Problem. Ist nicht lustig. Wann die getriggert sind, ist immer die Frage. Das sah für mich eben schon aus, als wäre ich getriggert gewesen. Aber... Digga, jetzt lass mich doch da einfach vorbei. Mach ich auf die Distanz gar keinen Schaden? Ja, das scheint so. Okay, 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 okay. Also sobald das Kreuz rot wird, scheine ich einfach gar keinen Schaden zu machen, auch wenn es so aussieht. Ja, aber Update. Das ist der neue Patch vom Tag auf hier. Ah, mal wieder ein Jam. Mal was Neues. Okay, 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 okay. Man muss einfach nur mehr Jam triggern. Ich hab mein Finger jetzt schon mal auf V. Und ich darf nicht immer Reload vorher drücken. Oh, da ist noch einer. Meine erste Frage. Und ich will meinem PC von heute auf morgen nicht mal mehr ins BIOS kommen. Und die CPU-LED-Rot leuchtet. Und mein RAM-Gelb. Ist es möglich, dass es mal so ein CPU-Ram-Defekt ist? Alles zwei Wochen alt? Hast du irgendwas gemacht, Chaka? Oder wirklich von heute auf morgen ohne was zu ändern? Also, und hast du das selber gebaut? Dann frisch? Oder hast du das irgendwo bestellt? Also, CPU-Leuchte-Rot ist halt recht eindeutig, ne? Wurde ich mal sagen. Nicht an der CPU. So. Jetzt kann es das Board sein. Oder die CPU selbst. Wobei, wie ist denn das, wenn man das Stromkabel von der CPU weglässt? Würde dann die CPU-Leuchte vielleicht auch rot werden? Aber glaube ich eigentlich nicht. Dann würde er wenigstens noch starten. Was ist das hier für ein Camp? Ich geh einfach mal hier in die Bude. Hallo, kann ich hier was klauen? Entschuldigen Sie, ich bin zum Klauen hier. Nein? Keins? Gar nicht? Was ist denn hier hin? Oh, oh. Und Jam. Kann ich mich in die Bude verpissen zum Heilen? Ja, easy. Oh, ich habe keinen normalen Heal mitgenommen. Ah, sehr gut. Hatte ich voll nicht mehr, hm? Heilt das auch so? Ja, okay. Okay, jetzt wird es spannend. Ah, wieder am Jam gestorben. Klasse! Gut! War das ausgebaut und wieder eingebaut? Die Pins sehen normal aus. Also, hast du schon einmal demontiert und wieder montiert und jetzt geht es trotzdem nicht? Hast du schon ein Bios Reset versucht, Chakor? Fuck me, Alter. Also, das mit dem Jam ist hart. Wenn ich mir aber jetzt hier so eine Waffe mal hole, die haben dann Durability wenigstens von da 0. Aha, ich habe letztes Mal auf Damage geachtet. Das heißt, wenn ich mir jetzt so einen Hobel hier kaufe, ja, dann kann ich hier, naja, naja, wir suchen es mal damit. Ja, ich habe es gehört. Welche Munition kommt in den Hobel rein? Spider. Ja. 9 mal 18, nicht 9 mal 19. Okay, das ist quasi eine Kedda. Muss ich in eine Factory damit, ja? Ob ich irgendwo die Muni dafür liegen? Pistolen-Muni? Das ist dieselbe. Gut. Aber sollte ich vielleicht auch nochmal einen Stack mehr mitnehmen, gefühlt? Mal 20. Das ist das, was ich. Bye. Anfänger-Muni? Ja. Ich bin ja. Jäke. Jäke. Bistolen-Muni? Wie war das? Ich habe es. Däklar-Muni? Ja. Ich bin ja da. Ich bin ja da. Däklar. Ich bin ich da. Ja, das ist spannend. Ziehen wir so ein Bier? Ja, dann ist es, dann hat es eine Macke. Also dann gehe ich stark davon aus, ehrlicherweise dann eher aufs Board, aber es ist auch nur Rätselraten von hier. Aber so erfahrungsgemäß hat dann dein Board eine Macke. Aber ausschließend von hier kann ich halt gar nichts, ne? Aber würde ich auch genauso machen wie du, ja? Also ich würde aufs Board schätzen, warum auch immer. Ich habe selten gehabt, wenn eine CPU erstmal eingebaut ist, dass sie einfach stirbt, wenn ich ehrlich bin. Bei Boards hatte ich das schon, aber bei CPUs selbst eigentlich dann, wenn, dann beim Montieren oder so. Ja. Leute, es gibt kurz Mittag. Das heißt, hier gibt es jetzt mal ein bisschen Tarkov-Clips. Hat sich bei Tarkov schon irgendwas getan, was das Update angeht oder so? Ich mache mal ganz kurz einen Check-for-Updates hier nochmal. Ne, wa? Na gut. Ich bin gleich wieder da, Leute. Einen Moment. Dankeschön. Oha. Dankeschön. Dankeschön. Oha. Was? Ach, Digga. Ne Mail-Function in der Pumpgun, Digga. Was will das Spiel mir sagen? Oha. Der hat mich erschossen, obwohl er in der Tür hing. Man. Seine Waffe war eingeklappt, war sie aber gar nicht. So eine Scheiße, Digga. Ich muss zum Generator. Eher nicht. Hallo da. Bäh. Ja, ne. Ich war ja nicht drauf. Hat er die Tür gerade wieder zugetreten? Oh. Oha! Ach so! Soll einfach nicht sein. Was? Ach der! Wieso war der nicht drauf? War jemand, den ich nicht treffen durfte. Ich verstehe aber nicht warum. War ich da schon tot? War das die sync? Ich verstehe nicht. Für mich habe ich drauf geaimt, geklickt, dann bin ich gestorben. Die fragen sich ob die Geschichte wahr ist. Ich muss sie enttäuschen. Sie liegen daneben. Sie ist frei erfunden. Ich verstehe nicht. Ich bin viel zu nah dran. Ich verstehe nicht. Und die sind sonst? Er hatte kein Magazin drin. Ich verstehe nicht. Aber der ist nicht in der Tiefgarage. Wir werden es gleich wissen. Ich habe eine Mail-Funktion bekommen ohne zu schießen. Er hat nicht auf mich reagiert. Das ist hier komplett dunkel. Ich weiß schon warum ich das nicht spiele. Ihr solltet hier was sehen. Ich bin total angestrengt jetzt schon wieder so. Steps irgendwo rechts. No, no, no. Schnauze. Wem hast du es gegeben? Es traut sich nicht nochmal. Links und rechts und drüber. Dann ins Gesicht. Hallo da. Oh. Ich dachte, wenn hier einer drin ist, dann mache ich den krass. Habe ihn. Was hast du? Was, was, was? Das war ein Spieler, Digga. Ich habe ihn noch nicht mal gesehen gehabt, dass du ihn getötet. Ja. Geht mir auch so. Denn wenn die Beschreibung da nicht verständlich ist, dann heißt das ja, dass gewisse Grundbegriffe vielleicht fehlen. Geht mir auch so. Oh, du sitzt aber genau vor mir. Oh. Oh. Geht mir auch so. Was? Was? Ich frage jetzt, war das gar nicht auf mich, sondern hat er nur da oben was erschossen? Oder will er, dass ich 125 Meter weit weggehe? Da läuft noch ein Skiff hin, ich lasse mal ein Leben. Ich habe ne Idee. Ja. 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 Nicht, dass ich damit getroffen hätte, aber ich fand es ganz lustig. Two hours later. Habe ich den genaded? No way. Oha! Nein, hast du nicht gemacht. Kontaktgranate von außen rein. Okay. Das war mein erster Nade-Kilfe geklässt. Ah! Kann das mal eine rauskippen, bitte? Wie man ihn einfach nicht gehört hat, bis ich ihn gesehen habe. Wie will er denn in diesen Raum reingekommen sein, von dem Rauch aus? Er hat sich teleportiert durch die Wand hier, oder? Der ist einmal so schwunk und dann war er da, oder was? Schwunk. Doch. Nein! 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 Ich fällst auf den 200 Meter Echtkosten. Ach meine ich wohl nicht drauf, ne? Nein! 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 Boah! Nein! habe den am anfang übrigens bekommen ich habe den quest fertig ja wir ziehen darüber rüber dumm dreist wieder ich weiß auch nicht dieses spiel ist einfach komplett ich bin schon offen was veränderungen angeht aber die beine weggeballert und dann habe ich noch ein stück nach oben korrigiert aber es war wilde hafenrundfahr was hat geklappt den habe ich sogar erwischt er ist nur lustig runtergefallen 123 meter 122 meter 123 meter 123 meine bus haltestelle digga ja man nicht so du musst hier rein hier drin ist eine frau ich wurde aus dem haus geschossen kommst auch hier einfach ich heile mich gerade machen wir nämlich von body gegeben der durch dieses ding durchgeschossen man oder man ist so wie ich ich habe die scheiß quest ich habe noch keins gesehen hey das ist ziemlich gut Fuck me, ich muss nach Hause. Okay, ich wollte gerade sagen, lebt der zweite noch? Nein. Ich habe nichts gesehen, bis auf die scheiß Taschendoppe, Digga. Wo ich jetzt hinlaufe, also einmal andere Stadion, die wir vorher dort. Wo genau ist der da? Hallo, da bin ich. So. Ja, schönen Tag dir noch, Handgeberhead, ne? Hallo. Ich guck mal, ob das Auto da ist, ne? So. Da bin ich wieder. Hm, ZeroZ hat einfach gecrashed. Okay, dann spiele ich halt nicht weiter. Ähm. Ja. Ist Dings schon da? Irgendwann. Ich weiß nicht, hattet ihr die Patch Notes schon gesehen? Wir gucken nochmal ganz kurz rein. Was sagt ihr zu den Patch Notes? Also man kann Ground Zero jetzt unabhängig vom Level spielen. Dafür gibt es jetzt auch einen Boss da und bessere Loot und auch Airdrops. Juhu. Ähm. Ähm. Der BTR ist auf Woods gewandert. Season, also noch ein weiteres Wettersetting. Frühling ist dazu gekommen. Adjustments Soundsystem. Macht mir ein bisschen Sorgen. Was ich ziemlich stark finde, ist, dass es eine UI-Änderung gibt, dass man endlich bei der Ammo sieht, gegen was sie pennen kann. Das finde ich eigentlich ganz gut. Das hier besorgt mich etwas. Das finde ich nice to have und nice to have quasi. Algegenie bin ich momentan nicht. Ja, drauf gewandert im Sinne von, den gibt es da jetzt auch Dark Souls nicht ersetzenderweise. Ja. Solange gleich nicht wieder die FPS halbiert werden, liest sich der Patch ganz nice. Aber ich wüsste nicht warum. Oder meinst du, Sound ist so aufwendig? Könnte natürlich stimmen, ne? Jetzt ist die Frage, ob ich jetzt nochmal wieder durchstarte. In einem anderen Game. Oder wie schnell BSG jetzt trifft. Weil 14 Uhr ist ja nun angesetzt. Als Startzeitpunkt. Das wäre genau jetzt, ne? Und jetzt ist die Frage. BTR ist das Fahrzeug? Ja, genau. Dieses gepanzerte Fahrzeug. Wo du deinen Loot nach Hause schicken kannst. Und wo du mit von A nach B fahren kannst. Marmelade. Moin. Nochmal Ack Reset fürs richtige Feeling. Kann ich nicht. Würde ich ja, aber kann ich nicht. Und finde auf Ground Zero bisschen blödsinnig zu machen. Warum? Warum findest du Ground Zero blödsinnig? Das war die neueste Map, die BSG entworfen hat. Sie ist ein bisschen kleiner. Aber warum sollte man sie nur der Spielertruppe bis Level 20 vorenthalten? Fand ich total schwachsinnig. Ich finde es ziemlich gut, dass die neueste Map jetzt auch für alle anderen spielbar ist. Blödsinn zu machen. Warum? Nicht blödsinnig. Blödsinn zu machen ist nicht gleich blödsinnig. Okay, wir sprechen ein anderes Deutsch. Aber... Ich hab gesagt, wieso hast du nicht? Damit meine ich auf der zu spielen. Aber warum? Es gibt Bosses, es gibt Loot. Du kannst extracten. Du musst es spielen, weil die Quests jetzt da auch sind. Also, Ground Zero ist jetzt relevant für Shooterborn in Heaven, The Guide, Peacekeeping Mission, Survivalist Pass, Escort, Slaughterhouse und Information Source. Weil die Einsteigermap nicht mehr für Einsteiger ist. Ja, aber... Sie ist ja getrennt. Level 20. Also bis Level 20 und dann wieder. Also... Meint, er freut sich, dort schabernackt zu treiben. Okay, ich verstehe den Satz dann einfach nicht. Wie sie Blödsinn zu machen. Aha. Ja, okay. Also sie ist nach wie vor getrennt für die ganzen Starter, aber eben auch für die anderen verfügbaren. Das finde ich ziemlich gut, muss ich sagen. Und auch, dass es einen Boss da gibt. Ich fand es echt ein bisschen schade, dass die neue Map halt nur für die ersten Level war. Warum, ne? Genau, es gibt zwei getrennte Instanzen. Es steht hier, das System Beginner ist bis Level 20 Inclu. Und alles Experienced Players Level 21 in der Buff. Und es ist auch aufgeschrieben, dass Level 20 und wenn du dann mit wem Höheres reingehen willst, dass du die Warnung bekommst, dass du als Experienced Player getreated wirst. Also wenn ich jetzt mit euch zusammenspiele, weil ich bin ja jetzt resettet und Level 15, bekomme ich eine Warnung. Hey, Macker, du gehst gerade auf die Map, wo auch andere krasse Typen rumrennen. Willst du das wirklich? Und ja. Aber das Event bleibt noch. Weiß ich nicht. Steht nicht, dass es raus ist. Steht auch nicht, dass es bleibt. Aber ich gehe von aus, dass es noch bleibt. Weil wir dann aber nicht mehr im Sommer landen als Ziel, sondern dann im Frühling. Also könnte ich mir schon vorstellen, dass wir es jetzt daran binden und vielleicht einen Anreiz schaffen wollen. Weil das gibt ein neues Wetter-Setting, ne? Ach, shit. Jetzt habe ich einmal oben irgendwie geklickt. Ähm, hier. Es gibt jetzt Early Spring. Als Wetter. Und ich gehe also davon aus, dass wir das Event beenden. Und danach dann Early Spring da ist. Oder ist es direkt Early Spring da? Das ist, äh, ja. Bist du mit dem Event durch? Nee. Ich bin ja Level 15. Ich habe die gar nicht gefightet. Ich habe doch resettet wegen der Spendenaktion. Ich bin auch hart drauf gespannt, wie sie es genau umsetzen. Also was erwarten wir denn? Was wäre für euch denn Early Spring? Wenn ihr euch mal, wenn ihr euch jetzt mal vorstellt, wenn ihr in euren Garten geht, was ist denn jetzt gerade anders? Ja, das finde ich auch gut, H-Town. Viel Regen. Überall Kroküsse. Was ist in meinem YouTube zu finden? Sorry. Was für die? Matschig. Das scheiß Gras wächst wie dumm und ich muss Rasen mähen. Das ist anders. Also meinst du viele Rasenmäher in Tarkov ab jetzt? Hoffentlich klingen die nicht wie der Flieger. Oder meint ihr Heuschnupfen ist ein Thema? Oder meint ihr Heuschnupfen ist ein Thema? Also vielleicht versteht ihr das? Also vielleicht versteht ihr das. Die Hacker bieten jetzt Landschaftspflegern. Bald schmeißt man sich Zitirizin rein am Anfang des Raids? Ja, dann könnte Schafherden auf uns. Uniform werden kürzer. Die Patch-Installation hat gestandet. Stay tuned for more updates Thank you for understanding Ah Von der Minute wurde getweetet Welches understanding eigentlich? Für wie lange extended? But how long? What happened if I don't understand? Ja Okay, ja Dann äh Dann äh Dann 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 Geh ich jetzt offline oder? Da hat kein Bock mehr auf Zero Sievert, nachdem es abgestürzt ist Jetzt weiß ich nämlich nicht, ob gespeichert wurde Das will ich jetzt auch nicht rausfinden Ja Pixelboy in mein Leben passt So ein Abend streamen auch immer super Nein du Deswegen mach ich das so oft Geh mal ein bisschen Arena dollen So kann man auch die Arena Aktivität steigern, ne Nikita? Du bist ein gewichster, äh abgewichster Hund, alter Ähm Ähm Unlocking ihn hier Wen anlocke ich denn hier gerade? Sawbones könnte ich spielen Ich anlocke ihn Sagen wir, ich spiele jetzt VTiers, ja? Also ich spiele jetzt hier ganz normal Ibim Arena Schmarina sage ich immer True, sage ich auch immer Ist das Wetter gekoppelt mit dem echten Wetter von Russland? Nein Da gab es noch mal Gerüchte zu, aber es hat sich nie bewahrheitet Also Kann sein Wie das mit Gerüchten so ist, aber ich glaube nicht Ich glaube es war einfach random Random Ich hätte Arena ehrlicherweise schon komplett vergessen Bis Gui letztens sein Turnier da gemacht hat Looking for server Er ist nicht mal böse gemeint Wer ist Gui? Wer ist Moppel? Ach, Raude 1 Subgifts, ja, ich erinnere mich Ja Ich glaube, Eddie hat ihn richtig vergessen, als er den Schnee rausgepatcht haben Ja Da bin ich auch herbei Ja Ah, es geht los Okay Ich glaube, es geht los Ich glaube, es geht los komisch jetzt tag aufzuspielen was schieß ich dann auf blau das scheiße alle von uns sterben da war der hinteren gegner ich hab hier vorne ja Warte ich kann über die Ecke gehen aber. Ah fuck me! Mein Reload war noch nicht durch. Ich wusste nicht wo er kommt. GG. Ich hatte gestern Abend auch Kartoffelsalat. Der war sehr lecker. Ich hatte gestern Abend auch Kartoffelsalat. Okay der geht es nicht wo er liegt. Oh das ist so lange nicht. Okay der geht es nicht wo er liegt. Oh das ist so lange nicht. Ja. Niiiice. Ja. Ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann. Oh Mann. Ich bin. Aber Arena. Ne. Arena ist einfach. Ne. Das ist danach. Realiste schlechtere Tag. Das ist einfach. Ne. Das ist einfach nicht. Also. Ne. Also. Ich weiß jetzt auch nicht wie ich sagen soll. Aber, ne? Wo ist mein Teammate jetzt? Ja, danke auch. Dass der nicht gestorben ist, Alter. Alter. Aber der Hauptsache, mein Teammate kommt einfach nicht mit. Obwohl ich schon zweimal links und rechts mit ihm fighte, da. Ja, nur 5 Hits gesetzt. Aber auch 5 Hits fühlte sich im ersten Spray nach sehr wenig an. Bin ich ganz ehrlich. Also wir können darüber reden, dass das nicht perfekt war. Aber auf die Distanz muss ich jetzt voraus aimen, weil der Sync sagt, das müsste ich tun, oder? Also für mich... Ich hätte schon gedacht, dass ich 6 oder 7 Hits gemacht habe. Aber overall 5 Hits, obwohl ich ihn danach hinterm Container nochmal getroffen habe. Also jetzt auch nicht. Das fühlte sich eher mies an. Ja, überlebt hat er das, weil ich nur 5 Mal getroffen habe, Darkseid. Die Frage ist, warum ich nur 5 Mal getroffen habe, ne? Und das ist halt das Hauptproblem an dem Game hier, ne? Ich meine, wir reden hier von einem Arena-Shooter, der irgendwie noch mehr skaliert mit dem ganzen Geshoote, weil es ja kein Gelute gibt. Aber genau sowas frage ich mich dann halt sehr häufig und denke so, hm, ja okay. Komisch. Geil, man hat einfach eine Runde gewollt. ja es ist du hast da du hast du hast du du hast ja du hast du hast das auch schon wieder war ich meine es hat jetzt geklappt aber habt ihr das gesehen ich habe schon umgedreht dann ist er noch umgefallen was haben wir es dann echt nüllen das ist ein Scheiß was ist das für einen Schatten? ja einen Schatten also von meinem Schalli das ist das das ist das das ist das Die Schlachter werden aktiviert. Ihr wisst, was das hier zu tun. Fieserät! Sinii Minut hat ihn! Die Kaffeein hat die Kaffeein. Was ist das? Achtung! Zischen! Balsch! Achtung! Balsch! Balsch! Stoig, bl*** Magst du Voice ausmachen? Ja. Nervzig, oder? Wann er denn hingezählt hat, der, der, der Spectator und da, der, also, der ist, also, das ist, das, ja, nee, also, ne, das darfst du nicht so ernst nehmen. 3, 2, 1! 4, 3, 2, 1! 3, 2, 1! 3, 2, 1! 4, 1, 2, 1! 4, 1, 2, 1! Hinter mir überall. Mein Scheiß. Minus 10! Minus 10! Na ja. Das stört mich immer gar nicht so, Verrocks. Also wenn man zusammen wo reingeht und dann biegt einer nicht mit um, so wie vorhin. Das sind die Sachen, da ärgere ich mich dann mal über Team-Aids oder was? Jeder spielt so gut wie er kann und auch wie er Bock hat. Ich bin auch kein gutes Team-Aid in solchen Games hier. Deswegen will ich auch einfach nur Public spielen, aber... Ja, erste Runde, also Arena und es fühlt sich gleich wieder an wie, oh, passiert so schnell nicht wieder, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie der zweite nicht einfach mitgefallen ist, weil die genau hintereinander waren. Oh ja. Ja, viel mehr Krober! So rein von den Stats läuft es ja, aber es fühlt sich die ganze Zeit an, weil es ein D-Sync ist. Das ist gar nicht, wie ich es anders sagen soll, als es fühlt sich die ganze Zeit so an, als wenn ich betrogen werde, obwohl ich auch Runden gewinne, aber alles daran fühlt sich falsch an. Das ganze Spielen in der Arena ist einfach wie einfach kacke irgendwie. Ich kann ja nicht nur meckern, aber jede Situation, wo man den D-Sync sieht, denkt man... ... ... Nice! Ein Sieg! Ein ganz großer Sieg! Ja gut, das wird jeder Tarkov-Spieler so sehen, Aerox. Also wenn wir es mal ein bisschen neutral betrachten, ne? Dann ist es ja nicht schlecht, ein zweites Game im Repertoire zu haben und auch in dem Tarkov-Universe ist so ein Arena-Shooter ja nicht schlecht. Also gerade weil es der beste Shooter am Markt ist und das ganze Gunplay und so unvergleichbar ist mit vielen anderen Shootern, weswegen ich Tarkov ja so mag. Aber wie kommt man denn auf die Idee, dass Leute, die sonst alles freie Alternativen haben, jetzt auf einmal 45 Euro in die Hand nehmen, um das hier zu spielen? Weiß nicht. Weiß nicht. Das kostet 45 Euro? Ja? Sasek, danke schön 45 plus Steuern ich kenne den Grundpreis nicht, ich glaube 45 war schon mit Steuern oder nicht 50 mit Steuern und Gebühren Sasek, vielen Dank im Ernst jetzt? das kostet ein Fuffi sogar ja und das ist halt das Problem wer soll für so einen Arena-Shooter denn 50 Euro ausgeben wenn ich mir über 10 andere Games, die mir spontan einfallen, kostenlos spielen kann in einem Setting und offensichtlich die Qualität sogar besser ist seit wann kann man Arena spielen? Arena kannst du spielen wenn du das besitzt, seit Dezember oder so weiß nicht mehr wann genau 12. Dezember oder so ist halt einfach nur dead das ist in der EOD ist das enthalten Sigsupi, ja aber wir müssen ja davon ausgehen dass du neue Leute akquirieren willst denn noch ein Spiel rausgeben für die Spieler, die bereits gekauft haben vor x Jahren kann ja nicht das Ziel eines Unternehmens sein du kannst ja nicht sagen oh, lass mal noch ein Spiel rausbringen und unsere Zielgruppe ist die, die schon gekauft haben vor 5 Jahren ansonsten lass den Preis so hoch ansetzen dass es keiner kauft bei mir steht vorbestellen ja, das ist bei WSG so die geben nichts raus das ist alles immer Beta und nur Testen ich bin Beta-Tester so wie alle anderen Tag-auf-Beta-Tester auch läuft aber auch besser ne alles klar wie ich jetzt danke soll dieses Jahr nicht Release sein ich bin Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jai! 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 Hallo! Sag mal Leute, kennt ihr Waterdrop eigentlich schon? Das sind so Würfel. Da kommen so zwölf in einer Packung. Wie kann man hier so... Achso, meine Tischkamera hat keine Lust. Ja, dann zeig ich das so. Das sind hier so Würfel in so einer Packung. Da sind zwölf Stück drin. Einen, so einen Würfel auf einen halben Liter Wasser. Ja, wir haben hier so eine Flasche von denen. Und dann kommt das da rein, löst sich auf. Und dann kann man das trinken. Hat so fünf Kalorien. Ist super lecker. In dem Fall Eistee Pfirsich. Wir haben zig Sorten. Könnt ihr euch ja mal angucken. Ausrufezeichen Waterdrop. Top Produkt. Danke für die Zusammenarbeit. Auch schon über zwei Jahre. Sehr lange. Das liegt natürlich daran, dass ihr das kauft, Leute. Und ihr da auch zufrieden seid. Danke dafür. Die Verpackung geht bei mir immer kaputt beim Aufmachen. Ähm. Du, die... Das ist eine gerichtete Packung. Da ist so eine Schieberichtung. Verstehst du? Da ist so ein Loch. Da drückt man das rein. Und dann schiebt er sich zur anderen Seite auf. Wenn du das andersrum versuchst... ... ... ... ... Dann geht die kaputt. Für mehr Lifehacks folgt mir auf Instagram. Oder wie war das? Ich finde die Eistiersorten sehr, sehr, sehr stark. Sagt der TikTok, ja, da auch. Aber nennt man nicht immer eine Plattform, wo man gar kein Content bringt? Aber ich mag sehr viele Sorten, wenn ich ehrlich bin. Das ist echt komisch alles hier. Alles zu Hause ist komisch jetzt. Also wahrscheinlich finde ich kein Match, ne? Weil wer soll jetzt gerade schon spielen und dass ich da reinkomme? Ich hab nicht nachgedacht. Oh, es hat geklingelt. Sehr gut gemacht! Bis zum nächsten Mal. SºC Hallo. Da bin ich wieder. Ja, habe ich denn gerade Gier an? Ja, wow, ich habe sogar Gier an. Was habe ich denn zuletzt gemacht? Was hat, also... Ich glaube, ich habe mit Wassi gespielt zuletzt. Aber ich weiß nicht, was ich getan habe. Customs, EP-Depot. Habe ich zwei Marküre? Habe ich. Dann los. Den bei Old Gas muss ich noch und den hinten bei Trailer Park muss ich. Ca. 250k gerade. Nice. Munition sieht ja geil aus. Die sieht anders aus. Habe ich... Ah, habe ich mir noch nicht angeguckt. Stimmt, können wir gleich mal machen. Okay. Der Monitor-Bug ist immer noch da. Ich habe einen Monitor-Bug. Hätte ich auch lassen können, Herrn Dark Souls. Ach, habe ich. Siehst du? Erstmal den Rubel auf Ground Zero verlieren. Ich gehe ja noch aufs falsche Ground Zero mit Level 15. Ja, Opa, ne? Weißt du ja. Hier ist alles durcheinander, sagen wir es mal so. Alles. Jeder Ablauf hier zu Hause ist einfach anders. Alles komisch. Okay. Gut. Okay. Tag auf, ist die erste Runde, mal gucken. Ein Mock Moin. Ja, er ist gerade live gegangen. Wie gesagt, erster Ladescreen. Erster Ladescreen. Ambience Sound ist anders und der Schnee ist weg. Aha, so sieht bei denen also Frühling aus, ja? Das Gras ist weg im Frühling. Ah, aber es ist noch Teilschnee. Es ist Teilschnee und das Gras ist weg, weil da unter... Aha. Aha. Aber der Sound ist anders. War das ein Specht? Und das hier, das Windgeräusch ist jetzt das Neue, was abhängig von der Windstärke ist. Ja, specht mich am Arsch, du. Was? Die ganze Map sieht merkwürdig aus, weil hier Gras fehlt, Alter. Reib meine Hose, nimm meine Vaseline, Digga. Wieso doch Moin? Der war auch neu. Der Chwi-blib-blib-blib-blib-blib-blib. Ja, habe ich auch gehört. Chwi-blab-blab-blab-blab-blab-blab. Wofür braucht man denn so dringend Zucker-Grigo? Naja, sie haben so eine Teilzeitschneebedeckung hier gemacht, ne? Und darunter ist dann irgendwie kein Gras mehr in Russland, wie es scheint. Also bei uns war es nicht so grau kaputt, nachdem Schnee war. Aber gut. Wer weiß, wo, wo, also, so. Ist die Performance besser? Ich habe auf Customs immer 140 Frames, also keine Ahnung. Es ist sehr komisch, einen Tag auf neue Sounds zu haben, die man noch nie gehört hat. Es ist... Komisch. Das Hosengeräusch macht mich allerdings komplett wahnsinnig. Liegt das am Wetter oder ist es meine Hose, die reibt und das ist ein neuer Sound? Ich weiß es nicht. Ich möchte gerne jetzt mal Indoor spielen, auch wenn ich eigentlich nicht in die... Oh, ein Unterstrich. Atomfried hat gerade mit 50 Bits gecheert. Oh, ein Smooth. Ich werde die Selbstspechte können ohne Steps über Holz gehen. Mach' nen Kopf zu. Ja, diese Vögel machen mich allerdings ziemlich wahnsinnig, muss ich sagen. Okay, die ist hier schon auf. Ne, schlechte Munition ist kein Problem, einen Tag auf. Alles One-Tap. Er hat brachiale Gewalt einfach gewonnen. Wie kann seine Rig noch ganz sein? Ist sie nicht. Er hat 10 Punkte verloren. Du kannst nur nicht lesen. Ne. Ne. Er hat hier Saves gelootet. du kannst nur mal. Ach, ach, ach. Ach, ach, ach. Ach, 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 ach. Ach, ach. Ach, ach, ach. Ach, ach, ach. Ja, ja, ich sage das. Ja, der hat ja auch auf mich geschossen, sonst wäre ich ja nicht angeschossen, oder? Ja, ich sage das. 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 Also beim Sprinten macht die Hose irgendwie Geräusche und draußen auch. Hier drinnen scheint es weg zu sein. Ist der Matschboden? Warum pushen die Skeps mich denn so wild? Was mit denen? Ja, aber macht das so ein Geräusch, Leute? Das klingt, als wenn eine Polyesterhose an einem Bein und dem anderen Bein reibt. Das ist, wenn man fett ist, kennt man das Geräusch halt. Was? Als ob du Polyester trägst. Ah ja. Oh, Alter, ne neue AK. Würde ich mitnehmen? Kann ich aber nicht. Kein Platz. Sag das nicht Obelix? Nennst du mich Obelix? Also sagt das nicht Obelix oder sagt das nicht Obelix? Also, wie meinst du es? Der rauskommt. Da ist nicht Obelix. Jetzt kommt es auf die Linch. Also? Dassel richtig ist, wie egal die Verkuss. Dann siehst du schon wieder. Und dann wird die Hose auf ein paar Stunden. Das ist die Hose nach oben. In der Musik. Du. Ach. Du hast dich. Du hast dich. opa unterstrich atomfried hat gerade mit 50 bit skizziert wir essen opa ist gefährlich wir essen opa nicht wir essen opa nicht ja das ist gut dass europa nicht moppel kotze 2 hat gerade mit 50 bit skizziert satzzeichen retten leben noch ein bisschen mehr habe ich noch halte ich das mal drin falls ich noch skerster schießen muss und im zweifel zicke ich die ak noch soll der boden sein ein frisch ein frisch und specht da will ich doch jetzt mal hin am extraction freund doch da ist sie werden endlich vorbei scheint so es scheint so jetzt einmal resetten oder ich gehe noch ein markersetzen dahin ich denke gerade nach ja der schnee geht langsam weg genau um nächste runde dann trailer parks bauen zu haben das wissen wir alle nach auf hast mich aber wir machen das jetzt trotzdem ich möchte ja bitte ich gebe das geld nur für bieren schnitzel aus das kannst du auch alleine schmach schnitzel aus dem arbeit schnitzel aus dem schnitzel aus dem das will packt und kaufen ja da muss man kaufen für meine subkasse dann hast du auch in game das ist für streamer mit ihm ein bisschen umsatz machen und solchen assi setzen immer kapi droppen zum glück bist du auch scheiße wo ist er denn wo denn aber kein heavy bliebst du sitzt ist er denn ich sehe ihn bis jetzt nicht hooligan also es ist alles in ordnung mit ihm er hat da irgendwo gesessen mit player gear ich habe am ende einen player getwittert der hatte wohl auch schon mit dem schiff ärger ich habe ihn nicht gesehen oder gar nicht ganze zeit nicht ich habe ihn nicht gesehen also ich weiß dass er da irgendwo gesessen hat in irgendeinem büschchen aber ja bisschen ärgerlich ist dass ich kein heavy bleed stop dabei hatte weil ich mit was sie hier diese eine quest machen wollte in der letzten runde und ich das nicht gesehen habe bevor ich gestartet bin sonst wäre ich nicht gestorben ich habe hier kevin key und directors office noch für was sie dabei die quest wollten wir machen das letzte in der letzten session und ich habe mein heavy bleed übersehen ich dachte ja kann ich auch so losgehen keys willst ja nicht mitnehmen passt schon aber ich habe nicht gesehen dass ich keinen kellogg's dabei haben das kann nicht umbringen gut besser hat gerade für 32 monate abonniert hessah dankeschön schau mal drauf das gear war eh schon von dem anderen schön dass ihr da seid leute das mit der ablenkung ist heute doppelt gut so bap 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 das haben wir auch ich glaube ich habe keine munition mehr die frage ist ob ich ps schon kaufen kann oder ob das questlog ist aber die kosten jetzt also kann ich ja auch übern fliege kaufen ne 26 schon die zeit rennt danke für den content block dance 380 erstmal ok ich hoffe es wird eine gute runde schöner fight gewonnen bisschen was gelootet jetzt ärgerlich dass ich gestorben bin aber ich wollte ja auch unbedingt die quest noch machen na so oh das ist cool also wenn ich mir jetzt meine ps ammo anguckt dann kann ich jetzt hier sehen dass ich gegen level 3 noch high und bei 4 dann very low very low very low spiele das ist cool das ist wirklich cool das feiere ich dass das endlich drin ist ne das ist extrem geil für alle leute würde ich behaupten ja ok cool cool ja spannend jetzt muss ich nicht mehr raus haben äh kassi ähm ja das mit dem monitor zuweisen da haben wir das ich habe das jetzt eben nicht so schnell gelesen ähm monitor zuweisen ist das problem dann einfach durchwechseln in dem array von monitoren aber die frage ist warum das auf manchen systemen immer wieder passiert ja aber ich habe es jetzt auch nicht so ganz gelesen da es verstellt sich immer wieder oder jetzt einmalig also ich habe das nur wenn ich einen monitor aktiv abziehe bei mir aber kannst du dich einfach alt enter drücken mit der windows und file taste das verschieben und wieder alt enter oder macht er das nicht das verstellt sich regelmäßig das verstellt sich regelmäßig ah ok ja dann kann ich dir leider nicht helfen das haben viele leute ich bin sehr froh dass ich es nicht habe aber entsprechend habe ich auch keine lösung weil ich davon nie betroffen war ich habe heute mal wieder findet du mal neue musik für uns am start und irgendwie ist spotify heute nicht so ganz geil deswegen gehen wir mal in meine playlist rüber und dann können wir erstmal beatbox rocker ich bin sehr froh 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 Ich gebe euer Geld nur für Quatsch aus. Könnte ich auch einfach selber machen. Ja, das hat irgendwas damit zu tun, Cassie, dass dein Monitor zwischendurch weg ist. Vielleicht ist das eine Energieeinstellung. Also, vielleicht besteht das Problem nur, wenn dein Computer läuft, der so eingestellt ist, dass die Monitore ausgehen und wenn du wieder kommst, wieder angehen und dann ist das alles durcheinander. So ist es bei mir auch. Wenn ich hier einen Monitor abziehe und wieder ranstecke, dann ist das Problem da. Haben sie denn nicht, wenn du den Hype-Train hast? Haben sie es denn nicht, wenn du den Hype-Train hast? Hast. Ich verstehe den Satz nicht, Xofix. Kannst du mir den nochmal aufmalen? Ja, Beta-Beta. Dass sie nicht ausgehen, Cassie. Also, nach einem frischen Reboot müsste es immer passen. Und deswegen passiert es normal. Also, immer wenn dein Rechner länger lief und zwischendurch die Monitore ausgemacht hat. Enten, tu mal, Biet. Ja. Wer war das? Wer nimmt euch? Schön hat Eis fahren. Ja, das kann ich auch am besten tun. Boah, da sind sie nur noch drinne. Na ja, jeder andere hätte sich übergeben. Das war reine Körperwärtschung. Und da ist es wundern. Aber Matchking, hast du das mit dem Monitor ausschalten mal ausgeschlossen? Könnte das bei dir nicht auch sein? Hallo, warum Level 15? Wir haben doch im März Spenden gesammelt, MaxDuck. Für krebskranke Kinder. Und da habe ich gesagt, wenn wir 15.000 Euro knacken, dann resette ich mein Account. Ich wusste, dass hier einer sitzt. Du mieser kleiner... ...liebenswürdiger Spieler. Ich wollte eigentlich Bastard sagen. Ich wusste einfach, dass hier einer hockt. Ich wusste, was gehören sollte. Ich habe mich auch reingeämmt, ne? Ich bin gerade dabei. Ich habe es gerade umgestellt. Nice. Dann lass uns mal wissen, ob es das war. Das ist natürlich spannend zum Weitergeben. Ja, Grigo, gehen wir auch massiv auf den Sack. Ich glaube, so wurden die auch aufgenommen. Genau so. Jetzt mal in schneller... Ich habe dich zu sehen. Das war's für heute. Das scheiß Auto. Oh, ist übernackt. Das klingt ja geil. Gibt es neue Probleme mit Takishmarki, ja? Da haben viele Leute das Reconnect, Disconnect, Reconnect, Disconnect, Reconnect, Aborted, Disconnect, Reconnect, Ding. Übrigens ist das Game viel heller. Das ganze Indoor, Outdoor, Indoor, Indoor ist heller. Also hier dieses Regal zum Beispiel und diese Garage ist wie aktiv beleuchtet jetzt auf einmal. Jetzt ist mir das Game fast zu hell. Die ganzen Wochen habe ich mich beschwert, dass es viel zu dunkel ist und jetzt ist es irgendwie zu hell. Weil irgendwie gibt es nie so das Mittelmaß. Es gibt immer nur das eine oder das andere Extrem. Yes, ja, same. Eins oder null. Das ist halt wirklich so. Ich meine, das ist auch nicht so leicht, aber das hier sieht jetzt halt massiv hell gerade aus, oder? Bilde ich mir das ein. Dafür, dass wir in einer Garage stehen, da hinten nur so eine Funzel liegt. Sieht das an eine... Naja, ich beschwere mich nicht. Dann lieber zu hell als zu dunkel. Ja und weil die Vermutung eine Vermutung ist, hast du lieber vermutlich zweimal in den Satz geparkt. Zellerex, oder? Vermutlich. Was es für eine Million Kanalpunkte gibt? Nix. Kann man nicht alles auf einmal ausgeben. Auch hier ist es heller drin. Die Beleuchtung ist auf jeden Fall anders. Anderas. Herr Heiko und Maxi, ich würde ein Bier vom Heiko nehmen, kleiner als drei. Du willst Bier von mir nehmen. Hä? Ne, 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 ne. Hier wird Bier und Schnitzel noch selbst gekauft. Verstehst du? Aber doch nur für mich. Also nur wenn ich sage, ihr sollt hier kein Geld ausgeben, heißt das nicht, dass ihr mein Bier bekommt. Nicht falsch verstehen. Das ist meins. Hier gibt es Bier. Bier. No. No. Au. Wenn du Customs schon heller findest, warte mal, wenn du interläufst. So, mach ja nie. Problem gelöscht. All of Fame-Werte wurden verdoppelt. Was? Erwin, hallo. Ich würde es warten, nicht mehr sagen. Entschuldigung. Ich bin nicht so gut im Zuhören. Oh Gott, der Dille ist das denn fucking ernst. So scheiße wie du, hätte ich auch gerne mal einen halben Tag her. Ei, ei, ei. Ah, ich habe ein neues E-Fact auch mitgenommen zum Glück. Kein Problem mit Heal diese Runde. Aber der Bruch. Ich bin ganz schön toxic heute. Ich entschuldige mich. Ich bin eigentlich gar nicht so. GG. Aber hör auf hier rumzugammeln, okay? Okay. Das war's. Wie es gibt. Ich bin sehr bald. Das klingt sehr verwirrend. ich weiß, dass ich die AVS auch mitnehmen könnte aber bin ich so krass überladen, Leute wenn ich mich if you ask yourself why ja, es ist noch nicht verstanden, ob ich hier das Ding ist, die meisten Sachen lösen sich noch 30 Sekunden der Warterei und des Nagelkauens fast von alleine auf den Fernseher und das wissen sie ja auch so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Manchmal kannst du das dir nicht ausdenken, dann machst du einmal einen Ground Cache, wenn du daran vorbeikommst, der ist schon gelootet. Unwoche sind wohl der Jahreszeit angepasst, ja, nicht gut, aber ich weiss nicht was das sein soll. Eigentlich brauchen wir jetzt einen Specht und einen Wolf-Emote, ne? Immer wenn wir die hören, müssen die im Chat kommen. Und ein Kiep, 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 Kiep! Kiep, 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 Kiep! Ok, hier könnte ich raus. Kiep-Kiep Neu sommer ... Das war's für heute. Warte ich's eigentlich auch live, der Bob will noch im Chat, sind wahrscheinlich auch noch aufm Patch gewartet, was? Oh Gott, ist das Dusse da drin? Oh, hier drin? Jetzt aber nach außen reingucken, naja. Letzt Reset, Digga. Gute Runde. Ja, okay. War nix, nicht da. Siehst du mal aus wie eine Headshot-Maschine, aber das Ding ist, du tötest halt ohne Headshot auch keinen, insofern. Wäre der Headshot oder ihr Leben noch, ne? Na Skulli, danke schön. Ja, cool, ne? MK-16. Beide nicht, beide keine U-Sex, okay. Mit der blauen 20x1mm Toy-Gun. What? Äh, was? Du bist jetzt der Toy-Boy? Okay. Ich hab keine Ahnung. Ist neu oder was? Pumpkin Hobo 1825, Bad Rap Evidence. Ein Secure-Folder in the Bankhouse on Customs. The Bunker. Welchen brauchte man da denn noch? Portable Bankhouse Key. Habe ich den hier zufällig? Ne, der wäre angezeigt gewesen als Optane, ne? Uuuh! Uuuh! Sorry. Portable Bankhouse. Das kosten die Scheiße. Das kann ja nix kosten. Naja, 50k, aber 50k ist drin. 50k ist drin. Wo ist er? Sortieren. Kriegt er nicht hin. War da oben gelandet? Ja, okay. War das komische Stash-Upgrade-Zeichen schon immer da, Leute? Und warum zeigt er mir das an? Wie kommt der da drauf, dass ich das brauchen könnte? Und ist es immer da? Oder nur, wenn der Stash so aussieht wie meiner? Das Sorting-Table ist auch anders. Ja, wo ist das Sorting-Table jetzt? Ah, da oben. Toll. Let's tap. Also für mich ist ein Steuerelement, was oben angebracht wird, eigentlich zum Wechseln des Hauptinhalts da. Und nicht, um ein Sorting-Table da hinzupacken. Das finde ich ist eine Verschlechterung. Das gehört da hin. Das finde ich dämlich. Das ergibt keinen Sinn. Das soll ja so eine Karteikarten-mäßig sein. So wie hier, wo du dann den Inhalt umschaltest da unter. So, ne? Als wenn du halt... Ja, das verstehe ich nicht. Aber ja. Hm, hab das Zeichen auch. Da steht sogar, dass für mein Stash rein verfügbar sind. Aber, aber ich hab doch alle. Ach, das kommt auch, wenn man schon gekauft hat? Ja, das ist... Ja, okay. Alles klar. Ne, mein Fehler hätte ich... Ja. 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 Jetzt, wo ich drüber nachdenke, ist ja auch logisch. Kurz AFK. Ja. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich meine, ich sitze hier und darf Computerspiele spielen, weil ihr Bock drauf habt. Sonst müsste ich bedeutend mehr arbeiten in meinem Leben. Dankeschön. Ja, die Leute beschweren sich gerade, dass das Bonfire-Event-Quest-Dinger jetzt nicht beendet werden kann, sehe ich hier. Ja, das ist ja auch wenn verdient. Ja, verdient, du weißt ja, verdient, weiß ich nicht, Digga. Wieso kann es nicht beendet werden, ist es vorbei, ja. Genau. Du kannst es jetzt nicht fertig grinden. Endlich spawnen wieder spawnen wieder mehr Scaffs. Ja, für mich ist es auch gut. Somit level ich dann mal ein bisschen, weil ich habe gar keine Scaffs getötet die ganze Zeit, weil ja keine da waren. Auch Scaff-Kill-Quests waren echt nervig. Ja, wie läuft es denn, EFT? Gut. Der Jäger verkauft nur für 17 Millionen das T7-Termal, na super. Ja, das hat er schon sehr lange getan, oder? Es gibt jetzt eine Spielzeugwaffe, ja, wurde mir eben schon gesagt. Kann ich denn mit der auch losgehen und nicht ballern? Ich kann deren Events nicht ernst nehmen, weil das jetzt schon so oft so lief. Ich weiß auch nicht. Ich bin ja wirklich nicht der Typ, der immer alles negativ reden will und so, aber... Also was BSG so an Qualitäts-, an Events-Umsetzungen abliefert, ist einfach... Sie geben irgendwie so eine Seide mit einem Counter vor und dann halten sie sich selber nie dran. Da haben wir doch schon letztens mit Wassi zusammen drüber gescherzt. Und wie ist es gekommen? Die Munition macht einen Schaden. Also 35 Headshots. Nackt und Spielzeugpistole, Digga, los geht's. Netzwerle, Digga, los geht's. Vielen Dank. Kiki, du bist doch ewige 25. Das wissen wir doch. Ja, Simmel. Simmel. Wir haben doch Spenden gesammelt und haben da so ein gewisses Goal erreicht und dann musste ich mal resetten. Also haben wir das mal gemacht. Yep. Genau. Die wurden geknackt. Die wurden geknackt. Die wurden geknackt. Die wurden geknackt. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben sogar 24.500 Euro geknackt. Ein Geräusch. War das Ambient oder war das ein Spieler? Ich komm ab. Wir haben ein bisschen reingebatet. Herr Quatics, Herr Sektenspinner. Herr Knüppelpaste und Herr Vassili haben auch resettet. Bei jeweils unterschiedlichen Summen. Screw sagt ja. Ja, tip top. Dann freu ich mir. Auf den Flur wird nicht gerannt. Soge. Soge! Soge! Soge. 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 Ich bin der Mann. Und noch sind irgendwelche spieler Die neuen ambient sounds sind aber irgendwie ganz cool Ist mein zucker nicht Und noch ein bisschen Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Mach den Korb zu Das Timing kannst du dir echt nicht ausdenken Sorry, ich meine nicht den Stream, sondern das ganze Design Ach du meinst Tiktok an sich? Leider ist Tiktok die Stream-Quali halt so begrenzt Okay, hold up Ach du meinst Ach du meinst Ach du meinst Ja, 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 ja. 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 Ja, ja. Ja, ja, ja. machen will. Oder ist das irgendwie gedreht? Da bist du sofort in den Patch in der Mitte? Okay. Dann bin ich es nicht verrückt. Einer der Stimmen in meinem Kopf hat gesagt, es war vorher da. Blackstills, danke schön, man. Und Darkbane, danke auch nochmal. Leute, Wahnsinn, dass wir immer noch 800 Subs hier haben. I don't know. Dankeschön. Krasse Nummer. Obwohl wir den ganzen letzten Monat nur Spenden gesammelt haben, haben wir uns auf über 800 Subs gehalten. Das ist einfach super krass. Ich glaube, ich sollte was essen. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Ob ich verrückt bin, meinst du? Ja, tschu. Irgendwie muss ich noch so ein Dings abgeben, oder nicht? So ein... Ja, wer wollte das Ding von mir haben? Hier, du. Nimm. Ice Cream Cones. 20 von 25, okay. Baseball Cap. Survive on the location shoreline. Fishing gear. Multitool. Wo gab's den Bombs nochmal? Er hat er das Multitool nochmal. Kann ich das überhaupt schon kaufen? Mechanisch, okay. Ja. Gehen wir mal runter auf shoreline. Ne, Bobilo, das guck ich mir jetzt gleich mal an. ... Odins Wolf 90 hat gerade mit Prime abonniert. Wie ist denn das jetzt mit dem Reinladen? Habt ihr da jetzt immer noch Probleme, oder war das nur was Temporeres, Leute? Odins Wolf, Dankeschön, Mann. Vielen, vielen lieben Dank. Vielen, vielen lieben Dank. In Prime sub. Ja, um, ne? Das ist From C. Oh, was do you mean? Was? Jasper. Oh, was das? Wir können nicht eher das〜s? No, das ist ja. Oh, was es? Weg donor. From C. Was. Oh, was er. Oh, oh. Be, walker. Oh, oh, oh. Nein, danke schön, Mann. Waiting for players, so, ich wär soweit dann auch, ne, losgehen. There is much talk. There is much talk. Vorgestern stand übrigens ein E500 neben mir, so ein Familienkombi als E500 halt, ne, also E-Klasse, ich glaub von 2013, egal, wenn dir sowas Gas gibt, das ist einfach nochmal anders, ne. Ich hab nicht mal ne Ahnung, was genau ein E500 von 2013 oder 2012 oder so, ähm, rein technisch ist. Also das klang wie ein V8, aber ich weiß nicht, ist das dann, der müsste schon Turbos haben, ne? Klang zumindest so. Ist ein E500 irgendwie V8 wie Turbo dann, oder? Ah, Vox, Moin, nein? V8 wie Turbo, ihr seid euch einig, ja? Das war schon der Eckige hier, bei der runden Front vorne. Ja gut, ich guck, ich guck, wiki, ich guck in Wikipedia drinnen rein. Ist mir nur gerade wieder eingefallen, hab ich so gedacht. Oh. Muss auch so ein Altersding sein. Früher hätt ich immer gesagt, auch so eine E-Klasse, aber ein Kumpel von mir fährt so ein Ding. Und da denk ich auch so, oh. Teddy Katze hat gerade mit Prime abonniert. Okay. Bitteschön, du geile Typ. D. Teddy Katze, dankeschön, man. Nichts, nicht. Nichts, nicht. Nichts, nicht. Nichts, nicht. Aber erst Mopf. Aber erst Mopf. Aber erst Mopf. Also ja, wie gesagt, er hatte schon diese neueren Scheinwerfer. Das war nicht mehr dieses viereckig geteilte. Wobei ich die E-Klasse auch wirklich schick finde. Aber einen danach, denke ich. Aber ich bin aber echt kein Experte. Ich habe es jetzt auf die Schnelle auch nicht gefunden. Du meinst ein W2-12. Keine Ahnung. Muss ich gleich nachgucken. Ich kenne mich bei Benz wirklich nicht aus. Ich weiß nur, was wie seine C-Klasse kann die noch als W2-03, so weißt du? Das habe ich noch hinbekommen, aber ich bin echt nicht so gut da drin. Der Nachfolger ist dann 2-13er, ja? Wann kam der W2-13 denn raus? So rein baujahrtechnisch. Und warum sind da Granaten da, wo ich hin will? Wenn ich einmal eine SV-98 legen will. WTF? Und hinter mir ballert es auch. Vielleicht waren die Nades auch hinter mir. Das wäre mir ganz recht. 16 bis 13. Ne, definitiv älter. Aha, ja, dann muss ich ja ein 2-12 meinen. Ne? Okay, Grigo. Ist das jetzt dauerhaft oder normal? Also der Wind ist komisch. Komisch laut. Der Wind war früher schon mal so. Mir kommt es so vor, als hätten sie den Wind von vor... ...drei oder vier Jahren wieder reingepackt. So klang Tarkov schon mal. Nicht der einzige, dem das auffällt? Das gab es so schon mal. Wenn du kein Headset aufhattest, ziemlich sicher. Dann wäre es sehr ähnlich. Bin ich genau gleich. Naja, genau, Torrid. Die Windstärke soll jetzt die Lautstärke bestimmen. Aber der Grundzaun... Ich seh auch, wie es ist. Das ist fürs Hinlegen jetzt nicht so geil. Das ist der Chef. Oh, oh, Digga. Hey, hat mich so nicht angeschrien? Und ich hoffe, er geht nicht dahin. Das wäre echt unangenehm. There is no fun, ne? Wir sterben können wir nicht. In der SV 98 können wir uns auch normal leisten. Eine der dümmsten Quests im Spiel. Kurz mal machen. Hint dessen aufs Handy schauen, weil es eh keine Rolle spielt. Der Frau antworten? Digga, das ist Multitasking. Erzählen wir nochmal, dass wir das nicht können. So. Alles klar, Herr Opa. Schau ich gleich. Aber wir gehen jetzt Sanita töten, oder? Also mit einem PS AK habe ich den auch noch nie getötet. Oh, mal gucken. IE-Humor. Tut mir leid, Bastian. Nicht jeder kann deinen elitären Humor haben. Mehr wie schief gehen kann es ja nicht, ne? Leider. Bist immer ziemlich alleine mit, ne? Komisch. Aha. Kann ich dir hier ekelhaft durch die Wall irgendwie einen Headshot drücken? Nade habe ich leider nicht. Der hier wohl wem ekelhaften Headshot durch eine Wand drückt, ne? Ich bin hier. Da ist er, da ist er, da ist er! Jetzt nur Nate, um zu wissen, wo der letzte ist. Is it still? Full spray, baby! Hallo! Oh, 60er Max! Ich muss präsenten, Digga! Da hab ich doch ne Quest! Da hab ich doch ne Quest für! Gib mir, Alter, eine Drohung! Oha! Give me all them drugs! And Ledix! And 3BTG! And AHF1! Genau! Warum kein 3BTG, Brudi? Warum? Was hab ich dir getan? Ja! 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 Nein! roads! Ja! Oha! Ja! 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 jetzt c63 ist jetzt ein zwei liter vier zylinder ich habe es gehört aber ganz im ernst ganz im ernst solide mal eben den boss wegballern mit einer ps ak kann merken hat sich merken wieder auf ja dann war wieder mein capture was ich verpasst habe aber hey so die die quest auf wollen YouTube als Multistream nicht so gut. Wieso? YouTube läuft doch. Ich mache alles dreist. Ice Cream Cones. Mal eben den Boss weggeballert, Alter. Stark. Einfach stark. An der Quest kann man echt lange sitzen auch immer. Weiß ich noch. Shaking up the Teller. 203. Ostmannpad. Ich dachte, das wäre jetzt Bastian sein Humor gewesen. Wollen. Tja. Alter, wird sein Playlist. Was für ein Knaller ey. Nee. Okay. 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 Vielen Dank. Geil Interchange Quests. Ja, wahnsinnig, Digga. Aber gut, dass ich Bandages gesaved habe, Alter. Hat das eigentlich irgendwer kommentiert? Ich hab mir in der Runde gedacht so, jetzt machst du mal was richtig Geiles. Sicherst du mal ein paar Bandages. Hat irgendwer das bemerkt? Setup? Oh, Setup geht klar, Alter. Ich hab Bock drauf. Ich dachte mir, es wird schon seine Gründe haben. Das war ein kleines Kitzeln. An der Stelle. Aber ich war super glücklich, als ich den AF1 gesehen hab. Da war mir alles eigentlich schon fast egal. Okay. Ich hab'n Anat und darf wieder auf tror, dass das eigentlich mit einem sichern vor Was ist ein kleines Was. Oder in der Stellung! Ich hab'n auf apoy, dass ich den AF1-1-2-3-3-4-4-4-4-4-4-4-4-5-5-4-5-6-6-7. ich würde es behaupten ich bin genug negative aufgefallen oh er sagt moin ich glaube ich möchte auch diese Waffe nicht haben ne ich möchte die nicht ne UMP möchte ich auch nicht die 500 inspiziert nein kleinen Moment ich bin noch nicht so weit bin hier noch am klicken Tiger Safari 203 und Tiger Safari dann können wir jetzt wieder Customs gehen wo sind meine Marker Special rüber gefahren hier und da drei Tiger dann 203 einstecken den müsste ich liegen haben geht gleich los 203 ich hab da ach jetzt gucke ich oder noch nicht so weit wo steht weder der erste oder der zweite, der dritte ist es. 2212 4,7 Liter Biturbo. Ja, so war der. So war der. In Marineblau. Der hatte sogar die Felgen drauf. Ob er tiefer war. Haben die Luftfahrwerk? Ja, W212. Da war ein W212. Ja, sehr sicher. Und groß. Der hat der Kofferraum offen so. Groß. Viel Platz in so einer E-Klasse nach wie vor. Aber nicht mehr so groß wie früher, aber immer noch groß. Also ich glaube, der 211er ist ungeschlagen, was das angeht. Ich hatte mal ganz kurz in meinem Besitz ein W211. Das ist noch der ganz eckige, oder? Du hast ja eben alle diese Modelle geschickt. Ne, nicht 211. Noch den davor. 210 dann. 210er hatte ich. Ja. Der war einfach... Also der ist... Also der war... Gefühlt konntest du da eine Europalle hinten reinstellen. Der war einfach echt groß. War ein Siebensitzer. Konntest einfach nach hinten wegklappen. W210 war der ganz runde? Ich guck. Ja, ja, genau. Der hatte die... Aber der war vorne immer noch eckig, aber hatte runde Scheinwerfer. Ja, ja, den meine ich aber. Genau. Genau so einen hatte ich. Als Kombi halt. Und da war der Kombi einfach... Das war... Das war groß. Der war groß. Sehr groß. Da wurde ich voll gequatscht, dass ich ihn weiterverkaufe. Habe ich gemacht. Danach ist er am Baum gelandet. War ein 280er. Benziner V6. Automatik. Nichts an Ausstattung außer E-Fenster, glaube ich. Aber riesig. Also echt riesig. Und dann habe ich dann den hingestellt. Und wollte ihn zwei Wochen später anmelden. Und dann kam da einer und wollte den unbedingt kaufen. Hat mir mehr Geld gegeben, als ich dafür bezahlt habe. Ja. Okay. Dann war das so. Aber er ist leider am Baum gelandet. Das hat mich ein bisschen geärgert. Wenn er da was von gehabt hätte, wäre er in Ordnung gewesen. Aber er hätte ihn einfach wogegengeschoben. Stumpf durch den Gartenzaun. Gegen den nächsten Baum im Garten. Drei oder vier Tage später. Steckst du nicht drin? Ne, zum Glück nicht. Okay. Wo gehst du eigentlich die antiken Vasen sammeln? Die finde ich immer in Saves, ehrlicherweise. Oder die stehen so rum an Loot-Spots. Aber wenn du mich fragen würdest, dann würde ich glaube ich auf Saves rennen für Vasen. Ne, er hatte immer ein paar Tage was davon. Ja, manchmal, wie das so ist. Wahrscheinlich mit den Kumpels auf dicke Hose gemacht, ne? Der ging echt ganz gut. Ich weiß gar nicht, was die Dinger haben, aber ich bin mir recht sicher, dass es ein 280er war. Ich verstehe diesen Wiki-Artikel nicht, sonst würde ich jetzt mal nach dem Motor gucken. Aber ich sehe, das war ein S210. So, jetzt habe ich den angeklickt. Was hatte so ein 280er dann an Leistung? Also ich glaube, rein von dem, was draufstand, war gar nicht so toll. Aber ich bin den gefahren und habe gedacht, der geht echt gut. Ja. Aber da war man auch noch nicht so verwöhnt. Vielleicht liegt es auch daran. Wobei, ich hatte zu dem Zeitpunkt ein 3er BMW mit 170 PS 2 Liter Dieselmaschine. Und war überrascht, wie gut die E-Klasse geht. Sagen wir es mal so. Ja, da wartet das viel langsamer, das war es aber nicht. Ja, also sportlich war der Ganze ja nicht. Aber das war halt reinsetzen, wohlfühlen irgendwie und trotzdem ist was passiert, wenn du raufgelautscht bist. Sagen wir es mal so, ne? Keine Ahnung. Wann da Dünn mit Leistung? Ja, aber, also, so rein vom A nach B fahren. Aber wenn man einen fahren will, dann ruft man sich ein Taxi, ne? Nice Creechel. Na, geht mir auch so, Bastian. Ich konnte mit dem Design früher auch echt nichts anfangen, aber seitdem... Jetzt habe ich es schon wieder vergessen. Welches Modell hatten wir jetzt identifiziert, den ich da gestern gesehen habe? Ne, stimmt nicht. Mit dem W212, also diese Doppelscheinwerfer vorne bekommen haben. Seitdem finde ich die E-Klasse als Kombi echt ganz schick. Den davor, den W211, konnte ich überhaupt nicht leiden. Und den dann als Mob. Also ich finde beide ziemlich schick. Und den neueren auch. Also ich finde die neueren Mercedes eigentlich alle ganz gelungen. Das ist jetzt die Frage. Das ist jetzt die Frage. Bin ich jetzt mit meinen 35 Plus in das Zielsegment des Mercedes-Benz reingefallen? Oder sind die schicker geworden? Ich kann es nicht beantworten von meinem Standpunkt aus, aber... Lieb ich so, dass ich auch nicht. Die sind viel zu teuer. Ich meine, wenn man sowas kaufen würde, dann ja nur, weil sie nochmal einen Motor bauen und man weiß, dass die was können. Also diese V8-Motoren von Benz sollen ja ganz okay sein. Die haben zwar so ihre Kinderkrankheiten hier und Kinderkrankheiten da. Also hier mal ein Iron, da der Riementrieb vorne und hier mal was und da mal was. Aber so grundsolide sind sie wohl. Und Ben, dann würde man ja was mit Motor kaufen wollen. Und ich will gar nicht wissen, was so ein Ding von 2012 noch kostet, wenn man ein E500 haben will. Also wenn man mal die Referenz auf gestern oder... Ne, vorgestern da jetzt setzt. Ich wette, der ist teurer als mein Edge. Obwohl er einfach 10 Jahre alt ist. Ähm, ich habe leider vergessen, was ich hier wollte. 203, okay. Und das andere? Markieren. Ach ja, Tiger. Tigers markieren. Hm. Ich habe eher getren. Okay. 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 Mein Finger ist nicht schnell genug um nur einen Schuss abzugeben. Verdamm. Patronsky moin. Du hast schön, dass du hier bist. Ich sitze doch hier und spiele mein Lieblingscomputerspiel hier vorm ich hin meister. Ich brauch's nicht fragen ob ich vorbeikomm so War das gerade Hund oder ein Vogelgeräusch? Ja eher so Wölfe würd ich so fast sagen oder? Und ja Vögel Ich dachte nur wegen April Scherz Ja ja ich weiß Hab ich verstanden Er ist auch nicht bei allen angekommen der April Scherz Mancher hat das echt für voll genommen Er hängt dann auch, kann ich wieder mitnehmen? Nein das ist er gar nicht Ne stimmt die Quell Ich wollte auch auf Wutz eben aber dann hatte ich eine Shoreline Quest Dann bin ich erstmal Shoreline gegangen da war es gleich wie hier Zwei Leute Nehmen die mich jetzt im Busch? Zwei Leute 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 Zu Hause Zwei Leute Zwei Leute Zwei Leute die noch Skeftrills und wollten mich triggern, ob ich einer bin, weil sie es gehört haben und dann hatten sie aber keinen bock raus zu gehen aus dem Busch und sind Richtung Crackhaus weiter. Die besten anscheinend auch. Jetzt jetzt auch drauf anlegen könnten, aber ich dachte mir so, wenn die in die Richtung rennen, dann habe ich vielleicht zwei weniger, die hier oben rennen. Ja, die können jetzt dann gleich umdrehen und auch noch herkommen, aber naja, ihr wisst schon. Ach, das waren Wasser und Knüppel? Das wäre lustig. Und nicht so unwahrscheinlich. Wenn die einem Fight aus dem Weg gehen würden, naja, die gehen auch nicht auf jeden Skeft durch einen Busch. Wussten ja nicht, dass ich ein Spieler bin, ne? Ich glaube, sonst hätten sie den Fight schon genommen, wenn sie es wären, aber ich glaube nicht, dass die den Fight gerade aktuell aus dem Weg gegangen sind, sondern die haben mich einfach als Gap abgestempelt, weil ich auch nicht reagiert habe. Und dann als Gammler. Das ist echt viel heller hier drin. Es ist nicht zu hell hier, das ist echt okay, aber ich hatte sonst immer Probleme und gefühlt habe ich jetzt keine Probleme mehr. Oh, das ist der Labs Key, ne? Der Arsenal, der spawnt hier noch als fester Key, das ist ja lustig. Haben wir früher mal gecheckt, das Ding. Oh, danke schön. Oh, danke schön. Ja, okay. Ist eine Mac-Nummer voll. Ich habe jetzt schon zu wenig Energie. Ich wollte jetzt gerade pre-poppen, aber ich habe mir überlegt, ne, mache ich nicht. Gehe ich das Risiko mal ein, dass wir Beine verlieren. 2-1 Risiko. Duck, Wayne, Duck. Ich finde, Tarkov sieht komplett anders aus in diesem Frühlings-Setting. Der Sound mit dem Wind stört mich viel mehr als der Schritt-Sound. Dieser laute Wind. Aber bis hierhin gefällt mir das alles ganz gut. Auch das, was ich an Soundänderungen bisher festgestellt habe. Dass es drinnen leiser wird, aber nicht aus ist. Dass du keine Schwelle mehr hast, hinter die du schrittst. Sondern eher so, ja, besser umgesetzt, so. Ja. Insgesamt eher positiv bis hierhin. Möchte ich sagen. Und wie immer, Server sind neu gestartet nach dem Patch. Es läuft Sync-mäßig ganz gut. Besser als die ganzen letzten Tage. Also ich habe auch das Gefühl, dass PSG einfach mal einen Ab- und Zu-Reboot in ihre komische Wartungs-Queue einbauen muss. Dass die Server jeden Tag mal neu starten über Nacht. Dann würde Tarkov einfach besser laufen. Das ist jedes Mal wieder so. Es kommt ein Patch und du hast das Gefühl, ey, der Sync ist geil. Und ein paar Tage später ist der Sync komplette Scheiße. Und dann denkst du so, ja, reboote deine Pisse doch auch mal. Aber irgendwie. Also es kann natürlich auch nur Einbildung sein. Aber heute läuft ganz gut. Ich meine, ich habe Sanitar mit einer PS-AK gemacht. Und die Schüsse gingen rein. Und auch die Player-Fights, die wir bisher hatten, waren ganz angenehm. Von dem, wie es reinging. Nicht dieses ewig späte Umfallen und so ein Kram. Und ich spiele Auto-EU an einem Nachmittag. Da ist auch gerne mal Kacke gefühlt. Ja, ja, an dem Zelt kann auch ein Flash-Drive spawnen, ja. Ruh, Ruh. Was für eine Waffe, der Spechtbild spielt in der Automatik? Ging eher nach halbautomatisch. Was? Das hier, ja, keine Ahnung. Flick auf den Finger. Hast du den Ack zurückgesetzt oder einen anderen? Ich habe den Ack zurückgesetzt. Flick auf den Finger. auf welchem server region spielst du dich vor nix an am wenigsten das wissen hallo savi, wie gehts du? oh fuck, da liegen leichen, ich will jetzt nicht sterben hast du nach vorne angefangen? weil du auf wenig peemst die schrift na dann, wie lange guckst du zu? zwei minuten? diese runde habe ich schon zwei getroffen und hier ist ein dritter hier hinten in meiner ecke weiß ja nicht wie viele du so erwartest, aber jetzt einfach hier hinten längst, mal gucken ob ich meinen koffer nach hause krieg aber ich nehm momentan nicht jeden fight, weil ich questel, ja das ist schon selten für mich ehrlicherweise, aber ich will so ein bisschen progress machen da war irgendwo ein spieler der hat eben nen scaf, da rennt er ne das ist der scaf, weißt du? aber es war auch mein letzter scaf, insofern ganz okay aber da irgendwo hat eben der scaf auf den anders geballert und das bedeutet da ist irgendwo einer kombiniere, kombiniere, aber ist mir egal I say ciao aha, das habe ich jetzt diese runde an skills gemacht ne? habe ich eben schon einmal Luftkeks einmal gezeigt oder? vielleicht hast du es verpasst? versuche mal am ende der runde einmal rein zu gucken, bis man das sieht naja so mit wieder zwei quests fertig das geht ganz gut heute so viele quests für die ja ja das ist gut Luftkeks ich klicke da ja auch nur rein und sag nicht und hier sehen so die quests ja nochmal wie findest du den Patch? ich finde die neue Vegetation echt spannend, muss ich sagen und das mit dem Sound ist halt so ein bisschen aber selbst der kommt mir besser vor also naja so hier, wer wollt diesen Koffer von mir? du? also einmal das, ja und Ticker Safari oder so shaking up ein Teller Punisher, da geht es los, Alter Aluminium Scaps using AKM Series on Shoreline ok so und wer wollte jetzt da, du dass das jetzt woanders ist, macht mich komplett fertig, Digga das werde ich noch Monate weiter anklicken Shoreline ok so ähm ich würde gerne einmal in eine Factory rein aber ich habe keinen Factory Key was kostet mich ein Factory Key? 150k ähm den bekomme ich auch durch irgendeine Quest ne, aber scheiß mal drauf fehlt es auch zum Ausgeben da, ne ich habe ja fast 5 Mio mhm, 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 mhm man muss ja nicht alles an Geld auf der Bank legen also doch eine E500, oder? haha ok Jungs, der Schuh der atmet ich wollte ein Toolset mitnehmen weil sie da hinten spawnen hab ich ja immer vergessen ok 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 Na gut, es ist useless. Ich hoffe bei dir auch. Ich hoffe doch bei dir auch. Hallo, warum diese Uhrzeit online? Ich bin am Mittwoch immer um diese Uhrzeit online. Am Mittwoch ist mein Nachmittagsstream. Tom. Ich bin am Mittwoch. Ich habe hier so ein Toolset, ne? Habe ich eigentlich nur ein Toolset? Oder habe ich ein zweites? Moment mal. Was ist denn das zweite Toolset? Haben wir das verkauft? Oder liegt das hier irgendwo draußen? Ich hatte zwei. Ach hier, ein Blind. Okay. Willst du trotzdem? Willst du dennoch? Ja gut, dann lass noch eins, zwei machen. Ich mache gerade mal eine Factory-Runde, oder was? Wollen wir auf meinen Discord, oder wollen wir Teamspeak? Mir egal. Aber sobald hier Dings kommen, muss ich weg, ne? Ja, geh weg. Ich mache einfach einen Channel, Alter. Du hast halt recht hier auf meinem Discord. Komm hoch, Ragell. Komm hoch. Ja, komm ran, Opa. Genau das will ich auch gerade machen. Oder den Brief. Ragell, du schaffst das. Mal mit Schwung. Ragell, du schaffst das. Er kann, glaube ich, nicht. Er ist made. Er kann. Hä? Er hat doch alle Rollen, Alter. Oh, ich wusste gar nicht, dass ich hier alleine rein kann. Doch, doch, kannst du. Du kannst dich hier komplett frei bewegen. Krass. Ja, 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 hallo. Hast du eine Gummistiefel an? Wieso? Musst du durch Scheiße warten? Ach so. Ja, du klangst auch gerade so komisch, Alter. Hä? Ist Discord jetzt wegen den Lootboxen schlecht geworden, oder? Äh, die wollen halt in die Schwärmung reinpumpen ohne Ende. Auch hier so mitten im Hallo, jetzt probiere doch das neue Produkt von. Also so voicemäßig mittendrin, oder? Wäre geil. Fände ich auch ganz gut. Wäre geil. Ach ja. Nicht feiern. Ähm. Musst mich einladen. Ja, mach ich sofort. Kleinen Moment. Wir müssen Opa mitnehmen, wollte ich dir erzählen. Weil... Wer müssen mitnehmen? Opa, der möchte nämlich auch die Spritze holen, hat er gesagt. Opa Atomfried. Okay. Okay. Und ich muss reparieren? Aber wenn ich dich dabei hätte, nehme ich beide Reparatursets jetzt mit, ne? Krass. Weil dann... Also dann... Du beschützt mich ja, ne? Weil du bist ja Maschine. Ja, ich bin... Ich bin... In den letzten Tagen habe ich sowieso Temi-Mutter-Kolle bestätigt. Super, dann... Dann los. Äh... Wieso? Du bist schon auf 170% im Discord, what the fuck? Wer davon ist jetzt Acid? Schnauze. Ich habe gerade einen Hund gesehen auf Customs. Äh, nee, nicht gesehen, aber... Gehört. Gehört, ja. Er ist wild, ne? Also wie findest du den Specht? Der spechtet mir ordentlich eigentlich. Wollen wir... Wollen wir dem Namen geben? Äh... Ich würde den, äh... Spechti nennen. Boah, bist du kreativ. Ja. Hast du so einen anderen Vorschlag? Mein Kater heißt ja auch Kackvogel. Achso, Karl. Oder Woody. Karl. Guck mal, Woody. 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 Na, Woody Woodpacker halt. Nee, das... Nee, das hat ein Moppel vorgeschlagen. Nee, das nehmen wir nicht. Woody Woodpacker. Brrrr. Warum bin ich denn leise im Discord? Weiß es nix. Alter, ich hab dich auf volle Pulle. Oder ist mein Discord das? Also jetzt bin ich wieder schuld. Oder ich bin das Problem. Nee, ich bin das Problem nicht. Okay. Na, das Gute ist, ich hör dich ja gut. Ja, das ist dann okay. Also mir hat noch nie einer gesagt, ich sei leise. Mann, jetzt gehen... Ich hasse Discords. Jetzt musst du es als Admin starten. Ich bin sofort wieder da. Okay. Also das mit der Technik ist auch immer so eine Sache, ne? Hallo? Hallo! Na? Ja, Discord darf übrigens nur Hotkeys benutzen, wenn es im Admin gestartet ist. Ja, nee. Ja, nee. Doch? Nee. Bei mir schon. Okay. Ich bin das Problem. Wie immer. Ich denke eher die Anwendung, die den Hotkey sendet, muss im Admin sein. Also falls du das über Stream Deck oder so machst, dann könnte das das Ding sein. Game aborted. Please try to reconnect. Ah ja, das haben viele Leute momentan. Super. Schön, dass wir dich dabei haben. Dann musst du einmal neu starten. Wieso habe ich ein 200er Ping? What the fuck? Was im Loading noch immer? Ja, aber er ist immer noch 100. Normalerweise geht er nur kurz hoch. Jetzt bin ich immer noch bei 100. Was ist denn jetzt passiert? Ja, wenigstens bin ich nicht disconnected, ne? Glasfaser-Probleme. Ja. Ja, also... Gehört irgendwelche Leute rütteln da an ihrer Baseplate rum an ihrem Glasfaser und wundern sich, dass ihr Internet nicht mehr geredet. Warum macht man das? Ja, weil Internet nicht ging. Achso. Und dann hat man... Also man hat die Störung zu einer weiteren Störung gemacht. Gut. Stark. Ja, stark. Wer den Schaden hat, ne? Ja, es ist, wie es ist, ne? Aber bei uns sind die ganze Zeit jetzt Telekomiker unterwegs, diese Ranger, weißt du? Die dir das anverkaufen. Ja, ich glaube ja, dass die vielleicht gar nicht direkt von der Telekom kommen. Ja, ja. Aber die wollen jetzt ausbauen. Und, ähm... Die wollen jetzt alle schon, ne? Ins Boot holen. Hm. Aber das soll erst, äh... Der Termin ist gut. Äh, Januar 25 bis Dezember 25 soll das fertig sein. Ja gut, also bei mir war es ähnlich. Genau. Seinerzeit. Ich darf nicht mit den Raid. Musst nochmal reconnecten. Ich darf ja nicht mehr reconnecten, das geht nicht mal eben, nachdem du es neu startest. Ähm, ich kann jetzt aber nicht mehr backklicken und ich hätte ich schon ganz gern dabei, weil ich hab meine Tools jetzt doch dabei. Ich geh doch sonst pleite, ich als armer Timmy. Ja, Knüppler hat von mir auch einen Kredit bekommen. Toll. Der hat mir einfach sein Marktop-Kiefer kauft. Ah, cool. Ich hab auch einen gefunden. Aber einen für, äh, Stretz. Ja, da kommst du auch so rein. Nicht mehr, oder? Echt? Glaubst du, würde ich wirklich, dass sie das gefixt haben? Das soll gefixt sein. Krass. Boah, ich hab das nie probiert, aber... Hörensagen ist gefixt, ja. Hörensagen ist gefixt. Ich hatte letztens sauviel FPS auf Streets. Geil, wie war's so? Wagen genäht. Und dann bist du aufgewacht, oder? Achso. Und dann bin ich irgendwo hingelaufen, da hatte ich keine mehr. Ja, genau. Jetzt warten wir hier auf den Herrn Raggelton. Vier Minuten. Hier, das ist, weil ich einen Kindercomputer habe. Ja, das ist, wie es ist. Da geht's los. Ach, du bist doch da. Ich dachte, du kommst gar nicht mehr rein. Doch jetzt. Ah, doch jetzt, ja. Eine Info. Alle auf mich gewartet. Ja. Ja, geiler Spawn für mich. Ich muss hier links in der Ecke was fixen. Pass mal auf, dann bringen wir alles um. Ich reparier. I repair. Kommt was angelaufen. Ja, bring's um. Glauben wir. Irgendwie. In vier, drei, zwei, eins und fertig. So einer ist irgendwo da bei der Gas-Analyzer-Halle. Ja. Und ich habe keinen Painkiller mitgenommen, sehe ich gerade. Sehr gut. Sehr gut. Die wollen sich jetzt aber auch gar nicht bewegen. Sitzt der da in deinem Kasten? Nee. Das sind nur Skeps, oder? Und wenn die so aggressiv sind, ist bestimmt der Boss in der Runde, Alter. Scheiße, der ist in deinem Kasten. Hab ja eigentlich ihn gesprüht, aber da war die Mann. Aha. Damit ich auf der Rampe. Kommt hinten rum. Der ist tot. Der ist auch tot. Nice. Das war Shotgun-Igor. Ja, und das der andere, der war Full-Gear. Den muss ich gleich looten gehen. Der hatte alles. Der hatte einen U-Lach und so. Und dann vier Full-Mod und so ein Scheiß. Der hatte ne Pst. Hm. Der hatte den ich gemacht, oder? Nee, meiner hatte ne Pst. Ah, okay. Opa, komm, wir gehen andersrum. Und dann holen wir erstmal... Jetzt musst du Opa holen, die Spritze. Machst du da noch Wurde tot? Da oben lag noch einer. Hast du ihn? Ja. Okay. Ich komme jetzt zu dir. Also, einer ist noch. Okay. Irgendwo. Ach ja, war auch AKS-U-Boy, okay. Und soviel zum U-Lach. Ich dachte, der wäre der Gier, aber der hat gar nichts, Alter. Ist genauso scheiße wie ich. Super. Ja, gut. Dann lass uns doch erstmal die Spritze für den Opa holen. Und dann holen wir den Brief. Die Spritze ist doch ganz hinten, oder? Nee, ganz oben. Was? Du bringst das ganz hinten. Genau. Ja. Ja. Geh näher. Geh näher. Geh näher. Geh näher. Der war echt sauerhaftig. Da musst du aufpassen. Ja, die waren echt sauerhaftig. Da musst du aufpassen. I am breaching all this shit. Bam! Ist einer von euch hier selbst? Nein. Ja, 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 ja. Das ist Opa. Okay. Ich dachte, wir haben das in der Tür aufladen. Das war ganz schön hell. Opa, du musst dir die Spritze auch nehmen. Die ist da in der Ecke. Du musst dir picken. Voip ist jetzt hier in-game auch aus. Wie dumm, Alter. Wie sieht das Voip aus? Du musst die Spritze holen, Opa. Hab. Sag der. Okay. Ja, super. Hab ich das schon im Arm. Okay. Was? Was? Du. Oh. Wie sagt man, jetzt waren wir dasselbe. Jetzt im Brief, oder was? Ja. Hast du den Scaf getötet? Wir haben den nämlich nicht gefunden. Okay, nee. Der liegt noch. Jetzt ist dir gut, oder? Der ist tot. Opa ist tot. Die Opa ist tot. Der wurde grad geschotgunnt. Der hat Unfall gehabt. Soll ich das wieder mitnehmen? Keine Spritze für Opa. Ja, nimm mit. Soll ich das mitnehmen, ja? Bring ihn wieder mit. Ja, wir machen das doch mal. Wir holen den. Oh Mann. Ja, das lief ja. Ich hab die Kopfhörer aber nicht mitgenommen. Ja, passt schon. Brauch er nicht. Ich mach so einen Fall. Und das geilste ist halt, ich spreche noch über den Scaf, weißt du? Das läuft halt genau original immer so. Der der nicht im Voice ist. Naja, Scaf, hast du den eigentlich? Ja, der hat den... Ach nee, den nicht. Aber ich hab ihn nicht gesehen beim runterhüpfen. Und dann mach ich halt okay. Machen so einen Unfall. Ja Opa, wir machen das nochmal. Der hat's bestimmt ein Obdor Bosch reingeknallt. Auch ein Bosch. Der hat ein Bosch. Stark. Eine Kugel, ein Headshot. Nice. Kurz mal abgeben, den Bombs. Wie viele Granaten hat er denn mit... Na, wie viele nicht, ne? Der hat sogar Klipparmor in der Tasche. Die Bittenboe brauche ich nicht mal... So. Das ist ja hier... Der Opa ist ein fairer Spieler, verstehst du? Jo. Der hat bestimmt auch seinen Gamma gelöscht. Ne, hat er nicht. Hat er nichts? Ich glaub, das hat er ja vorher schon. Ach nicht. So, Farming Part 1. Geil. Und dann Farming Part 2. Oder hab ich gar nichts für. Ich wette, Farming Part 2 muss ich alles neu machen. Alles von vorne. Komplett. Komplett. Wenn ich den Trader wiederfinde, kann ich's dir auch sagen. Demnächst. Was hab ich denn hier? Setup. Oh. Ist jetzt fertig. Geil. Beste Quest. Ist aber mega. Seaside Vacation. Auch mega. Für Dino Nuggets natürlich auch mein Gamma. Okay. Hand over the letter to therapist. Okay. Mach ich. Aber wo ist es? Da. Fangen an. Sollst du therapist ein Letter schreiben? Ein Letter. Ja. Wie ist Patch so? 9 von 10. Ja, vielleicht auch 10 von 10. Das könnte auch sein. Äh, Postman Part fertig. You've got mail. Okay. Geil, 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 geil. So, äh, was wollte ich mir jetzt eben nochmal angucken, Leute? Ich hab's leider jetzt schon vergessen. Irgendwie Farming. War das nicht bei Mechanisch? Mechaniker. Farming Part 2. Ich hab alles außer deinem Kopfhörer. Porns. Eplux. Ja. Ich kann dir welche mitbringen. Ich kann mir welche mitbringen. Ich kann mir welche mitbringen. ECBs. Digga, ich hab das direkt fertig. Farming Part 3. Grafikkarte. Aha. Bad Habit. Oh, da fehlen mir Graf... Mir fehlt ein Malbüro. Oh, ich hab ein Malbüro zu wenig geludet. Hm, das ist ja auch noch angedreht. Wollte ich letztens Knüppel andrehen, dann wollte ich die Vasily andrehen. Die wollten das beide nicht und beiden hat eine gefehlt. Ja, mir fehlt auch eine. Wieso hast du mir keine angedreht? Ich dachte, du brauchst nicht. Ah, falsch gedacht. Ja, krass. Okay. Ich wär dann wieder soweit. Ich kann nicht sortieren meinen Stash. Also, das Game kann meinen Stash auch nicht mehr sortieren. Und ich hab bei jedem Trader Dinge, die ich nicht annehmen kann. Zum Beispiel die SV98 für die Quest. Und das Multitool, was ich mir bereits gekauft habe. Statt es aus der Quest zu nehmen. Mir wurden Stash reingeschenkt. Ja, das wär bei mir auch jetzt wirklich an der Zeit. Dass dir jemand Stash reinschenkt. Naja. Die müssen durch die Scheiße ja auch durch, ne? Bei Nikita an. Hätten es auch mal machen können, Alter. Für jede Stunde streamen schon mal eine Stash-Reihe oder so. Ja, wo Creator Code? Acid Fire. Ja, echt so, Alter. Wo Creator Code? Ich hatte letztens noch ganz kreative Vorschläge. Du kannst für den Szener auch noch von Bear auf Yusack wechseln. Ja, und beides. Du darfst... Du bist hybrid. Du bist hybrid? Eine Hälfte so, eine Hälfte so. Yubair. Ja. Bär Sack. Mit wem wird gespielt? Das ist Raglothorn. Der heißt Raglothorn. Raglothorn. Alter, geile Maske, Opa. Der hat sich Klamotten gekauft. Oder? Ja, wenn er Level 50... Der ist nicht Level 50, oder? Nee. Dann hat er sich gekauft. Warum? Weiß ich es denn jetzt. Vielleicht, weil er hübsch sein möchte. Also, ich hab's nicht erkannt. Was hat er an? Den grünen Hoodie. Oh. Den Yusack-Hoodie. Den Usock-Hoodie. Okay. Wusste ich nicht. Der müsste für Geld sein. Der klingt echt wie du. Findet ihr? Na dann? Ah, den Scheiß klingt nicht. Na doch. Nein. Hängt der Stream ab und an? Oder wenn ich das nehmen? Ladescreen kann das sein, Omero. Mein System ist in letzter Zeit irgendwie wieder empfindlicher, was Tarkov angeht. Ich weiß auch nicht, warum. Mal hab ich das, mal hab ich das gar nicht. Hast du Einladung bekommen? Von Twitch? Ja? Wenn dann wie? E-Mail, oder? Mhm. Äh, vielleicht hab ich die verpasst. Wann? Die ging raus, um... Ich hab ja auch keine bekommen. Die ging raus, um... Ich hab ja gerade mit Prime abonniert. Ja, hallo, Discord. Äh, muss scrollen, Discord? Vorgestern. Mmmmm... Nein. Also theoretisch hab ich den Client für das Enhanced Broadcasting. Die Frage ist, muss das freigeschaltet werden? Okay. Nee, ich bin nicht angenommen. Oh ja. Theopraktisch hab ich das. Ja. Ich weiß nicht, ob ich dir das so schicken kann. Ja, können wir nachher mal klären. Ich hab's dir einfach mal kopiert. Okay. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Ich werd's nachher mal ausprobieren. Weil bei ihm steht auch noch, dass es angemeldet ist. Also, ähm, dass er noch nicht freigeschaltet ist, aber er hat die E-Mail bekommen. Ja, vielleicht. Kann das denn schon nutzen, oder? Nee, es stimmt ja nicht. Ah, ah. 20 unterstrich Spitzkopfleri unterstrich 20er-Gardim mit 2 abonniert. No. Ja, ja, doch. No. Jetzt, wo ich drüber nachdenke? Ja, ja, doch. Ja. Wo war denn das nochmal zu sehen? Das war zu sehen, äh, wenn du... Ja, da. Angefragt. Probier weiteres Broadcasting. Ja, 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 ja. Okay. Ich dachte, vielleicht ist da ja was zu sehen oder so. Aber nein. Ist angefragt. Ja, so sieht... Haken. Ja, das steht bei ihm auch noch. Und das hier ist, ähm... Wieso kann ich das nicht... Sein, das? Copy Image. Wieso darf ich das... What the fuck? Copy Link? Geht das so? So. So sieht das dann im OBS aus. Oh, okay. Falls es dich interessiert. Ja, ja, ja. Hey. Das wollte ich nicht. Ich wollte da jetzt nicht sitzen bleiben. Das war doof. Aber ist ja nichts passiert. Aber muss auch mal doof sein, ne? Ich hab wieder keinen Penny mit, oder? Doch, hab ich. Hast du genaded? Nein. Okay. Aber die hast du jetzt gehört. Wieso hast du die nat vorher schon gehört? Ne, ich hab ein Scare-Hörn-Räden-Hörn mit Granatatot! Und dann dachte ich noch ein bisschen. Ja, wenn er gar nicht so sagt. Ah, du. Weißt du, was mich interessieren würde? Wir sind hinten beim Mad-Tentro. Komm, wir laufen einfach. Komm, wir laufen einfach, Opa. Was soll schon passieren? Komm, wir laufen. Wir laufen einfach Office. Opa, was soll passieren? Komm. Wir gehen einfach Office. Ja. Ja. Wir gehen einfach Office. Wir gehen einfach Office. Und dann setzen wir uns in Exit für sieben Minuten. Du musst doch gar nicht so warten, oder? Was, bitte? Du musst doch gar nicht so warten, oder? Ich will aber keinen Run-Through haben. Hast du mal drüber nachgedacht? Ich trete das Ding auf, Opa. Ich trete das Ding auf. Oh, hier ist ein neues Tool-Set für mich. Geil, Mann. Reich. Einfach ist so. Tag ist durchgespielt. Komm zurück, komm zurück, Opa. Komm. Oh, oh, oh. Ist Opa tot? Tot. Was? Wenn er noch im Raum ist, dann nicht. Ich hab tot gemacht. Gut. Oh, komm. Hast du mal... Also... Ähm... Okay. Kommt Opa auch zu uns? Wieder? Ich bin da. Okay. Mein Opa ist hier bei mir, okay? Lass mal wieder abhauen hier, wa? Geil, Mann. Das haben wir echt schön, du. Ich hab Auerfuß. Okay. Ich hab Auerbauch. Timmy hatte Level 6 Armor. Timmy hatte Level... Hast du mitgenommen? Hab es mitgenommen. Geil, Mann. Musste öffnen. Warum hab ich so scheiß Ping? Ja, weiß ich nicht. Jetzt nicht mehr. Willst du keine Anruhe haben? Der hat eine Saiga. Mhm. Hab ich liegen lassen. Falsch. Der hat eine MP7 und eine 20er, Mac? Ja, ich kriegste ein Mac. Dieses Experiment feier ich. Ich nehme das mit. Ich möchte das haben. Gim doch. Ich freue mich. Über alles. Ich freue mich über... Ich krieg den Rest nicht in meinen Stash, Digga. Okay, ich geh. Ja, was denn? Du hast Arschleuchte. Ja, ist auch gut so. Der war das nicht. Verdient er das auch. Wieso bin ich taub? Wie ein Granatatut? Ja. Run-Through. Ja. Oh, die Alpen. So, jetzt guck ich mal. Ich muss noch meine Gummistiebe-Server machen. Ich bin grad durch den Matschke laufen. Geil. Mein Chat bullied mich. Ich glaube, das war doof jetzt. Was glaubst du, war doof? Na, die hat man ja auch gehört. Ich mein. Ja, ich nicht. Weißt du, was mich triggert, dass sie den Sorting-Table umgeräumt haben? Es hat da oben gar nichts zu suchen. Ja, eben. Komplett dumm. Aber ich find's gut, dass da oben jetzt steht Stash-Upgrade is available for purchase on the website. Ja, die Frage ist, die Farbe ändert sich nur. Welche Farbe hat das bei dir? Gelb. Manche anderen hat das wohl als Orange. Wieso? Ja. Oder farbenblind. Ich muss halt wirklich aufräumen, damit ich mehr Geld hab, aber ich hab keine Lust. Es ist einfach schon wieder wie als... 5 Millionen. Ja, eben. Es ist halt echt schon wieder so weit, dass ich denk, ach, scheiß drauf, Digga. Das ist schon wieder komplett am Eskalieren hier, die ganze Nummer. Streamer-Gelb? Weiß nicht. Ja, stark. Das war echt ne schöne Runde. Mensch, Opa, dann hast du deine Spritze ja jetzt auch bekommen. Bist du zufrieden jetzt? Ich guck jetzt mal, was ich machen muss. Ich hab ein Reagent noch. Ach, das muss ich nur abgeben. Ja, gut, super. Das hab ich vielleicht vergessen. Anlocken Peak-Performance mit Ausrufezeichen AMD. Wer will denn von mir? Wer will denn von mir? Ausrufezeichen AMD in Chat und den Link mal anklicken. Danke, Leute. Aber wo soll ich denn diese scheiß Spritze abgeben? Ey, Chat, guckt mal hier. Hier könnt ihr eure Peak-Performance anlocken. Auf dem Link hier. Hä? Wenn ihr da draufklickt, kriegt ihr Peak-Performance. Peak? Peekaboo. Ach hier, Chemical-Part 3. Ja, Mann. Hast du Fluid-Frames mal ausprobiert? Was hab ich? Fluid-Frames. Fluid-Frames? Fluid. Fluid. Was ist das? Fluent. Die nachberechnet werden. Zwischenbilder von deinem Monitor. Wo mache ich das? Im AMD-Träuber. In welchen? Ach so, du hast keine Grafikkarte von AMD. Doch, na klar. Na ja, dann, da. Wo? Da, wo auch. Wo du alles einstellst für Spiele. Gaming? Fluid-Motion-Frames. Ja. Manuell. Höhere FPS mit Frame-Generation. So. Hast du mal ausprobiert? Nee. Das ist ganz lustig. Ähm, das ist ganz lustig, weil der halt wirklich... Also, wenn du wirklich wenig Frames hast wie auf Streets, das fühlt sich schon ganz lustig an. Bei mir ist das Problem, dass es NDI-Probleme auslöst, deswegen mach ich das nicht. Ach so, ich hab auch NDI. Danke, dass du mir das dann sagst. Ja, gerne. Hab ich jetzt gerade getan. Ich find's gut, wenn du das aktivierst, dann macht er gleichzeitig die Anti-Lag an, aber du kannst Anti-Lag wieder ausmachen. Ja, das ist auch so. Genau. Okay. Also nehm ich das nicht. Naja, bei mir hat es zu mehr Async zwischen Audio und Bild geführt. Beim Rein-Raus-Tabben. Weil er natürlich da immer drinnen rumfummelt in der Input-Chain-Zone. Entsprechend hab ich das eher wieder ausgemacht aus dem Grund. Ich mach das einfach mal an und guck, wenn der Stream dann meckert, dann... Ja, ja, genau. Kannst du auch mal gucken. Ich hab Opa seine Brille geklaut. Jetzt sieht er nischt mehr. Guckst du DC bitte für dein Versicherungsproblem? Hast du nicht gemacht, egal. Anti-Lag wie beim Auto. Ja, okay, das ist beim Turbo-Lader. Mach mal dein Stash-Größe. Mach mal dein Stash-Größe. Geht das live, oder muss ich mich... Ne, ist nach der Runde denn aktiv, ne? Ne, du musst neu starten. Ne, muss ich nicht. Hab ich letztes Mal auch nicht. Versteht er zwar, aber wenn du ein Raid machst, dann nach ist an. Was mach ich jetzt? Wo macht man das nochmal? Newcomer Assistance Sherpas. Nein. Letzte Spielmodul. Nein. Promo-Code. Ich bin aber schon auf dem Webseite übertragen. Oder aktiviert. So. So. Geh neben, Opa. Ja, kannst du. Ey, Pommes, moin. Ja, wollen wir, also wollen wir? Hättest du Lust, oder willst du lieber nicht? Ja, also würdest du, aber würdest du mitkommen, oder? Wohin? Ja, also, ich würde, also, ich müsste, also, wenn du Lust hast, würde ich also kurz mal auf den Customs rauf drin rein. Und, und würde, da einen Dings markieren. Einen Dings markieren. Einen, diesen Vehikel. In der, einen Halle. Mit dem, so. Dann würde ich noch, Chemical Part. Ach, das ist immer das Gleiche. Ja, ja, dann. Du kannst auf das Setup deine Flinte mitnehmen. Ja, aber, dann krieg, also, dann müsste ich ja jetzt das Spiel neu starten. Und das möchte ich jetzt gerade nicht. Okay, dann nicht. Weil ich krieg meine Arka ja nicht ins Stash. Du sollst ja auch nicht so viel auf einmal machen. Eben. Ist auch alles viel zu, oder wolltest du mit Opa? Wolltest du auch mit? Du kannst auch mit. Ich hab dir jetzt raus, also, du kannst auch mitkommen. Ich hab dich jetzt rausgeworfen, aber ich, du kannst auch mitkommen. War jetzt nur so. Also, aber du kannst auch mitkommen. Viel Spaß. Okay. Korrela. Dankeschön. 14 Monate. Und Spitzkopfleried dann nochmal. In Resum. Im dritten Monat. Und schätzen uns ebenso. Die Frohsies wieder weg? Wer? Wer ist weg? Die Frohsies. Frohsies? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht, was mit mir hier geredet wird. Ich bin verwirrend. Ja, hier die Typen. Die Eisigen. Ja. Hat auch gestern schon nicht mehr funktioniert. Na. Gut, dass die Quest fertig hatte. Bin mal kurz weg. Ja, dann. Erstmal kurz weg, Leute. Ist nicht bescheidend, ne? Die durchsichtigen Platten in deiner Weste kann man nicht austauschen, oder? Ich hab keine Ahnung, wovon du redest. Snake, dankeschön. Kein Moment. Ja. Ja. Ich bin zurück. Und sonst so? Ist der auch weg? Ja, dann kann ich ja jetzt Unfug machen hier. Ja. Dann kann ich euch ja von Twitch Prime erzählen. Wenn ihr den Lieblings-Halko unterstützen wollt mit eurem Prime, ne? Könnt ihr einfach mal ein Prime da lassen. Ich bin wieder da, hallo. Ich hab versucht, dir einen Prime-Sub klarzumachen. Geil. Hat nicht funktioniert. Warum nicht? Ich weiß nicht, ich bin scheiße. Na, das passiert den besten, denke ich. Ich hol mal eben meinen Kaffee. Das passiert den besten auch. Apropos Kaffee. Meine Maschine hat sich heute Morgen mit der Mechanik wieder verhakt. Ich glaube, ich brauche einfach eine neue Kaffeemaschine, aber ich bin zu geizig, die auszutauschen, solange die funktioniert. Also jetzt hat sie ja einmal nicht funktioniert, aber dann hab ich sie einmal neu gestattet in Gangs. Aber sowas... Warum machst du eigentlich nicht mit am Freitag? Womit? Ja, Turnier. Was für ein Turnier? Hand? Customs? Nicht mitbekommen. Das war doch, als ich gar nicht da war. Das wurde doch verschoben. Da war ich doch nicht da. Oder? Ja, möchtest du mitmachen? Ne. Sicher? Ja. Ich kann dir bestimmt mal einen Spot klar machen. Geil. Wie viel Uhr? 18 oder 19? Oder nicht. Ja, ne, kann ich nicht. Ich würde fragen, ob die das ganze Ding verschieben können. Ja, das wäre gut. Auf wie viel Uhr? Ich kann ja mal fragen. Morgens ab sieben wäre super. Da hätte ich Zeit. Ich glaub, da kann ein Großteil der anderen Leute nicht. Das ist ja nicht mein Problem. Warum wieder Level 18? Ja, ich meine, Count resetet, weil wir Spenden gesammelt haben. Und das Event ist vorbei seit heute, ja. Stella, vielen, vielen lieben Dank. Das ist Event? Event, ja, mit den Typen, mit den Frosties. Was ist denn mit dir? Da haben wir vor anderthalb Minuten drüber gesprochen. Ja, ich hab das Event einfach gekonnt, ignoriert dann irgendwann. Oh. Das Problem ist aber, dass dann sich irgendwann PMCs dazwischen gesetzt haben. Ja. Das Problem ist, dass die wieder irgendwie eine Vorgabe gemacht haben, dass man eine Million machen soll und dann nicht warten, bis die Million voll ist. Was soll der Quatsch? Aber keiner mehr Bock hat auf den Schnee. Hä? Ich fand's total gut. Nein. Doch, fand ich. Nein, hast du nicht gefunden. Entschuldigung, dass ich eine eigene Meinung habe. Gibt's da einen Fix beim Reinladen? Gibt's da die eigene Meinung? Ja. Das liegt daran, weil ein CPU-Kern mindestens auf 100% knallt im Loading. Dadurch kommt ein Starter. Ich verstehe null, was er meint. Leute, würdet ihr meinen UPU-Link mir hier mal anklicken? Diesen UPU-Link? Ich wurde gebeten, noch 1, 2, 3 Klicks für den UPU zu machen. Leute, würdet ihr das machen? Danke. Wir reden immer vom Gleichen. Okay. Schnee war sehr geil. Ich fand den Schnee auch gut. Schnee war super. Ich mag den Schnee. Hm. Hm. Das ist nämlich direkter finanzieller Support, ganz ohne finanziellen Einsatz eurerseits. Dankeschön. Dit war mein Problem damit. Ein Problem. Aber wie find's denn das neue Wetter? Also ich find diese... Schlepps ein bisschen komisch. Ich nenn sie jetzt auch Schlepps, nicht mehr Steps. Okay. Schlepps, ja. Wegen Schlapp und... Na, ist egal. Ähm. Das Problem ist, dass man das mit Laps verwechseln könnte. Na, das ist nicht mein Problem. Okay. Geox. Muss ich jetzt Geox-Placement machen oder was, Savi? Kannst du mir besorgen? Hast du... Geox. Geox. Wie ist das mit Adiletten? Geoletten? Adiletten. Ah, das. So hört sich das übrigens auch an. Und dann mit nackigen Füßen in deinen Adiletten rumrutscht. Ich hab übrigens... Achso, nee. Das sollte ich dir bei dir nicht erzählen. Dann mute ich mich mal kurz. Warte. Sonst mach ich wieder für irgendwas Werbung hier und das... Nicht. Ich will wissen. Nee. Ich war auf der... Ich war ja auf der Gamescom. Nee, nicht auf der Gamescom. Auf der Dreamhack. So. Ja. Auf der war ich ja. Und da gab's so Care-Packages für die Ladenbesucher. Da hat jeder so ein Ding hingestellt bekommen. Und da war so ein Güsnie-Riegel drin. Und... Und... E-E-N-Z. Science. Genau. Hab ich auch gesagt. Was ist das? Die machen so Produkte und da hab ich ein Deo bekommen. Was ich auf einer Lahn ganz lustig fand. Aber auch eine Feuchtigkeitscreme und so ein Kram. Und das Deo hab ich jetzt immer verwendet. Das ist jetzt leer. Und da hab ich jetzt echt gedacht. Eigentlich müsste ich jetzt Science mal anschreiben. Die sollen mir mal ein neues Deo schicken. Ich mach auch Werbung. Also jetzt hab ich schon Werbung gemacht. Jetzt müssen die mir ein Deo schicken. Ist das der... So läuft das. Ja. Science, jetzt seid ihr dran. Mach einen Clip. Mach einen Clip. Einfach betreff. Clip. Was mit Clip, genau. Liebe Grüße. Adresse noch. Das ist wegen Tauwetter. Aber so klingt das... Hab das noch nie geklungen in meinem Leben. Und vor allem so matschig war es auch nicht, wenn ich... Also... Also... Ja. Also ich hab sowieso die letzten 10 Jahre hier keinen Schnee gesehen. Kann ich dir schicken, musst mir nur sagen welches. Ja, Science. Das hat eine Sorte. Ich hab's nicht entdeckt. Die Dose war schwarz. Da stand nur Science drauf. Ich guck. Das muss ich mir... Nee, hab ich echt nicht. Hab ich leer gemacht, aber ich weiß nicht, wie es heißt. Gut, ne? Hast du weggeschmissen. Nee, steht noch an Bord. Als wenn ich was entsorgen würde. Nee, aber... Ist im gelben Sack. Komm mir noch ran. Im gelben Sack im Bart. Okay. Weiß, schwarz. Schwarz! Schwarz. Also es gibt nur die beiden. Ja, dann ist gut. Dann steht auch nicht drauf. Dann ist schwarz. Hier muss ich markieren. Weißt du, was auch gut ist? Was denn? Einer meiner Motz, ne? Der arbeitet in so einer Abfüllanlage für einen großen Duschhersteller, ne? Also Duschgelhersteller. Ich habe etwas Essentielles vergessen. Du hast den Marker nicht. Hier. Ich habe letztens wieder ein Paket von dem bekommen, ne? Ich habe Duschgel für fünf Jahre. Ich dachte, die wird es. Geil, Digga. Endlich trockene Haut. Ähm... Ich habe auch die letzten drei Jahre kein Duschgel gehabt. Was mache ich denn jetzt? Wir gehen da hinten hin, da spaut noch immer einer. Komm mal mit. Nein, ist das Regen? Was? Echt jetzt? Nee, ist Wind. Wie kann man das denn verwechseln? Es ist wirklich Regen. Es regnet aber nicht. Es regnet. Oh, ja stimmt. Auf meiner Linse schon. Aber ich sehe keinen Regen. Oh, nee. Doch. Das fühlt sich über das Kacke an. Findest du? Ja. Es fühlt sich an, als wäre das irgendwie... Es gibt hier Input-Lag. Ja, es gibt Input-Lag. Aus. Aus. Boah, nee. Das geht gar nicht. Äh. Und, ist hier ein Marker? Nein. Ja, was machen wir jetzt? Alternativplan? Joa, irgendwie looten. Okay, dann gehen wir hier durch die Halle. Dann gehen wir fort. Und dann gehen wir... Halle, fort. Okay. Ähm. Und dann gehen wir mit dem Factory-Key raus, den du dabei hast. Ja. Gut. Wir haben den Regen wieder genommen. Ich finde es gut. Ich finde es alles gut, irgendwie. Ich bin gegen Veränderung. Ach, du wieder, Digga. Du wieder, weißt du? Du wieder. Hast du das Geräusch, irgendwie diese Dung, 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 diese Zuggeräusche? Nee. Weißt du, was interessant wäre? Was denn? Ob diese Vögel und Hunde alles... Ob das serverseitig oder kleinseitig ist? Hm. Ich kenne die Antwort. Äh, kleinseitig. Ja, ich weiß. Bist du da unten? Nee, ich bin da unten. Schon mal oben. Okay. Kibus, geil. Brauchst du noch Schala was, oder? Nö, nö, nö. So ein Marker wäre gut für diese Chemical Part-Dingsbums. Ja, ähm. Ich bin kein guter Sherpa. Wir haben letztens, ähm, hier The Bloody Door gemacht. Hier, nee, The Bloody Key, oder? Rusty Key. Ja, da wurde ich mitgenommen und, ähm, dann wollte ich dann mit meinem Key nochmal vier Leute mitnehmen und so'n Trottl, den wir dabei hatten, ne? Ja. Der hat dann angefangen auf die Event-Mobs zu schießen. Der hat dann die ganze Gruppe umgebracht. Aber den Key hast du ja gesichert. Den kannst du dich sichern. Doch, den kannst du, den du bekommst, kannst du sichern. Ne, den konnte ich nicht in mein Ding packen. Was? Den kannst du nicht in irgendein... Das war am Anfang aber anders. Und dann musste ich damit um mein Leben rennen. Okay. Dann haben wir das nochmal. Ich werde mich eh schossen, das ist ja beschissen. Aua, au, 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 au. Ich hab ihn. Okay, easy one tip. Den hab ich auch. Und den auch. So. Ja, das waren aber One-Tips. Ja, ich muss mal ganz kurz hier... Evan Blit. Hunde. Was, Hunde? Wo? Ne, kleinseitig. Was, bei den Hunden? Nein. Das ist ja die Leute schon wieder. Doch, jetzt Hunde. Jetzt Hunde. Okay, klar. Ich hol mir jetzt ne Red Rebel. Brrgah, ne Pumpgun. Bumpy. Lumpy, Lumpy, Umpa Lumpa. Das ist nicht mal ne Red Key Card. Mann, aber ein Saft. Wieso hab ich ne Body Armor? Boah, hast du hier ne 4er Body Armor? Äh, lass mich kurz so gut... Nein. Was hast du nur an? Ne 4er Body Armor. Willst du tauschen? Nein. Ich hab ne Armor Drink. Okay, dann, wenn du schnell aufgehört. Ja, schmeiß ich. Geil, ne Body Armor. Hier, das brauchst du hier. Hier, hier, hier. Ich hab hier was gebt. Hier, 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 was? Du magst doch sowas. Oh, ich hab hier Dinge gefunden. Ganz viele Dinge. Der ist komplett voll, Alter. Bist du... Hier, guck mal. Das Game trollt. Hier für den Bart. Oh, geil, Mann. Oh, oh. BMC vor uns. Ich bin tot. Ich hab ihn voll in den Kopf geschossen. Andere Seite. Er hat mir auch in den Kopf geschossen. Ich hab leider rechts drüber ihn geschossen. GG. Ich hab den voll in den Kopf geschossen. Ich hab rechts drüber ge... draußen. Aber ich mein, ich hatte ja einen Bodyguard eigentlich mit. Ja, also ich hab's versaut. Ey, es gibt jetzt ein extra Icon, wo man auf den... auf den Dings gucken kann? Was? Geil. Du musst nicht mal rechtsklick drauf machen. Du kannst direkt Wefall machen. Jetzt guck mal alle. Das ist ja voll doof. Das sind doch sowieso immer alle. Ach so. Nö, ich nicht. Ich hab daneben geschossen. Er hat getroffen. Da war ich komplett fein mit. Das war einfach kacke von mir. Die hätte ich haben können. Die sind beide wieder aufgestanden. Hinter der Maul. Den gefunden. Und dann klicke ich einfach rechts über ihn. So, okay. Aber das passiert mir mit dem PSO, mit dem kleinen Pfeil relativ häufig. Deswegen spiele ich immer das mit dem großen Pfeil. Ich weiß, welches du meinst, ja. Das ist minus eins halt. Nimmst du jetzt deinen Marker mit? Die nehmen wir einen Marker sonst jetzt mal mit. Guck mal, die Stashlines sind jetzt da. Perfekt. Ja, ich hab meinen Marker dabei, ne? Dann würde ich jetzt eine Pumpgun mitnehmen. Ja. Sieben Schuss klingt echt genau nach mir. So, super. Hast du eine Munition oder? Ich hab Piranhas. Was geht? Okay. Piranhas. Piranhas. So, dann irgendwie. Jetzt würde ich die Vierer Body Armor nehmen. Hast du die nochmal für mich, Emil? Ähm, die hat leider Karl-Heinz jetzt. Ja, ach, immer, immer, wenn ich... Weißt du, dann komm, ja, dann nimm das doch, dann nimm das doch, dann nimm das. Dann sagst du ja, gut, dann gib her. Ja. Ja, es ist... Es tut mir auch leid. Ja. Wirklich. Ja, genau. So, ähm, jetzt hab ich ne Frage. Ja. Eine, aber nur, ja. Achso, ich wollte dir die nicht stellen. Also, mir jetzt nicht. Nee. Skabwester und Uschanka, ne? War jetzt aber neugierig. Achso. Skabwester und Uschanka, oder? Ja. Oder reicht Uschanka? Nee. Was kostet so eine Uschanka, Alter? Nicht mehr so viel. 10k, Alter. Ja, pleite. Du hast 5 Millionen. Was erzählst du da? Stimmt. Jetzt, wo du es sagst, ist mir auch wieder aufgefallen. Naja, gut. Glück gehabt. Zum Glück bin ich Rich Kid. Ich weiß gar nicht, wo du schon wieder so viel Geld herhast. Äh, ich hab drei Lettics an einem Tag gefunden. Hast du Tag of Prime auch abonniert? Ja, klar. Meine Versicherung ärgert. 10. Das ist mein ganzer Stashwall. Achso. Ich dachte schon mich, aber... Nein, nein. Ich würd dich nie ärgern. Nee, deine Versicherung. Ja, super. Dann, äh... Dann mach ich doch einfach... Dann lass uns doch nochmal... Also, ich würd den Marker sonst setzen wollen. Ja. Mhm. Ja. Ja, ja. Gut. Ja, du, Alter. Get alive. Ich mein, guck mal. 18 und 67. Was sagt uns das? Ich auch gerne. Nee, wir sind nicht. Ich wollt's ja. Ich hab dir gar kein Problem. Ich bin so kurz vor Attention und Search Elite. So kurz. So kurz? Mann, no. Ich hab gestern PC-Hawaii getötet. Ist das, ähm... Ist das Gui? Nee. Das muss irgendeiner seiner Ananas-Kumpels sein. Ah. Alpha Props. Guten Tag, hallo. Ananas. Sind eigentlich schon wieder Ferien? Wieso? Ich hab immer so ein Feeling, dass Ferien sind. Nee, es waren gerade Ferien. Seit gestern ist wieder Schule. Schule. Echt? Also bei uns. Dann muss ich da morgen wieder hingehen. Na, good time, Alter. Immer noch Ferien? Ja. Wir haben hier noch eine Woche? Ja, da oben in Norddeutschland, da ist halt alles anders. Es sind noch Ferien diese Woche in NRW. Ah, okay. Na, das liegt bei uns nicht. Wir, meine Kids sind jetzt gerade wieder in der Schule. Seit gestern. Bestimmt. In NRW und andere Bundesländer haben noch Ferien. Mensch, ich wurde noch gar nicht so viel beleidigt. Dafür ist das ja total faszinierend. Normalerweise krieg ich das immer mit. Ja. Normalerweise ich. Nach dem Chat? Ja. Ich werde immer auf TikTok und YouTube-Shorts beleidigt als Cheater. Ich werde ein Held, da immer. Oh, ich hab echt nicht so Bock drauf, du. Das ist auch nicht so genau. Das ist ja, glaube ich, ganz lustig, wenn man sich das mal anguckt und so. Aber overall kann ich mich da nicht für aufraffen, da gegen NPC-Käfer zu machen. Ich will sagen, aber mein Game ist schon wieder aborted. Ja, stock. Okay. Scheint also wieder ein Provider-Problem zu sein, ja? Weil ich das nicht hab, aber viele andere schon. Dann ist es doch schon wieder so. Hälfte im Chat betroffene, andere Hälfte nicht. Dann weißt du schon wieder Bescheid. Das ist schon ganz cool. Wollten wir Werbung machen. Ich hab's mir sogar auf der LAN, also es war vor drei oder vier Wochen waren wir auf der LAN, hab ich's mir sogar länger angeguckt, haben die das zu dritt gegrindet und das sah schon ganz lustig aus. Also ich glaube, es ist halt ganz ulkig, wenn du feste Koop-Mates hast, aber insgesamt fehlt mir da so ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht, Spiele ohne PvP können mich immer nicht so richtig abholen. Ja, ist so. Du brauchst immer so ein bisschen kompetitisch miteinander, ne? So kurzzeitig geht, also mal, aber ja, weiß ich auch nicht so genau. Alles andere, ja. Hm. Und es sah dann sehr grindy aus, so, ne? So vom, vom Ding her, ich weiß auch nicht. Hast du dieses L33T jetzt angeguckt gehabt? Hab ich, ja. Und? Hab ich mich heute geärgert, dass es nicht mehr da war. Ne, war gut. Hat wirklich Spaß gemacht. Wir haben nur zwei Stunden oder so, oder anderthalb oder so gespielt. Ähm, also drei, vier PMC Raids und einen Scaf Raid oder so. Und, ähm, dann kam ich da nicht nochmal zu. Ich hätte es gerne heute im Patch gespielt, sagen wir es mal so. Also, aber es ist gestern Abend offline gegangen. Ne, ne, die haben, ähm, die hatten nur einen Test eigentlich fürs Wochenende. Ach so. Den haben sie schon um zwei Tage verlängert. Und jetzt kommt aber Mitte April schon der nächste. Also, in zwei Wochen. Mitte April bin ich nicht da. Ah, okay. Dann aber auch länger für mehrere Wochen. Ähm, da werde ich dann ein paar Mal noch rein. Also, es ist wirklich auf einem guten Stand. Äh, sehr viel mehr interaktiv. So UI-mäßig. Dein Team hat einen Teamindikator, was mich schon eher wieder stört. Aber ist jetzt erst mal so. Aber so, wenn du an so eine Tür rangehst, nicht so ein statisches Textmenü, sondern ein wirklich schwebendes Menü, weil es halt die viel modernere Engine ist. Ne, du merkst einfach, dass es viel cooler ist. Aber auch, wenn du so mit Tab kannst du deine Waffe dir angucken. So ähnlich wie wenn du hier im Game L drückst, ne. Oder Standardbelegung. Hält er die so schräg vor dich. Und dann kannst du in-game halt modden. Das heißt, du kannst oben, also es ist so ähnlich wie der Modding-Screen im Hideout kannst du, oder im Stash, ne, Preset ändern, kannst du da in der Runde machen. Und das Lustige ist, du kannst jetzt schon das Scope nach vorne und nach hinten setzen. Auf der Schiene. Mhm. Und, ja, das ist alles bedeutend moderner, so vom Look and Feel. Grafik-Style so ein bisschen mehr Comic, aber nicht zu doll. Ja, spielte sich aber erstmal gut. Hat wirklich Spaß gemacht, muss ich sagen. Mal gucken, was wir draus machen. Ja, ein bisschen unter Scam-Verdacht ist es, ja. Aber, ich glaube, das ist auch wieder viel Wind um nichts, so. Weil die Leute das auch gerne unbedingt rausblasen müssen. Drama sind sie alle immer dabei. Ja. Ich will das jetzt nicht sagen, dass das nicht möglich ist. Aber es wirkt für mich nicht so wahrscheinlich. Weil, wenn du ein Game rausbringst, was erstmal mir Spaß macht, dann... Ja, dir hat auch Dings Spaß gemacht, ne? Ja, das stimmt. Aber. Ja. War ja auch ganz lustig. Ja. Du wirst, da hab ich der Einzige, der richtig Bock drauf gehabt hat. Ich hab's mit Qualix ein ganz paar Stunden gegrindet, also. Ja, keine Ahnung. Kannst du bitte laut lachen, du kleines Arschloch? Ja, tut mir leid, aber das war ganz lustig. Du drehst dich um und klappst zusammen wie ein nasser Sack. Und ich hatte keine Ausdauer. Ja, gerade die Polzinimik hat mir Thorax Left Armpit gegeben, nicht, dass ich ne 6er Armohr anhatte. Ja, darum bist du gestorben. Ja, voll. Das ist die Wahrheit. Ich geh jetzt meinen Marker setzen, okay? Ich hab dich da mal liegen lassen, ganz professionell. Bin tot. Ja, eben. Ach, du kannst das ja losen. Hat Spaß gemacht, die Runde. Nee, war eine gute. Ja, war gut. Hat Spaß gemacht, das Game einmal neu zu starten im Loading, weil er disconnected ist und so. Oh, sympathisch, man kann's nicht mehr halten. Also früher, welchen Provider hast du? Telekom. Ich bin ein 1&1-Kunde über Telekom, ja. Vielleicht sind's ja nur die Telekom-Kunden mal wieder. Telekom hat in letzter Zeit mit Tarkov auf jeden Fall viele Probleme. Sonst kann ich nicht mithilfen. Ich hatte gar keine Probleme. Nein. Als alle Probleme hatten. Okay. Ja, ich mein, das wär jetzt interessant zu wissen, weil Grigo hatte das mit den Disconnects und so. Sag doch mal, welchen Provider ihr habt. Provider oder Provider. Ich hab dem Skeptor mein Leben provided. Ja, das ist auch ganz schön eigentlich. Hat Spaß gemacht. Provider. Kann das auch mit Telekom. Ich hab seit heute auch die Probleme. Hab Fiber One. Aber hast du denn auch Probleme? Telekom hat das auch schon 2. Aber sagt mein Provider nichts. Feinlich. Also Vodafone. Aber hast du denn auch Probleme? Nein. Also Vodafone. Knappzig. Knappel ist jetzt auch schon als Vodafone-Kunde. Na, das wird er noch bereuen. Ja, irgendwann bestimmt. Nicht jetzt, nicht gleich. Aber irgendwann. Wird die rote Rache kommen, Digga. Ich bin auch kein Kunde mehr bei denen. Ich hatte ja nur für 8 Stunden einmal. Ja. Ich schicke mir immer noch irgendwelche E-Mails mit irgendwelchen Pins. Und ich denke mir so, Digga, was wollt ihr von mir? Pins. Die ganze Zeit requestet auch irgendeinen Spacken die ganze Zeit einmal kurz bei Microsoft für mein Account. Hm. Aber das scheint mittlerweile auch so ein Ding zu sein. Deshalb bin ich nicht alleine mit. Wie komme ich denn jetzt am besten am schnellsten, am schönsten hier raus, um noch eine Runde mit dir zu machen, bevor ich weg muss? Hm. Du gehst zu dem Skep zurück. Nee, 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 nee. Nee. Ihr meint 33 Sekunden Spaß gehabt? Länger als in manchen anderen Lebensbereichen. Redest du von diesem... Nee, ne? Was? Das mach ich nicht. Ich brauch Hochzeit. Was jetzt? Die Enttäuschung sein. Erst muss der Ring dran sein, weißt du? Dann gibts nicht mehr zurück. Weißt du? Telekom-Kunden bei mir haben auch kein Problem. Okay. Ich hab das auch so gestanden. Nee, ich heirate nicht. Geheiratet schon. Ich? Nee, du hast geheiratet. Oder? Oder? Psst. Warte mal, ich hör hier wehen. Buh-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh. Dies ist der Stromschalter des Toad, wir können weiterreden. Du hast den Piranha. Den hab ich Piranha, ne? Mhm. Zum Glück hatte ich sieben Schuss. Mit sechs hätte es nicht geklappt. Acht wären mir lieber, aber. Ich spüre, was man hat, ne? Ja, weil ich die Pomp kann. Nein, sieben. Ne, acht. Du hast ja einen im Lauf. Oder? Nein. Nein. Welcher Lauf? Stall. Bursche? Ne, grün. Ja, ist das dein Abgehen des Vibes? Ich glaub wirklich nicht, dass es bei der Pomp dann so ist, ehrlicherweise. Ja, das kann sein, weil du ja sowieso die in den Lauf reinstehst. Ja, genau. Weil dann nicht der Lauf in dem Sinne mit einem getrennten Magazin, was du abziehst, existiert. Sondern, dass Overall gerechnet ist. Aber ich bin unsicher. Ich glaube aber, so ist es. Ja, du hast acht. Ich teste. Ich find's raus, Alter. Lass mir hier nix erzählen. Ich find's jetzt raus. Da steht, sieben von sieben ist ganz voll so. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Acht. Aber du hast kurz überlegt. Gut. Du hattest recht. Ich hatte acht. Aber dann hätte ich gerne neun gehabt. Ja. Oder zehn. Ja. Mehr ist immer besser. Jetzt ist die Diskussion vorbei. Jetzt wissen wir, dass es so ist. Guck mal, ne GTM, ne R. Wie dem? Das ist aber auch ernst. Der hat halt auch so geil fand, dass ich den gemacht hab. Der hat ja auch nen großen Rucksack mitgebracht. Ja, ist nett. Das sieht fast wie mein Gear aus. Das ist ne Baggali, Alter. Du hast Stufe 6 gesagt, Alter. Ich weiß. Aber fast. Ich hätte ja auch die gleiche Waffe. Hast du recht? Dann hätte ich die ja auch mitnehmen können. Oh. Ach so. Links vorbei, rechts vorbei. Ja. Mit ner Pumpgun auf die Distanz. Okay. Ne, kein Problem. Um dann drei zu tanken. Einfach genauso stabil wie der Spielermann. Warte kurz, ich dreck an dem. Der Patch funktioniert wieder super für alle, ja. So, ich komm jetzt. Ich mach jetzt schnell. Müsste eigentlich um 80 mitnehmen. Aber ich hab jetzt keine Lust. Ich wusste aber nicht, ob das rein technisch so funktioniert bei ner Pumpkan-Hirn-Atom-Trieb. Ich kenn mich mit Waffen nicht aus. Ich dachte, das wär anders. Deswegen kann ich das doch mal nachforschen. Das war doch grad die Diskussion. Ist die Diskussion nicht beendet worden? Ja, jetzt schon. Jetzt sind wir uns alle sicher. 7 plus 1. Jetzt stimme ich dem auch zu. Ja. Empirisch erforscht. Hey. Guck mal, ob mein Auto da ist. Also Geld. Ja. Ja. Kurz überlegen. Ich hab kurz nachgeguckt. Also. Wird auch nein sein können. Nachdem ich jetzt eben an meinem Safe-Container war. Du findest neue Beleuchtung? Auf Interchange sah gut aus. Hier sieht auch gut aus. Also ich mag's. Ist heller. Ist eindeutig heller. Bedeutend. Ich hab eben gefragt, was machen denn die Ratten auf Interchange jetzt? Die Ratten? Die Ratten? Weil jetzt alles super hell jetzt. Achso. Mal gucken. Mit dem Next-Patch ist in der Station wieder dunkel. Gar kein Problem. Tut das hier. Ja. Hier neben den Doms sind übrigens Frösche. Echt? Nur neben den Doms, ja. Ein Auto fast. Krass. Ne, hör mit. Komm. Lass zurück. Mann. Was denn? Wow. Kör mit, ja. Aber, Marka, hast du jetzt gemacht? Hab ich gemacht, ne? Krass. Ja, aber nicht. Ist so ein Power-Quest dann, ne? Ist heftig, oder? Morgen Kappa. Ich mach keinen Kappa nochmal nicht, nee. Ja, warum nicht? Warum denn? Warum nicht? Oh, nee. Ich glaub, ich hab keine Lust drauf. Hm. Ich will nicht, könnte man sagen. Ja, du machst das sowieso. Ja, also ich weiß nicht, ob ich's schaffe, rein zeittechnisch. Ich weiß nicht, ob der Wipe noch so lange geht. Wipe noch acht Monate. Ja, genau. Nee, weil die meisten Wipes waren Juni, oder nicht? Hm. Und das dann nicht mehr ganz so viel Zeit. Und ich hab lang gebraucht. Aber die haben doch jetzt ne riesen Patch gebracht. Riesen Patch? Wo denn? Hast du die Patch noch nicht durchgelesen? Hm. Da waren ganz viele Leute drin. Da waren ganz viele Leute drin. Eine BSG ist das ganz schön. Oh, no, no. Krass, krass. Ich hör dich jetzt. Ich mach keinen Kappa, und in zwei Monaten hast du das Ding. Trotzdem wäre ich Queste so vor mich hin. Aber ob das wirklich klappt? Ja, okay. Ich mach den halt. Das stimmt schon. Du würdest doch gerne, du würdest doch gerne Shooterborn in Heaven auf Ground Zero machen. No, ja, unbedingt. Longline haben sie übrigens reduziert von 30 auf 20 Kills. Geil. Hm. Und Escort und, ähm, wie heißt das andere? Du hast du alles, oder soll ich dir was mitbringen? Du bist Level 18, was willst du mir mitbringen? Ich hätte eine DTMDR, Razer, eine Death Shadow Maske und einen U-Lach. Ne, danke. Okay. Ja, hätte ja sein können, ne, nachdem du jetzt noch unglücklich gestorben bist. Ne, ich war zwar mal pleite fast in Tarkov, aber ich hab mich erholt von meiner Quest. Ganz schön teuer Piranha auf dem Markt, Alter. Ich hab, äh, 80 Millionen verballert bei der Bosshand Quest. Geil. Und hast du es geschafft, oder? Mhm. Klasse. Deswegen hab ich ja dieses, dieses komische Outfit ein. Ja, neiges Auftritt. Ja, Pistol Lightkeeper Bums. Hab ich nie erkannt. Predator. Okay, offensichtlich hab ich keinen Blick für sowas. Du hast deinen Marker übrigens. Ach, hab ich den bekommen? Ja, kein Problem. Äh, Quest abgeben, würd ich sagen. Wie, drei Stück? Ne, für... Bei wem geb ich denn ab, Leute? Einen Injector Case? Äh, Amobox, ne Knüppelgesicht. Oder ne Amorbox? Ja, aber wem, wem Geld, weißt du? Grenade Case. Ja, aber ich nehm das wegen den Boxen selbst, damit ich mir jetzt Platz im Stash hab. Das ist... Das ist der, weißt du? Du könntest auch einfach die Amor Cases nehmen, die verkaufen und dir welche traden. Aber das ist zu viel Aufwand. Wie kann ich das? Weil das kann ich nicht, weil ich hab... Also das hab ich ja noch nicht. Therapist, Safeball? Ja... Weiß ich nicht. Du musst ne Quest machen. Na... Ich pack jetzt einmal die Munition da rein und dann hab ich super viel Platz. Aber sowas... Ach ja, nicht jetzt. Wir können ne Runde spielen erst mal. Ja, wenn der Scaf nicht was dagegen hat. Naja, ich sag mal so, ne? Jetzt war der Scaf wieder schuld. Gleiches wieder hier. Dann kommt da einer mit. Liegt über die Mauer. Es ist auch jede Runde was anderes, ne? Ja, es sind auch immer die Cheater. Ja, klar. Vor allem die Scafs, ne? Ja. Du hast doch gerade erst 20 reinbekommen. Das waren nur 8. Was machen wir jetzt? Achso, ja. Guter Punkt. Muss ich überhaupt noch... Ja, ich werde sonst einfach ne Runde nochmal in den Doms. Bisschen PvP für Setup. So gedacht, aber... Setup? Ja, ich hab ja Setup-Gear an. Kann man eben mal was anderes machen? Ja, ich hab nichts mehr. Hm. Doch. Farming Part 3. Das Grafikkarten-Paket. Oh ja, okay. Dann nehm ich den Schlüssel immer mit. Ich hab den Schlüssel. Ja, ich nehm den mal mit, falls du wieder... Was soll denn das jetzt schon wieder? Was soll denn das jetzt schon wieder? Ne, nix. Ne, ne. War jetzt auch nicht böse gemeint an der Stelle, aber... Ne, das ist notiert. Das kommt auf deinen Zettel. Ja, ist gut. Ja. Sollst du die Deckel aufschreiben bei... Achso, ja, genau. Rechnung. Nein, ich hab 10 gekauft. Oder hattest du schon 20? Du hast 10 gekauft. Danke für die 10. Kann ich mal kurz einen Mod haben bei dir? Warum? Ich seh da jemanden. Wen? Der muss weg. Ja. Der hat da so ein gelbes Geschenk mit einer 1. Dann ist er seit 39 Monaten bei dir. Und dann hat er so eine VIP-Badge. Perfekt, danke. Gerne. Wisst du gar nicht, dass man auch 10 verschenken kann? Das sind nur 8. Spannend. Dankeschön. Habe ich ja nicht... Das stand da nicht dran oder so. Also ich hätte jetzt nicht gewusst, wie ich es sehen soll. Ich habe ja den Code eingegeben, dann war der Code da. Jetzt habe ich es ja bekommen, aber wie hätte ich sehen sollen, wie viele Reihen sind, ist die Frage. Oder sehe ich das irgendwie in meinem Account? Wahrscheinlich. Das siehst du nicht. Nein, das siehst du? Das ist natürlich... Ich glaube du kannst ja nur noch über das Kaufen denken kannst du... Interferenz sehen dann quasi. Ja, was ich noch kaufen könnte. Oder zählen. Okay. Upgrades, meine Account. Fui. Ich kann gar nichts kaufen, Männer. Warum nicht? Hast du schon? Ja. Mir wurden ja halt alle gegeben. Ach so. Aha. Weil die sich das nicht mehr angucken konnten. Ich habe ja auch meine EOD nicht bezahlt. Ich habe doch immer Standard-Indizion gespielt. Das ging ins Chat dann irgendwann auf den Sack, bis ich dann irgendwann eine EOD-Code im Discord hatte. So läuft das also. Den Leuten auf den Sack gehen. Ne, ich habe einfach nur gespielt und dann habe ich halt gepuzzelt am Anfang und das ist immer lustig gewesen. Also Non-EOD zu spielen hat immer Spaß gemacht, weil... Du hast immer so lustige Ingame-Nachrichten bekommen. Okay. Ja, genau. Also ich kann halt... Ich meine 30 Maximum. Nur die zwei habe ich schon von dem Rabbit Hole-Dingsbums, ne? Ja, genau. Bei mir sind 28 genau. Ja. Ja, weil du die anderen auch hast, ne? Deswegen kannst du nur 28 lösen, weil 30 overall und so. Mattenmatik, Alter. Mattenmatik. 1 plus mit Sternchen. Mit Mattenmatik auch, ja. Acht von zehn swedischen, swedischen prominenten Influencers haben Unlicensed Gambling auf Twitch promotet. Hm? Geil. Warum machen die so was? Wollen wir eine Lizenz haben, oder? Achso. Seien das Matching heute auch irgendwie kaputt ist? Hm. Hab ich da Raggi gehört? Das ist Raggi, ja. Ja, irgendwie... Ich bin Heiko 2. Ich bin Raggi 2. Ja. Hat geklappt. Hat ein bisschen gedauert, aber hat geklappt. Oh, klasse. Mal gucken, ob ich diesmal direkt mit rein darf. Wir kennen die Antwort doch schon, komm. Natürlich nicht. Ja, genubelnomel einfach immer wieder machen und wir haben ein bisschen, unter Verdacht, dass es an der Telekom liegt, weil es ist schon wieder nur bei der Hälfte der Leute und vielleicht dann sogar noch regional abhängig wie die letzte Zeit... ... irgendwo was ist. Ich weiß auch nicht, Tarkov und Telekom haben momentan öfter mal einиссril Ärger miteinander. Früher immer diese Backend Errors, die einfach da waren, bei der Hälfte der Leute. Ich bin mal waiting for players. Ich auch. Ohne Probleme. Gar nichts Problem. Okay. Ja diese Runde, aber die letzten drei. Vielleicht hilft DNS ändern, warum sollte das helfen? Die DNS macht nichts mehr in dem Moment, wo du deine Namensauflösung hast. Du kannst mir ja mal so einen Log schicken, von einem Rate, wo es schief ging. Guck ihn am Stream mal rein. Ne? Na gut dann nicht. Hast du mit mir geredet? Ja. Ich hab keine Ahnung, was du von mir möchtest. Ich hab abgeschaltet. Ich dachte, du hast mit mir aus dem Chat geredet. Dein Tarkov-Log von dem Rate, wo das abbricht. Kannst mir ja mal eins schicken. Dann musst du das Log-File suchen. Das ist im Tarkov-Ordner. Achso. Das kann sein. Ja. Updater. Ne, ich glaube es ist ein Tarkov-Ordner. Da wo das Spiel liegt. Ja, das ist es. Loks und so. Eins von den Raids, wo es halt abgebrochen ist. Dann kann ich mal gucken. Ich lösche die ganzen Logs einfach mal. Genau, kannst du machen. Wenn du dann so eine Reconnect-Raid hast, dann kannst du mir einfach das von dem Raid mal schicken. Dann willst du mich Hacker mannen, ne? Dann will ich dich Hacker mannen, ja. Ja. Aber dann steht da sowas drin, wie er kann den Namen nicht auflösen und er kriegt den Port nicht auf. Wieso warten wir eigentlich sieben Minuten auf irgendwelche Leute? Ja, das ist ne gute Frage. Vielleicht weil mehr dieses Problem haben und dann gewartet wird? Hm. Ich bin vorhin late-spawned. Hm. In der Factory haben wir genau gewartet, bis du wieder da warst, ne? Ja, aber die meisten Leute laden ja noch langsamer als, ne? Okay. Na, jetzt kommen wir aber. Jetzt kommen wir. Guter Anlauf. Mhm. Hallo. Ich geh jetzt ne Intelligenz finden. Achso. Weil ich nicht so cool bin. Ja, das können wir gleich machen. Aber erstmal geh ich jetzt ne Intelligenz holen. Ja. Das ist ja, weil der Raid jetzt unterschiedlichen Wind hat, ne? Falls du das System nicht verstanden hast. Ist ja jetzt dynamisch. Dynamo. Ja. Dynamisch. Ja, okay. Hier ist leider nichts. Dann würde ich wieder runterkommen. Ähm. Und wollen wir mal kurz gucken, ob uns wer entgegenkommt beim Holmes-Dings. Tag und unten drunten drinnen rein. Da guck ich grad schon rüber. Ich bin hier auf dem... Wie langweilig. Ich musste der Tür. Ich guck ja nur. Okay. Na gut, dann lass uns da ums gehen, wenn du keinen siehst. Der Speer. Da kommt niemand. Na dann lass uns da ums gehen. Ich bin im L und gehe Richtung Daums, ne? Ich hör dich, ja. Okay, gut. Hm. Mit so einer Brücke, hm? Wurde du getroffen? Nein. Was hast du für einen Ping? Du bist hier? Was war denn dann da? Weiß nicht. Hast du neue Freunde gemacht, die dich nicht kennen? Ich dachte schon, wer ist da draußen und guckt. Nein. Oh gut. Was hast du für einen Ping? Ich hab einen 100er Ping. Und du? Okay. Ich hab AutoEU drin, aber es ist ein bisschen komisch, wo wir innen gematcht werden. AfterEU. Erwin hat sich hingelegt, rechte Seite. Ist dort. Hat grüne Bohnen gefunden. Sitzt da wer am Granatwerfer? Malucki? Ne? Ne? Ich hab eben kurz so aus, als wenn einer hockt. Ich hab zu uns hartet was. Fuck. Okay. So gehen, Alter. Cool. Ne, mit dem Kleinen. Lass meine Armpits. Let me be my armpit. Was machst du da? Ich reibe mir ein. Und habe keinen Ausdauer. Dann holt der schon wieder sein Deo raus. Ja. Von seins. Seins Deo? Seins. Aber eigentlich ist es meins. Hier ist was auf der Straße, Alter. Was? Tötet. Ist das hier wirklich mitten? Ja. Du solltest töten und nicht misshandeln. Ja, der verblutet jetzt. Ich habe keine Munition für sowas. Der liegt immer noch, Alter. Keine Ahnung. Der hat alles geblutet. Der ist komplett Hacksfleisch. Aber er lebt halt noch. Ist halt ein Skepp. Die haben die Scheiben auch heller gemacht hier. Heller. Und im Grund auch nicht. Färbung funktioniert bei mir aber nicht. Du kannst auf der SVD nur einen Schalldämpfer machen. Ist richtig. 2 funktioniert nicht. Doch. Hallo. Hier ist aber keiner. Warum ist hier keiner? Normalerweise sind hier doch Spieler. Ne, mit Daumen. Gut, ich loote jetzt. Ja, geh. Market Key jetzt. Diarrhoe. Market Key jetzt. Verkauf jetzt auch mit Spracheingabe. Wow. Der Autowahn ist nicht da. Was habe ich? Ich habe kein Problem. Ich habe kein Problem. Wieso? Mein Kater. Was ist so? Da war was im Busch draußen. Geh mal aus. Und wann kommt's? Weiß niss. Komm bestimmt gleich. Ich habe es auf jeden Fall gehört. Punkt Richtung Auto. Aber da sehe ich keinen. Kann ich aber ganz gut, wenn ich jetzt nur einen machen könnte. Okay. Du bist beschlossen. Geht's dem Scaf gut? Pass auf. Jetzt geht's dem nicht mehr gut. Nice. Ich nade mal, ne? Okay. Hättest du rumgequatscht? Ja. Hast du den Frosch gehört? Nein. Ich hab dich da unten gequatscht und hören eben. Oh, der Sound ist gut. Ich höre dich aber nur ganz unten. Ganz weise. Ja, ja. Eben. Aber jetzt hast du wieder einen Höhenunterschied. Von oben nach unten. Bist du die Seite, wo wir rein sind und die Daumen? Ja. Da wurde das. Wow. Und hinter mir kommt die Treppe was hoch und ich panicke. Weil er meine Muni daneben gesetzt. Eieiei. Einer ist tot hinten. Ah, da ist noch einer. Was passiert da? Ja, ich falte mit einem. Der ist fast tot, aber ich auch. Jetzt kommt er in die Treppe hoch. Oh, ich klipp aus. Gerade. Ich bin tot. Du bist tot? Ja. Ja. Ärgerlich. Der war da drin und den konnte ich machen, aber der ist nicht gestorben. Das waren zwei. Zwei. Einer Treppe, einer hinten beim Eingang. 2,14. Der hinten hätte sterben können, Alter. 890 Schaden. Schade. Aber ja. Aber schöner Fight. Overall kann ich nicht meckern. GG. Der eine ist richtig Hackfleisch, aber der ist einfach nicht gestorben. Wie es immer so ist. Wo Kappa? Ja. Leider. Resettet. Mein Kappa ist leider weg. Aber naja. Irgendwann. 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 Verstehe nicht, wo der ist. Ja, wie gesagt. 2,14 hinten neben dem Safe rein, den du geoutlootet hast, ist da ne? Da ist der rein. Ja, der ist tot. Achso, ja. Und der andere war einfach auf der Treppe mit seiner SVD. Den hab ich gefuttern lassen und dann ist der weggelaufen. Okay. Sehr ärgerlich. Den hinten an Dings hab ich richtig zu Hack gemacht, aber er ist nicht gestorben. So ist es manchmal, ne? Ich such den gerade. Herr Ragloton. Ja. Ich geh jetzt weg. Ich wünsche Ihnen einen ganz, gar wundervollen Abend. Okay. Tschüss. Viel Erfolg noch. Bis dann. Ich muss los. Okay. 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 Ja, sehr schön. Bringen Sie alle um. Auto ist nicht da. Musst du weit laufen, ne? Gut. Bis dann. Mit den Fröschen gehen, ja. Ja. Okay, tschüss. Ja, war eine spontane Nummer mit dem Ragloton. Raggi hatte ich aber auch so gesagt. Ja, Leute. Feierabend. Ähm. Ich bin raus. Wir sehen uns morgen nicht. Aber wir sehen uns am Freitag wieder. Das hier heute tat mir besonders gut. Äh. Das war eine gute Ablenkung. Hier in meinem Homeoffice hat sich etwas verändert durch Umstände, die da gestern passiert sind. Und das hat mir gestern echt die Schuhe ausgezogen. Und das hier war eine gute Ablenkung. Vielen lieben Dank fürs dabei sein, Leute. Ich bin raus. Ich werde jetzt ein bisschen mit den Kids noch. Die sind jetzt durch mit den Hausaufgaben. Heute war ja auch alles ein bisschen auf links gedreht. Tschüss. Wir sehen uns am Freitag, wenn ihr Bock habt. Danke für die ganzen Re-Subs. Danke fürs dabei sein. Danke für die gute Laune. Tschüss. Bis denn dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.